Und wir sind hoffentlich live. Hallo und herzlich willkommen zu Monofficial auf Twitch. Ich habe heute viel vor. Ich möchte Dark Souls 3 weiterspielen. Hier wartet das Spiel schon. Aber vorher warte ich auf euch. Ich möchte euch nochmal NordVPN ans Herz legen. Einen Sponsor, den ich diesen Monat mal so ein bisschen austeste. Wenn ihr den Rabattcode hier benutzt, Monofficial, auf NordVPN kriegt ihr 70% Rabatt und einen extra Monat. Aber es ist ein Zwei-Jahres-Vertrag. Ich finde es lohnt sich. NordVPN oder VPNs generell, wisst ihr ja wahrscheinlich, bringen euch eine Menge. Wenn ihr viel reist und im Ausland seid und aber auf deutsche Plattformen wollt, dann braucht ihr ein VPN. Wenn ihr viel im Netz sicher sein wollt und keine DDoS-Attacken oder ähnliches oder Malware abbekommen wollt, dann hilft das auch sehr, sehr gut. Gut, das sind so ein bisschen die Perks. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr. Ist also gut fürs Gaming, fürs Abhängen, fürs Streamen und auch so ein bisschen für die Auswahl der Server und der Plattform international, auf die man damit Zugriff hat. So, genug der Werbung. Aber das ist wie gesagt hier der Rabattcode Monofficial. Ich probiere es mal einen Monat aus mit den Kollegen oder die mit mir. Insofern hoffe ich, dass ihr auch zufrieden seid, wenn ich das kurz hier mal ein bisschen plugge. Und ja, jetzt geht es weiter mit Dark Souls 3. Ich freue mich drauf. Die ersten kommen auch schon rein. Grüße an Thompson, Benjamoyen, Nasus90 und Krawallpanda. Ich werde hier noch zum absoluten kryptischen Twitch-Profilnamen-Vorleser. Mittlerweile, ich sehe das Ding nur noch und ah, das ist eindeutig der Kumapatient 33. Das kann ja nur Finster One sein. MrStone5 und DeliSun und Schmorphe und Einfallspinsel und Lucky. Und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt muss ich aufhören. Ich habe keine Luft mehr. Okay, wir sind hier heute zusammengekommen, weil wir Dark Souls 3 weiterspielen wollen. Danke, Glycerin81. Nehmt ihr euch einfach einen Duden und blättert da rum oder werft ihr einen Dart auf das große Wortbuch und dann nehmt ihr das, was da kommt. Also teilweise frage ich mich, wie kommt ihr überhaupt darauf, so einen Namen euch auszusuchen. Brain Ejaculation. Hunt for Trophy. Glycerin. Du bist offensichtlich ein Chemie-Fan. Hey, Chemie war mein absolutes Hass-Objekt in der Schule. Es war, glaube ich, von all den Fächern, die ich nicht konnte. Und da waren einige dabei. Da war Mathe, da war Musik und dann war aber auch ganz unten. Also Musik, Mathe und dann kam Chemie. Es ging mir so auf den Piss, Leute. Ich habe es irgendwann nicht mehr gerafft und irgendwann, so im ersten Drittel der ganzen Strecke über die Jahre, die sie dir in Chemie erzählen, im ersten Drittel werden die Grundlagen gelegt und irgendwas habe ich da nicht mitgekriegt. Ich habe dieses Zusammenrechnen nie verstanden. CO2 plus OS 5. Was ist denn das? Keine Ahnung, wie rechnet man das? Ich habe es nicht gecheckt. Es hat mir jedes Mal Angst gemacht und ich war so froh, als ich es abwählen konnte. Und ich musste, damit ich das abwählen konnte und irgendwie Mathe auch nicht so, also Mathe konnte man nicht abwählen, aber ich wollte zumindest irgendwie Mathe hätte ich sonst als Hauptfach nehmen müssen, als es dann um die zwei wichtigen Fächer ging. Hauptfach, glaube ich, hießen die. Und dann musste ich, glaube ich, Religion nehmen. Also, weil ich irgendwie die falsche Kombination hatte, weil ich Deutsch hatte als Hauptfach und dann musste ich Religion nehmen. Dann sitze ich da in Religion und Leistung, genau Leistung heißt es. In Rallye-Leistung, ey. What the fuck, ey. Ich? Naja, das sind meine Abi-PTSD-Panikmomente. Sobald ich irgendwas lese, was mich an Chemie erinnert, in diesem Sinne, Grüße an, jetzt habe ich deinen Namen zum Glück schon wieder verdrängt, Glycerin. Tillamy hat ein Abo dagelassen, King Julian hat ein Prime-Abo dagelassen, Gravity AP hat ein Abo dagelassen und ich kann euch an der Stelle auch nochmal kurz was dalassen, nehme ich die Info, dass wenn ihr bei Amazon Prime seid, dann gönnen die euch, weil die absolut geil sind. Jeff Bezos ist der beste Mensch der Welt. Das wissen wir. Der gönnt euch. Der gönnt euch dieses Prime-Abo. Aber ihr dürft damit nichts anfangen, ihr dürft es nur verschenken. Also er gibt euch, drückt euch ein Fünfer in die Hand und sagt, hier, schenk es an jemanden, den du gut findest. Und da möchte ich mich an dieser Stelle kurz vorstellen. Ich mache hier Twitch seit vier Monaten. Ich nehme gerne dieses Prime-Abo, was es wohl gibt. Ich nehme es. Haut es einfach raus. So, wir werden jetzt aber gleich weiterspielen und zwar mit Dark Souls. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles Wichtige in eurer Umgebung hingelegt, drapiert. Seid bereit für ein paar Stunden, die ich jetzt mit euch verbringen werde und diesem Spiel. Ich habe mega Bock auf den neuen Level. Wenn ich mich nicht täusche, bin ich ja in dieser... Es tut mir leid, ich bin halt... Ich spiele zum ersten Mal und ich bin nicht der allerkrasseste Dark Souls-Profi. Das heißt, ich kenne die ganzen Orte nicht. Also gerade bei Dark Souls 3 weiß ich wirklich nichts, weil ich ja zum ersten Mal da bin. Und es waren diese Sümpfe. Furchtbar. Furchtbare Sümpfe. Gleich wird mir wahrscheinlich jemand sagen, wie die heißen. Und da habe ich mich durchgekämpft und das war bisher der schlimmste Level. Und davor waren die Dächer. Und das war auch fucking schlimm. Wobei die Dächer... Also ich meine, die Kathedrale hat mir schon gut gefallen. Die Dächer der Kathedrale waren ein bisschen anstrengend, weil ich da so oft runtergefallen bin. Aber an sich ganz cool. Und ja, und dann war ich im... Im Sumpf. Der mich absolut fertig gemacht hat. Und auch ihn, Mike Krieger, hat es komplett fertig gemacht. Er kann nicht mehr. Die Nase, er ist sich nicht sicher. Er ist dünner geworden oder die Nase größer? Wir wissen es nicht. Ich mach kurz mal eine Sekunde. Hol uns grad mal allen den Green runter. Danke. Mann, oh Mann. Oh Gott, du bist eindeutig ein Kind der 80er. Kennt das noch? Mit Pierre Augustinski. Mann, oh Mann. Das war irgendeine erotisch angehauchte Quiz-Spielshow. Mit der Prämisse Männer. Und ich hab keine Ahnung, um was es ging. Aber ich weiß noch, dass am Anfang immer so gehaucht wurde. Mann, oh Mann. Von so einer Mädel, die deutlich erotischer klang als ich jetzt. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Wenn man das jetzt klippt, reicht das wahrscheinlich, um mich bei Twitch zu canceln. Einfach nur, weil der Typ ist offensichtlich aus einer Anstalt raus. Ja, das war eine ganz komische Sendung. Ich hab wirklich keine Ahnung mehr. Also ich hab die nie so richtig geguckt. Das lief so nebenbei, wenn man gesappt hat. Oder mein Vater hat's mir irgendwann geguckt. Aber ich hab's nie wirklich geguckt, weil es mir echt schon damals irgendwie zu blöd war. Aber das waren komische Zeiten. Okay, ich habe 1300. Da brauche ich nicht viel machen. Kann ich nichts von kaufen. Danke auch, Valfuris. Das ist auch so eine... Ja, hier war der... Genau, hier war der Endboss. Und hier habe ich mich am Ende des Sumpfes gegen den... Ich hab vergessen, wie er heißt. Aber das waren ja mehrere am Ende. Gegen den Dödel und seine Clones. Hab ich gekämpft. Und es war tatsächlich bisher der anspruchsvollste Kampf, muss ich sagen. Ich hatte relativ Glück so. Ich glaube auch, ich hab einen ganz guten Bild gefunden irgendwie für mich. Ich kam da relativ gut durch. Beim dritten Mal ist er gefallen. Aber der war schon anspruchsvoller. Weil er hatte gerade in der zweiten Phase diese unglaublich schnellen Angriffe mit dem Feuer. Und ich kam wirklich... Ich will es jetzt nicht nochmal alles durchspielen. Aber ich kam quasi nicht mehr rechtzeitig weg. Weil diese Dashes kamen die ganze Zeit super anstrengend. Und ich musste ja zwischendurch meine Flakons auch benutzen. Und so hatte ich dann doch echt schon ein Problem. Muss ich zugeben. Hat aber dann doch geglaubt. So die Magie hat auch ein bisschen was geholfen. Was ist denn hier los? Ich denke die ganze Zeit, warum regnet es denn von da oben jetzt irgendwie Staub? Aha. Ich höre natürlich keinen Ton. Ah, okay. Jetzt höre ich Ton. Okay, ganz kurz mal einen Schluck von meinem Kaffee. Ja, alle, die das... Kurz mal ein Tipp. Alle, die das jetzt nicht gesehen haben, die Kämpfe. Sie sind es wert, gesehen zu werden, finde ich. Alles, was da letztes Mal lief. Gestern, wir haben sechseinhalb Stunden gespielt. Ist es wert, gesehen zu werden, kommt auf meinen YouTube-Kanal schon die Tage. Das sind auch noch die 10 Stunden davor. Also, wir kommen hier auf jeden Fall recht schnell durch. Und alles landet auf YouTube ungeschnitten, ungekürzt. Diese Geschichten auf jeden Fall. Andere Sachen erwähne ich dann vorher, wenn ich hier streame, dass die nicht als VOD kommen. Das trifft aber dann eher auf Sachen wie Among Us zu, wo ich vielleicht mal ein Highlight von nehme. Oder, ja, halt vielleicht andere Spiele, die wir schon mehrfach gespielt haben. Die würde ich jetzt nicht nochmal auf YouTube packen. Aber so ein Story-Game oder auch ein Souls-like-Game, das kann man natürlich nicht einfach so schneiden. Okay, jetzt bin ich hier unter den Kathedralen, scheinbar. Also, die Kathedrale an sich ist schon ganz schön... Oh, das sind diese wieder aufstehenden Skelette. Die Kathedrale an sich ist schon ein anstrengender, langer Level. Ähm, der mir aber sehr gut gefällt, nur... Der ist wirklich auch... Ja, das war dumm. Ich muss gleich mal lernen, wie ich die... Wie ich die blocke. Äh, der links... Wartet. Okay, so. Nee. Okay, da war jetzt vom Timing ein bisschen was falsch, aber es hat ja an sich schon geklappt. Aber ich konnte ihn nicht finishen, das fand ich komisch. Wir üben das gerade nochmal ein bisschen. Dafür sind die sehr gut da. Jetzt rollt er auseinander und der nächste kommt direkt wieder raus, oder? Oder ist es derselbe? Steh auf! Steh auf, wenn du dich traust, du faule Sau! War's das? Moment, man kann diese Skelette wirklich töten? Ich bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht. Äh, Gruß an dieser Stelle an Koma-Patient. Du hast mich auch überrascht mit deinem Sub. Ähm, also das, ähm... Ja, das ist jetzt krass. Ja, jemand hat gerade geschrieben, kommen dir die... Ähm, Micro-Sivilog hat geschrieben. Kam dir die Moves von dem Boss bekannt vor? Also, der hatte, äh, tatsächlich so ein bisschen die, äh, Bloodborne-Vibes, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, wer von Bloodborne. Also welcher, vielleicht dieser Pater irgendwas oder einer der Jäger, so? Das könnte ich mir schon vorstellen. So, ich muss mal das mit dem anlocken. Muss ich mal lassen. Ne, aber dann kann ich, ja, dann kann ich nicht so geil blocken. Das ist schon ein Problem, finde ich. Ich dachte, der wäre irgendwie herausfordernd, aber es ist ja eigentlich gar nicht. Komm, den, den kann man auch mal blocken lernen. Äh, kontern, meine ich natürlich. Ah, der kann auch rollen, okay. So, komm, mach. Gib mir deinen besten Stich. Ne. Okay, das geht nicht. Ah, weg, 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 weg. Okay, das hat überhaupt nicht so geklappt, wie ich es gedacht hätte. Dann halt so. Ich hatte aber irgendwie... Ich hatte schon die Hoffnung, dass man den irgendwie kontern kann. Äh, parieren. Hat aber nicht geklappt. Gerade mal gucken, was der Chat sagt. Übrigens habe ich jetzt zugunsten der VOD-User, habe ich jetzt den Chat ausgeblendet. Ich meine, euch im Chat stört es nicht. Ihr habt den Chat ja eh, alle anderen als VOD. Haben ein paar, also ein paar fanden es okay, ein paar hat es nicht gestört. Ein paar haben aber auch gesagt, dass sie es extra scheiße finden, was ich natürlich nicht will. Mit einer, wie ich finde, ganz guten Begründung. Habe ich das ein, zwei Mal gelesen. Und zwar, dass es sich anfühlt, als wäre man Zuschauer zweiter Klasse. Weil man ja sieht, dass es quasi live war. Und man nicht dabei war, wenn ihr versteht, was ich meine. Fand ich irgendwie eine interessante Argumentation, weil da kann man gar nichts gegen sagen. So ist es natürlich nicht. Und auch nicht gemeint. Aber ich kann verstehen, dass es sich so anfühlt. Und dann ist es für mich ein Argument, das auch zu lassen. Bei diesem Spiel zumindest. Manchmal finde ich es für ein Spiel doch ganz interessant, wenn man sieht, wie der Chat einfach reagiert. Also, was der Chat so sagt. Und ich dachte, bei Dark Souls interessiert es euch vielleicht ja, wie sehr mir der Chat hilft oder was der Chat zu sagen hat. Aber das haben wir jetzt ja auch eine Weile gemacht. Und jetzt machen wir es halt mal andersrum. Okay, den möchte ich gerne mal parieren. Oh, shit. Der hat so lahm ausgeholt. Na, okay, komm. Der kann es offensichtlich nicht. Nee. Schon komisch. Warum geht das denn? Nee, okay. Ich verschwende hier natürlich gerade enorm. Ach, vielleicht habe ich auch die falsche... Vielleicht... Ach, das war dumm. Vielleicht ist das Schwert... Äh, das Schild ja auch falsch. Vielleicht muss ich wirklich den Parierdolch hier nochmal mehr ausprobieren. Probieren wir das mal mit dem Parierdolch. Na, okay, komm. Jetzt muss ich erst mal... Ich muss jetzt mal wieder zurück. Das... Ich habe einfach den Fehler gemacht, hier zu lange rumzueiern. Oh, dieser Skimmita, der ist interessant. Ähm, gab es den früher auch schon? Irgendwie kommt es mir vor. Als könnte man... Den auch vorher in einem anderen Teil schon mal benutzen. Es ist... Ich habe irgendwie das Gefühl, als habe ich den schon mal irgendwie aufgelevelt oder so. Vielleicht auch nicht. Oh, komm. Haha, wie lang der... Alter, wie lang der ausholt. Das kannst du aber auch günstiger haben. Ist der noch da, der andere? Nee. So, jetzt tut mir leid. Muss ich nochmal hoch. Nochmal neu. Neu... Neu speichern. Nochmal rasten. Nee, Schild ist egal. Timing muss besser sein. Okay. Ja, es ist wirklich, ähm... Es ist eine Kunst für sich mit dem Parieren, weil man es ja von jedem einzelnen Gegner lernen muss. Und das möchte ich aber jetzt auch mal. Ich finde, das ist ein guter Moment. Den Parierdolch habe ich noch nie sinnvoll pariert. Komm, mach mal mal. Okay, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? So krass. Ich kam ja überhaupt nicht dazu, irgendwas zu machen. Okay, komm. Vielleicht muss ich hier ein bisschen früher parieren. Nee. Nein, ey. Warum holst du immer so lang aus? Du hast doch gar keine Muskeln. Worauf wartest du? Was spannst du an? Einen noch. Ey, das gibt's doch nicht. Ich meine, mit dem Schild habe ich es jetzt schon ein paar Mal geschafft. Aber warum? Alter, viel zu schlecht. Okay, komm. Oder gehen nicht alle Schläge? Das kann nicht sein. Ey, ich habe kein einziges Mal pariert. Dazu muss ich echt sagen, ich kann mit dem Schild, kann ich parieren. Mit dem Schild wäre jetzt wahrscheinlich jedes zweite Mal, hätte geklappt. Aber mit diesem, mit diesem... Ich meine, ist der nicht dafür da, dass er besser pariert? Das ist doch dämlich. Okay, ich gucke nochmal. Ich höre doch das Geräusch. Welches Geräusch? Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du da gerade sprichst. Micro Zivilog. Ich habe keinerlei große Dark Souls-Erfahrung. Muss ich vielleicht dazu sagen. Weiß ja auch jetzt nicht jeder über mich. Geh mal ganz nah zum Mob ran. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem gewesen. Komm. Greif mal an. Shit. Ja, jetzt hat er so lang ausgeholt. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken. Welches Geräusch meint ihr? Ich höre mal ganz drauf. Das war nix. Welches Geräusch, frage ich mich. Gibt es da irgendein... Also ich höre hier so ein Knarzen. So ein Knochenknarzen. Ist das vielleicht das Geräusch? Ne. Näher. Oh, es gibt ein Cooldown nach einem Versuch. Das ist ja interessant. Gut zu wissen. Beim Effekt. Effekt. Welcher Effekt? Ich gucke mal genau. Genau. Na, okay. Moment. Erstmal was trinken. Ganz komisch, dass ich das gerade nicht hinkriege. Aber ich will es mal lernen. Okay, das hat ja wirklich... Irgendwas mache ich ganz schlimm falsch hier. Effekt. Ich achte mal nur aufs Schwert. Ich... Ich sehe diese Effekte nicht. Es tut mir echt leid. Aber ich sehe sie einfach nicht. Na, komm nochmal. Ja, das Ding ist... Einer sagt es auch gerade. Die Ritter in der Burg sind super zum Parry lernen. Ja. Aber. Jeder kämpft ja anders. Also ich meine... Ich habe den Parry als Idee schon verstanden. Nur... Ich habe das Gefühl, dass das bei jedem Gegnertyp eine andere Geschichte ist. Der hat eine andere Animation. Das dauert anders. Der Punkt, wo der Scheitelpunkt im Schlag überschritten ist. Der ist unterschiedlich gelegt. Zeitlich. Und ich weiß, ähm... Also... Ich bin super dankbar für die Hilfe. Auf jeden Fall. Aber das habe ich alles schon mehrfach gehört. Und ich... Hab einfach ein Problem, glaube ich, das umzusetzen. Ähm... Parieren in der ist recht schwierig. Die Ritter in der Burg... Ähm... Manche sagen, man könnte den Dancer... Zum Takt bekämpfen. Wenn die Waffe auf dich zuschwingt, dann musst du parieren. Das habe ich schon häufig gehört. Aber wie gesagt, es fällt mir echt schwer. Komm, jetzt habe ich einen Cooldown wahrscheinlich. So, jetzt warte ich mal. Ja, du Sau! Das ist genau das, was ich haben will. Okay, das war für uns beiden dumm. Das ist auch ihm unangenehm. Du kannst doch wenigstens mal warten. Nee. Also, es ist... Ich will nicht sagen Glückssache. Aber es ist schon immer auch noch gerade ein bisschen... Random, ob ich es schaffe oder nicht. Ähm... Aber jetzt habe ich es mal ein bisschen probiert. Ich nehme an, es nervt euch auch, wenn ich das jetzt zu lange probiere. Deswegen werde ich einfach mal schnell speichern und dann weitermachen. Aber ich muss es mehr trainieren. Vielleicht sollte ich... Wie steht ihr denn dazu, dass ich... Offline trainiere? Womit ich jetzt eben nicht meine hochleveln. Sondern wie steht ihr dazu, dass ich offline... Einfach mal drei Stunden parieren übe. Ist das... Ist sowas doof? Ich weiß es nämlich nicht. Man kann ja vielleicht sogar ein Spiel draus machen. Dass man irgendwie durch verschiedene Areale geht. Überall parieren lernt. Und dann so ein Counter... So ein... Quasi so ein Counter hat. Wo ungefähr gezeigt wird, wie oft man schon gefailt hat. Und dann rechnet man... Äh... Quotienten. Und darauf kann gewettet werden. Oder so. Scheiße. Okay. Bei dem traue ich mich jetzt halt echt nicht. Eigentlich würde ich den sehr gerne einfach runterschubsen. Der sieht aus, als wäre er krass. Ist er aber nicht. Er ist ein absoluter Poser. Und dabei hat er nicht mal ein Po. Banana Brunoni. Ein weiterer Mensch mit einem sehr schönen Profilnamen hier in meinem... In meinem kleinen Chat. Das freut mich aber, dass du meinen kleinen süßen Dorf-Chat mit deiner Anwesenheit ehrst. Vielen Dank. Perry Potter. Das ist Perry Hotter. Perry Potter. Ist auf jeden Fall super gut. Perry Potter. Muss ich mir merken. Wann immer ich pariere, werde ich das ausrufen. Alter, das... Ja, das ist aber echt auch mal hier, ne. Das ist jemand, da kann das parieren. Ist wahrscheinlich deshalb so schwer. Weil der halt so mega... Der hat nur einen harten Schlag. Den kannst du dann einfach nicht so gut parieren. Weil der natürlich schwerer ist, wie man sieht. Ich nehme aber an, dass es so ist. Vielleicht kann man den auch gar nicht parieren. So einen Schlag. Bei Schilden kannst du die auch wegtreten. Okay, aber wie ist... Was ist treten? Wie tritt man? Shit. Shit. Und schon bin ich in einer Notlage. Weil ich zu viele Skelette in meiner Nähe habe. Euch kriege ich noch weg. Komm. Nein, da kommt der Nächste. Ich sagte, den einen kriege ich noch weg. Aber, ja. Und der Pfeilschützer hat natürlich auch... Der Bogenschützer hat auch nicht geholfen. Schießt der eigentlich mit Knochenpfeilen? Schießt der mit seinem Unterschenkel? Das sind Fragen, die man sich nicht zu fragen traut. Weil sie so dumm sind. Okay. Jetzt machen wir es nochmal richtig. Jetzt werdet ihr erleben, wie NoHitMon nicht getroffen wird. Nie. Ich habe das Kleid. Ich bin bereit. Na komm schon. Das kannst du doch noch nicht alles. Steh auf, mein Freund. Steh auf. Runde 2. Wie ich auch nicht warte, ne. Erst feuer ich ihn an. Und dann feuer ich ihn weg. Und du kriegst jetzt mal ein bisschen Magie. Kannst du mal gucken, was der Papa alles im Senkel hat. Na toll. Nein. Warum brauchst du auch immer so lang für die Scheiße? Das hat schon wieder nicht geklappt mit dem Nicht-Getroffen-Werden. Das macht mich ein bisschen fuchsig. Danke, Michaton, für dein Abo. Kann man in Dark Souls jeden Gegner parieren? Fragt Redpill. Ich habe gelernt, nein. Man kann es... Also bei Waffen kann man das, glaube ich, machen. Ich bin mir nicht sicher, wie das aussieht bei... Ist der runtergefallen? Ne, da ist er. Ich kann mir nicht... Ich weiß nicht genau, wie das aussieht bei gewissen Monstern oder bei Viechern, die halt keine Waffe benutzen. Da geht das, glaube ich, nicht. Aber wer weiß. Und ja, jemand hätte hier gerne den riesen Feuerball-Junge. Micro. Ich weiß auch nicht. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis sich endlich mal Pyro aufgelevelt habe. Bislang nicht passiert. Alter! Die können das! Der kann das! Der hat nicht mal einen Kopf! Was für eine Frechheit! Liegt das daran, dass ich den Schild... Ich habe ja nicht mal geschlagen. Habe ich geschlagen? Scheinbar habe ich geschlagen. Unfassbar! Der Kopflose kriegt es viel besser hin als ich. Kopf, arm und hirnlos und trotzdem besser. Okay, treten ist R1 und Stick nach vorne. Das werde ich mir versuchen zu merken. Mann! Also jetzt gerade bin ich ein bisschen genervt, weil ich es nicht hinkriege. Jetzt mehr Konzentration. Weil die sind super einfach. Das ärgert mich so, weil die so einfach sind. Da zerspringt er. Ja, besser! Besser ist das! Moin, Topper Harley. Mir geht es sehr, sehr gut. Oh, das war... ist Hotspots, ne? Topper Harley. Ja. Mir geht es super. Außer, dass ich versuche zu parieren und es nicht hinkriege. Ah, die sind super anfällig für meinen Hauptskill. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, es ist ja irgendwie auch logisch, ne? Weil es sind ja wahrscheinlich, so schätze ich sie ein, Geschöpfe dunkler Magie diese Skelette und so behandle ich sie auch, indem ich sie magisch lösche aus der Existenz. Hm, kann ich den... Ach, da hebe ich mir die Magie auf. Da gehe ich einfach nah ran. Ne, Hotshots, nicht Hotspots. Hotspots sind auf dem Handy. Hotshots ist ein guter, klassischer Parody-Film aus den 90ern. Als alles noch in Ordnung war. Alles war gut. Ach, die aber können nur einmal. Es ist jedes Mal schlimm, ne, wenn die, wenn die mit diesem riesen Säbel hinter einem herkommen. Okay. Ich bin heute noch nicht zufrieden mit meiner Performance und ich schäme mich. Okay, komm. 100%ige Konzentration. Und ich werde jetzt alle Gegner auch mitnehmen ins Reich des Todes und nicht warten oder dran vorbeirennen oder so, weil ich nicht will, dass die jetzt in einem dummen Moment mir in den Rücken fallen, wie es ja schon so viele Male passiert ist eigentlich. Es ist echt schade, dass der hier Wie lange kann der denn rennen? Ui, ah! Okay, das muss ich mir merken, dass ich den Zauber scheinbar abbrechen kann. Gibt der jedes Mal so eine kleine Titanitschärbe her? Das ist aber nicht schlecht. Da kann ich ja, könnte ich ja farmen ohne Ende. Aber ich meine, ich brauche die auch nicht. Also ich meine, ich brauche die schon, aber ich brauche die nicht so dringend, da ich die jetzt farmen muss. so, so, die Seelenpunkte nehme ich trotzdem. Du hast doch gar keine Seele mehr, Alter. Was hast du denn? Das ist eh, ich meine, du bist doch im Grunde der da, der besteht doch zur Hälfte schon aus, also, im Grunde ist der zweigeteilt. Wenn du jetzt irgendwo den Arm und den Kopf aneinander klebst, dann besteht der ja doppelt, dann existiert der doppelt. Wer ist denn da der Chef? Der Kopf, der Arm, ab wann wird das Skelett des T-Säus nicht mehr zum Skelett des T-Säus, sondern zu etwas anderem? Ab wann? Ich weiß es nicht. So viele Fragen. Niemand kann helfen. Okay. Das lief jetzt schon endlich mal ein bisschen besser, aber ich bin trotzdem immer noch enttäuscht. so wie meine Mutter. Ah! Nein! Parieren! Meine einzige Schwäche! Ey, ihr seid aber auch wirklich hinterrotzige. Dass die parieren können, das ist wirklich heftig, finde ich. Massakrieren ist meine Spezialität. war das toll. war das toll. Das freut ihr. So ein Rückenstubser macht immer Bock. Mit welchem Skill stackt dein Schwert? Da kann ich mal gucken. Skill stacken, ähm, weiß ich nicht, Attribute sind das, oder? Also mit Stärke und Geschicklichkeit. Ich weiß, ich weiß, dass ich das Falsche habe. Also ich habe aktuell noch nicht das richtige Schwert, aber es ist ein gutes Schwert. Also es hat mir enorm viel gebracht bisher, aber es ist nicht das richtige Schwert für einen Magier. Das kann man glaube ich so festhalten. Ach komm! Also ich würde gerne, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diesen Radius für meinen Zauberer zu erhöhen. Das würde ich sofort machen. Danke auch! Toll Boss! Oh, oh, okay. Da habe ich natürlich ihn jetzt auch kommen lassen. Ähm. Okay, es bringt einfach nichts bei denen mit Magie. Das ist echt krass. Die sind... Shit, meine Seelen! Oh Gott, warum ist das denn plötzlich so schwer? Fuck! 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 Das ärgert mich gerade richtig. Ich hätte doch einfach runterrennen können. Ich komme mit meiner Magie hier gerade nicht weiter. Okay, volle Konzentration. 100-prozentige 110-prozentige Konzentration jetzt. So, dich locke ich und dann zauber ich. Ich möchte mit dir einfach zaubern. Ich kann es nicht ändern. Ich möchte dich verzaubern. Nee, das ist für den nicht die richtige Taktik. Das kann man echt sagen. Oh, und dann dieses Unlocken immer. Man muss eigentlich wegrennen und dann im richtigen Moment beim Wegrennen schon R1 drücken. Und zwar dann, wenn er irgendeinen Schlag macht. Scheiße, jetzt habe ich natürlich falsch gedrückt, aber hat trotzdem gereicht. Man muss ihn so ein bisschen baiten. Und dann... Ah, jetzt habe ich aber leider... Scheiße! Leider bin ich gerade gesprungen. Mann, ich will doch nur zeigen, wie man dich super easy alle macht. Scheiße! Mach es! Okay, also der ist wirklich einfacher mit dem Schwert. Das ist für mich als Zauberer natürlich eine krasse Demütigung. Kann man ruhig mal sagen. Dafür hole ich mir jetzt gerade hier Titanitscherben. Wie irre. So, Leute. Wir müssen uns heute echt mal konzentrieren. Ich muss besser werden. Komm, jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es wirklich. Es tut mir leid, dass ich hier so lange in dieser Ecke rumeiere. Ihr könnt gerne vorspulen, wenn ihr es als VOD seht. Es gibt heute keine Keys. Tut mir leid. Der Brunnen ist verdörrt. Ihr habt alle Keys aus mir rausgepresst. Der einzige Key, den habe ich Elishia noch gegeben. Und das war es jetzt erstmal. Aber ich kriege sicher wieder neu. Also ich habe ja bestimmt jetzt hier schon 20, 30 Keys zu verschiedenen Spielen rausgehauen. Das wird noch häufiger passieren. Ich habe so wenig Ausdauer und kann da nur einmal zuschlagen, weil der mir beim Schilddecken schon so viel abnimmt durch seine harten Schläge. Hier, ihr könnt ja gucken. Seht das genau, ne? Das ist schon krass. Das ist ein... Warum habe ich den bisher immer so easy gelegt und jetzt ist es plötzlich so schwer? Irgendwie habe ich, glaube ich, fast zu viel Respekt vor ihm bekommen jetzt. Ich glaube, das ist generell ein Fehler bei Dark Souls, wenn man zu viel Respekt vor den Gegnern hat. Denn am Ende liegst du nämlich dann doch. Okay. Jetzt mal wieder ein bisschen mehr auf die Seelen achten. Die würde ich ja gerne schon behalten. Immerhin habe ich einen mitgenommen. Mann, ey. Einen Tag, wir... Also im Grunde könnt ihr... Hallo, herzlich willkommen zu Dark Souls 3. Ich habe gerade erst angefangen. Eine Minute oder so. Wir haben ein bisschen was weggeschnitten. Aber jetzt sind wir hier und ich werde zum ersten Mal in diese Krypta da unten runtergehen. Und mal gucken, was da ist. Aha. Die Katakomben von Kathos. Das ist ja interessant. Oh nein. Ein Skelett. Ich werde es schnell töten. Nicht mit mir. Mit Mike Krieger können sie so etwas nicht machen. Mein Herr. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das trotzdem drin lasse. Wahrscheinlich schon. Komm. So muss es sein. Viel häufiger. Oh ja, gute Idee. Stoß ihn mit der Hüfte runter. Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Runterstoßen. Ah, der Bogenschütze. Deswegen wollte ich da rein. Kam aber nicht an denen vorbei. Siehst du das? Das bist du. Und jetzt komme ich hoch. Jetzt hole ich ihn mir. Jetzt ist hier noch dieser eine nervige Dude mit seinen Kontermoves. Ich glaube, es hackt. Da konnte er gar nichts mit machen. Okay, hier. Ich mag das eigentlich hier so ein bisschen zwischen den Waffen wechseln zu müssen. Steckt der nochmal? Steht der nochmal auf? Nein. Okay. Wieso trage ich das Frauenkleid? Also, gar nicht, weil es lustig sein soll oder so, sondern weil ich, ähm... Ah, Seck, guckt euch das an. In Nahaufnahme. Schön das Knochenmark rausgepult. Ähm, weil ich, äh, Klamotten hier habe, die richtig gut für meine Magie sind. Ja, die sind offensichtlich vielleicht für eine Frau gedacht. Aber zum einen, guckt euch den Kerl an. Da ist jetzt auch alles egal, würde ich sagen. Also, er hat auch was sehr Feminines. Ähm, nur weil er dieses Kleid nicht ausfüllen kann. Heißt das ja nicht, dass er nicht verdient hat, es zu tragen. Okay, hier war scheinbar eine Falle. Da bin ich drüber gelatscht. Hier bringt mir das alles gar nichts. Okay, was ist hier? Ist das ein Geheimgang oder so? Nee. Okay, das ist scheinbar irrelevant. Für mich. Jetzt gehen wir erstmal die andere Ecke lang. Okay. Shit. Die hatten doch, wenn ich das richtig verstehe, oh, da unten geht es ja auch noch lang. Da könnte ich gleich auch nochmal hin. Genau. Bei denen reicht schon einer. Sehr, sehr gut. Zack. Okay. Wir können also hier, nee, hier war ich ja schon. Also, wir können hier rechts runter. Oder jetzt können wir ja plötzlich auch wieder links die Treppe runter. Oder rechts, rechts die Treppe runter. Scheiße, die Leiter meine ich natürlich. Jetzt habe ich halt keine Ahnung, was ich hier mache. Jetzt gehe ich erstmal hier lang. Als nächstes gehen wir dann da bei der anderen Seite runter, ja? Da ist ja offensichtlich auch noch eine Gruft. Ja, ihr habt recht. Mike Krieger von Beruf Zauberer. Es passt nicht wirklich. Oh, oh, der ist doch bestimmt krass. Okay. Überraschung! Ich will überhaupt nicht wissen, was der so drauf hat. Ich will es wirklich nicht wissen. Ah, ich habe so viel von dem Shit. Aber leider habe ich nicht die passenden Waffen irgendwie, die ich damit aufläffeln kann. Scharfer Edelstein. Na, steht der nochmal auf? Nee. Haha, das meine ich. Das ist dieses Schiff des Theseus-Analogie. Wenn jetzt die Hälfte von seinen Knochen runterfällt. Genau die Hälfte. Sagen wir mal, ein Arm, ein Bein, ein Kopf. Ja. Wer ist denn dann das Skelett? Sind dann da zwei? Ich weiß es nicht. Ich frage euch. Oder ist das Skelett unten das Richtige? Oder das oben? Wenn du einfach bei diesem Skelett, mit dem anderen Skelett, alles austauschst. Hier den Arm mache ich daran, das Bein da, den Kopf mache ich hier. Linkes Bein kriegt nur einer von euch. Wer ist dann das richtige Skelett? Die müssen das erklären. Das kann doch nicht einfach so ungeklärt bleiben. So, meine Meinung. Digga, du denkst doch nicht im Ernst, nachdem ich deinen Bruder so erledigt habe, dass ich jetzt bei dir ein Risiko eingehe. Ja, und da sagt nämlich der Erste, der Kopf ist entscheidend. Stimmt aber nicht, weil hier ganz schon mehrere Skelette auf mich zukamen, die hatten keinen Kopf. Also, was ist denn dann da passiert? Ersetzen dann zwei Arme, ein Kopf, der Typ hatte auch nur einen Arm. Also, wie viele Körperteile muss man haben, um einen fehlenden Kopf zu ersetzen? Die Ökonomie der Skelett-Magie in Dark Souls 3 ist fragwürdig. Das kann man gerne so klippen und an From Software schicken. Okay, jetzt geht es hier unten immer weiter. Leute, ich habe mich verlaufen. Ich wollte doch erst noch da oben lang. Shit. Okay, bevor ich da runter in den offensichtlichen Riesen-Skelett-Tunnel gehe, schaue ich nochmal hier vorbei, weil das ist ja scheinbar eine Sackgasse. Ach, natürlich. Na, zum Glück bin ich noch schnell rausgekommen, bevor die hier anfangen konnten, in ihrer Ecke gefangen zu nehmen, so ein bisschen. Und einzukerkern zwischen ihren Knochen. Die wären nicht so schlimm, aber wenn die alle auf einmal kommen, kann es das auch schnell gewesen sein. Ich meine, ich weiß natürlich, was ihr jetzt denkt zu dieser ganzen Kopfgeschichte. Hey, ich bin viel auf Twitter. Da sehe ich viele Leute, die funktionieren auch ohne Kopf. Und das stimmt natürlich. Aber, das hier sind ja magische Wesen. Da muss ja jemand dahinter sein, der das alles kontrolliert. Das hat ja Regeln. Magie hat ja Regeln. da, 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 da. Funkelt Titanit. Ja, und jetzt? Was wollt ihr jetzt? Ah, okay, ja gut. So. Exakt, Leute, das ist der Stream, bei dem man sich fallen lassen kann. Du warst offensichtlich, lieber Carnage, bei meiner letzten Session auf den Dächern dabei. Und weißt, was du hier geliefert bekommst. Okay, wir haben ein Problem. Nanu, wer kommt hier gerade wieder? Ihr? Das ist ja lustig. Ihr wart wirklich halt schon weg. Jetzt muss ich gerade mal, ähm, ein paar Sachen machen. Nämlich, meine Magie nachfüllen. Okay. Also ernsthaft, dass der so weit sich rollt, das habe ich nicht erwartet. Der kam ja wirklich gerade irgendwie einen halben, halben Kilometer auf mich zu. Die sind wirklich ganz schön hartnäckig. Kann man nichts sagen. So, meine Frage ist jetzt. Ähm, jetzt habe ich oben den Dungeon entdeckt. Jetzt gehe ich hier nochmal unten runter. Da sind aber auch noch welche, leider, die mich nerven. Und ich habe schon beide Magieflakons benutzt. Das ist natürlich ein bisschen bedenklich. Ah, ne, das waren die von dieser Ecke, wo ich hin wollte. Okay, ich bin quasi einmal so ein bisschen kleinen Kreis gelaufen und habe jetzt hier diese Ecke, zu der ich ja noch wollte, freigelegt. Das hier sieht doch, habe ich die gekillt? Ja, scheinbar schon. Habe ich alle gekillt. Okay. Ich meine, das ist die Sackgasse, aber was war denn jetzt hier? War hier... Ach, ne, genau, da ging es ja hier noch weiter. Shit, jetzt habe ich... Mann! Jetzt muss ich doch nochmal hier gucken, ob ich hier nicht was übersehen habe. Ich habe das Gefühl, ich bin die Leiter runter und wollte später diese Treppe nochmal machen. Okay. Und das ist ja scheinbar diese Treppe und hier bin ich wieder rausgekommen. Okay. So viel... So viel verstehe ich. Aber jetzt gehe ich hier nochmal rechts. Und hier unten lang kann ich auch noch. Okay. Hier komme ich nicht weiter, oder? Wahrscheinlich wieder. Kleine Ecke. Ah, okay. Hier ist das. Das finde ich schon schön bei Souls, dass man... Okay, ich gehe das einmal ab. Dass man doch immer wieder merkt, wie gut die Level gebaut sind. Dass man echt immer wieder überall hin kann und sich immer wieder durch Abkürzungen und ähnliches... Hier ist die Leiter. Okay. Das haben wir also alles. An Orten wieder findet, wo man weiß, ah, okay, ja, ja. Hier hätte ich jetzt auch links gehen können. Und es ist einfach alles sehr schön durchdacht und ineinander aufgebaut und nicht einfach nur irgendwas zusammengewürfelt, damit es halt spannend ist, wenn man durchläuft, sondern es hat wirklich als... als Architektur auch... ergibt es auch Sinn. Obwohl man sich natürlich fragen kann, wer braucht solche riesigen Hallen? Wer hat denn all diese Backsteine hier rausgeschlagen, hier runtergetragen und dann reingestellt? Nur damit das nach tausend Jahren aussehen kann, wie bei Hempels unter dem Sofa. Die ganzen... Warum liegen hier die ganzen Knochen rum? Kommt hier nicht wenigstens einmal eine Putzfrau? Die kannst du doch... Die sind doch noch gut. Da kannst du was draus machen noch. Naja, mir soll es recht sein. Jetzt bin ich schon wieder hier und merke, ich komme hier gar nicht weiter. Ähm, ach genau, okay, da oben ist ja die Treppe. Das ist ja... Hier war ich ja auch schon, habe gemerkt, hier geht es nicht weiter. Die Treppe oben ist es, was ich brauche. Mann! Eben noch gelobt, wie man alles rafft und dann direkt verlaufen. Aber jetzt geht es aber los und weiter. Schwierig. Jetzt kommen von links, rechts überall kommen Schüsse. Was? Was war denn das jetzt? Ihr wusstet das, ne? Ihr wusstet, dass das passiert. Ihr wusstet das. Natürlich wusstet ihr das. Von hinten kommt einfach hier so ein Skelettball. Da kannst du doch nicht mit rechnen. Ihr seid schuld, dass ich die 4000 Seelen jetzt verloren habe. Aber ich verstehe es auch. Deswegen guckt man hier ein Blyderun, weil man weiß, was passiert und sich erhaben fühlen will. Zu Recht. Ist man ja auch. So, ja, ihr sagt, 4000 Seelen sind nix. Natürlich sind die nix, aber ich habe eben schon mal 4000 Seelen und zwar, also zusammen habe ich schon fast 10.000 Seelen hier in diesen Katakomben gelassen. Und das wäre dann doch schon ein Level-up. Ich wollte eigentlich treten. Ich wollte das Treten mal probieren. Nach vorne und R1. Also nach vorne und R1, oder? Ist doch treten. Wir probieren es mal. Ah, okay, das hat geklappt. Ha! Und das Schöne ist, alle seine Kumpels müssen zugucken. Das ist ein Vorher. Okay, jetzt werde ich natürlich die da oben Ach, natürlich kommt der auch noch, ne Jeder hier will nochmal Als wäre ich ein Freizeitpark Bam, Junge Hast du jetzt genug? Kommen Sie wieder, bringen Sie Ihre ganze Familie mit Okay Ich will ja eigentlich hier rechts weiter Oh oh Hat nicht ganz geklappt, aber es war schon okay So, jetzt renne ich erstmal bis zum Ende hier Weil ich nicht wieder runterfallen will Und ich will ja auch noch Energie nachladen Und ich will ja auch noch, ich will ja auch noch, ich will ja auch noch mal Alter, immer noch einer Wirklich, hier sind 20 Skelette Alleine in den ersten zwei Räumen Ich hab nichts dagegen Aber ihr müsst auch verstehen Dass ich euch alle umbringen werde Unfassbar Ja, ihr habt völlig recht Das wäre der perfekte Level für Pöttel Wobei ich sagen muss Wobei doch, Pöttel mag auch Knochen Ach komm, euch kann ich jetzt aber auch Bei der Gelegenheit schnell noch erledigen Pöttel mag auch Knochen Aber da verliert er recht schnell das Interesse dran Dann liegen die nur noch rum Das müssen, finde ich, schon irgendwie Leckerlis sein, da muss schon irgendwie auch Saft drin sein, das muss irgendwie Das kann auch alt und vergammelt sein Aber dann muss es irgendwie so ein alter Eselpenis Oder so ein Hirsch Eine Hirschsehne oder irgendwas sein Irgendwas zum, so Beef Jerky Naturs Beef Jerky So, komm jetzt her Hab ich euch? Hä? Ich hätte schwören können Ich hab euch noch nicht gekillt Aber gut So, jetzt hab ich meinen Shit wieder Sehr, sehr wichtig Nein, der Ball Nein, nicht schon wieder Das ist doch einfach nur unfair Wie komm ich denn da vorbei? Muss ich quasi einfach runterrennen? Ich hab mich doch schon zur Seite gestellt Bei Resident Evil hätte das gereicht Mann, ey Furchtbare Fickscheiße hier Okay, so Diesmal gucke ich mich vorher um Ich weiß genau, wenn ich da runterrenne Warten dann da unten 20 verschiedene Gegner Und ich bin in einer anderen Situation Tja, wenn du so lange brauchst Zum ausholen Das mach ich ab jetzt immer Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Da kommt ihr jetzt doch mal Jetzt will wieder keiner Das ist so heftig Dass der mit dem Mit dem Mit dem Pfeil In dich hineinsticht Keine Muskeln Keine Power Aber das kann er Ich könnte mit dem Pfeil Absolut nix machen Könntest du dich mal Ein Salat essen mit Und der durchbohrt mich Na gut, ich hab natürlich auch wenig an Muss man ja auch sagen Ich bin eine holde Maid Jemand sagt, ich soll einen Shortcut nehmen Ja, würde ich total gerne Wenn ich wüsste Welcher Shortcut das ist Also ich meine Das hier ist doch schon der Shortcut Oder? Aber überall sind halt die krassen Skelette Die einen ja auch nicht in Frieden lassen Die wollen das ja Die haben sich ja schon so angezogen Dass sie für den Kampf mit mir bereit sind Guckt ihr das an Was für ein langes Schwert Die am Start haben Okay Aber ich sammle hier auf jeden Fall Die Goodies Als gäbe es morgen keine mehr Das ist auch cool Komm, 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 komm Das war komisch Haben wir alle gesehen Ist ja unangenehm, ne? Okay So, jetzt sind wir ja gleich wieder da Alter, was ich für Titanscherben habe Kurz mal gucken Hier will ich nochmal lang Ach nee, das war ja Das war das Oder? Da war die Treppe Da ist die Treppe, genau Und ich will ja hier lang Ja, die große Frage ist Was mache ich hier? Und ihr sagt immer Schaut euch in der großen Halle nochmal um Da werde ich gleich nochmal Du kannst am Anfang von der Brücke Auf den Pfeiler runterrollen Okay, ich verstehe Okay Ich nehme an Ich soll nach unten rennen, oder? Aber dann will ich dieses Skelett Ach, wie geil Es lässt sich nicht Ich meine Kann ich runter und dann Kurz andocken Und dann wieder hoch? Okay Ich renne runter Ich kenn dir mal, Thomas Stuhl rein Nein Was? Der geht nochmal zurück Der kommt nochmal zurück Sag mal, sei denn Und soll nicht bekloppt Das ist physikalisch Doch gar nicht möglich 9000 Seelen Und ich krieg sie nicht heim Dabei wollen sie doch Bei mir sein Ein dummer Fehler Und die ganzen Seelen sind weg Ihr habt es genau gesehen Ihr habt genau dasselbe gesehen Wie ich Das wäre halt auch wieder So perfekt passend gewesen Jetzt habe ich schon wieder Nicht den Shortcut Ja genau Besser ist das Jetzt ist er weg Hey, ich brauche dringend Ich muss eine andere Ich bin welche Dann geht es um Ich bin johin Ich bin Ich bin Ja, indem ich das Video klein Das Video Ich bin Ich bin Ich muss zugeben, das ist ganz schön scheiße gerade. Eine Stunde, ich bin keinen Meter weitergekommen. Oh! Nach dem Feuer... Was? Was ist... Wo? Hä? Was? Du scheiß Kerl. Läppische Scheiß. 800 Seelen, ey. Okay. Nach dem Feuer rechts, nicht links. Das ist der Shortcut. Okay, wir gucken da mal. Wir gucken uns das mal an. Okay. Okay, nach dem Feuer. Hier vielleicht irgendwo runter. Hier. Hier? Ach du Scheiße. Da ist ja wirklich ein Shortcut. Und der ist ja voll easy. Easy, easy, schmiesen, easy. Ey, ich will ganz ehrlich sein. Es macht mich richtig. Es zieht mich derbe runter, dass ich da 10.000 Seelen verloren habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Es ist wirklich ärgerlich. Es fuckt mich selbst ganz am meisten ab, kann ich nur sagen. Aber jetzt habe ich immerhin hier diese Ecke gefunden. Das ist nicht so gut, wenn du drei Meter bist. So. So. Curtis Chairwalk. Danke für dein Abo. Das ist das Einzige, was mir noch Freude macht. Nein, 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 nein. Hahaha. Mein Freund, der Ball. Kravems. Kravems. Geil. Das ist aber auch wirklich nur fair, dass ich diese ganzen beschissenen Seelen alle wiederbekomme. Auf die eine oder andere Art. Aber was mache ich mit diesem Ball? Kann ich den auch killen? Nö, oder? Und wie kriege ich das leuchtende Ding jetzt? Muss ich dazu den Ball töten? Nee, also hauen kann ich den nicht. Haha, was ist denn mit dem los? Steht er da mit seinem Helm in der Ecke? Oh, ich wäre auch gern beim Ball gewesen. Unten. Ah. Seht ihr? Oh, oh, das ist gut. Das will ich haben. Geil, ein Knochensplitter. War das grad ein Untoten, ein Knochensplitter? Der ist super wichtig. Habe ich da grad was richtig Geiles bekommen, oder? Da kriege ich ein extra Estus oder so. Ja, ich glaube schon, ein Estus wird stärker oder so. Nice. Große Titanscherbe. Hier kommt der geile Scheiß im Sekundentakt. Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen versöhnt. Jetzt bin ich wieder ein bisschen versöhnt. Jetzt bin ich wieder ein bisschen versöhnt. Ganz im Ernst. Auch wenn es immer noch weh tut mit den Seelen, aber viele von euch sagen ja auch, ach, das ist alles egal und das ist ja gar nichts. Und das stimmt auch, aber naja, ein Level abhaben oder nicht haben, das tut schon weh. Vor allen Dingen, wenn man so dumm es immer wieder neu verkackt. Aber ich verstehe auch, dass das nun mal der Plan ist hinter Dark Souls und auch zwischen den Leuten, die zugucken. Ihr wollt das ja. Aber es ist teilweise auch wie dieser Ball und so. Du kannst es ja gar nicht wissen. Du kannst es ja überhaupt nicht wissen. Und warum kommen da jetzt noch zwei, zwei Glupschgeister raus? Himbeerbonbon, Himbeergeister. Genau so wirken die. Himbeergeist. Du auch? Nee. Es erinnert mich hier in diesen ganzen Arealen sehr an Nioh. Nioh, weil einfach Nioh ja auch sehr viel mit diesen ganzen Elementen spielt, auch mit, gerade viel mit Skeletten, gerade auch viel mit diesem Ball aus Skeletten. Den gibt es häufiger. Wobei da ist es ja eher so eine Art Feuermotorrad, aber es ist schon dasselbe in der Idee. Und auch diese Geister kommen da häufig vor. Ey, hör doch mal auf jetzt. Sind das so eine Geistergranaten oder so, gefühlt, ne? Ganz komische Waffe. Pass mit den Tonkrügen auf, da sind magische Fallen drin. Also wenn ich, also wenn ich da zu haue, kann ich dann dabei sterben. Das will ich dann natürlich nicht machen. Aber da sind doch sicher auch geile Items drin, oder? Nur in den kleinen, das ist ja interessant. Na toll. Konnte ich ja jetzt gar nicht ändern, ne? Also ich mach jetzt mal nur die großen kaputt. Um durchzukommen auch nur. Oh oh, das war ein kleiner. Ah. Haben wir den Leuchtlurch von gestern schon abgeholt? Gute Idee, Kenzie. Nein. Den werde ich mir heute noch holen. Denn ich habe ihn einmal verschreckt und dann nicht mehr bekommen. Und das nächste Mal, wenn ich an einem Leuchtfeuer bin, müsste ja hier gleich eins sein, gucke ich mir das gern mal an, dass ich zurückgehe an die Stelle und mir diesen Leucht noch hole. Ich muss ohnehin auch ein paar Sachen machen. Was? Ach, okay. Jetzt verstehe ich, wo die Dinger herkommen. Die sind in diesen Turmkrügen. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, wie habe ich die denn gerade zerstört? Haben die die anderen zerstört eher, oder? War das jetzt auch noch eine Falle? Es geht ja gerade hier richtig ab. Ach ja, da ist hier dieser Fallen-Button. Da könnte ich die eigentlich reinlocken, ne? Müsste ja eigentlich gehen. Ach, das mache ich so. Gut. Und ich muss auch mal diese ganzen Scherben und den ganzen Kram mal benutzen. Die Scherben der Schergen muss ich auf jeden Fall mal austesten und installieren. Okay, der wirft so Granatsche, Geister-Granatsche. Ah. Shit. Das werde ich nicht machen. Mich jetzt hier frontal ihm gegenüberstellen, weil ich möchte ihm schön von hinten einen unfair in den Rücken brezeln. Gute Frage. Schaut Simon heute um 23 Uhr den Ghostwire Tokyo-Stream? Also, wenn ich bis 23 Uhr streame... Oh, komm! Wenn ich bis 23 Uhr streame, ja, dann kann ich mir das vorstellen. Jawohl. Da hat mir die Falle enorm geholfen gerade. Danke für den Tipp. Jetzt ist wirklich mal Zeit für eine Glut. Die tut mir gut. Oh, da guckt euch den langen Energiebalken an. Der kann die ganze Nacht, mein Kämpfer. Der kann die ganze Nacht. Schnitt zwei Minuten später. Ah! Jetzt bin ich da einfach durchgerannt. Wie ein Vollidiot. Da ist die Glut wieder. Okay. Hier runter? Ist das eine gute Idee? Ich will doch eigentlich dieses Dings, was mir gezeigt wurde, wieder haben. Das Bomben-Monfire. Der rollt doch auch wieder zurück, oder? Geil. Ah, geil, oder? Die Augen auch in diesem Ball. Das erinnert mich total an... Eigentlich an ganz viele Sachen. Aber vor allen Dingen an Critters. Critters waren in den 90ern diese kleinen, runden, flauschigen Monster. Die auch nicht, anders als die Gremlins, nie süß waren, sondern immer gemein und eklig. Die alles fressen. Können so Stacheln schießen aus ihrem Fell raus. Und da gibt es auch einen Moment, wo sie so ein Dorf angreifen. Und dann gibt es einen riesigen Ball aus kleinen Bällen, der dann einfach über alle drüber rollt. Und dann gibt es eine Szene, die fand ich immer mega schlimm. Der rollt dann einfach über so einen Typen drüber und der wird so abgebissen. Und am Ende bleibt wirklich, während der so einmal drüber rollt, bleibt am Ende nur noch so ein rotes, dampfendes Skelett übrig. Total geil. Könnte man auch mal wieder remaken, finde ich. Also die ganzen geilen 90er-Filme. Das Einzige, was ich nie gut fand, war, dass die Critters irgendwie irgendwann im zweiten Teil gesprochen haben. Und so eine eigene Sprache hatten mit Untertiteln. Das fand ich ein bisschen zu blöd. Ich fand den Horror-Aspekt eigentlich immer besser als den Comedy-Aspekt. Ja, okay. Ich habe natürlich jetzt gewartet, weil ich dachte, der explodiert vielleicht auch. Aber das scheint nicht zu passieren. Was? Da ist Leonardo DiCaprio dabei? Ernsthaft? Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich weiß alles, aber das wusste ich nicht. Okay, der rollt unendlich. Na gut, dann rolle ich hinterher. Sie sehen mich rollen. Sie hängen. Jetzt muss ich gerade noch mal was gucken. Und zwar dachte ich, dass man hier noch rein kann. Ja, da ist noch was. Geil. Wäre ich beinahe dran vorbeigelaufen. Stimmt, der war in zwei oder drei, ja? Sagt ihr gerade. Krasse Scheiße, sage ich dazu. So. Gerade mal gucken. Habe ich vielleicht mal irgendwas Rüstungstechnisches, was mir hier besser helfen würde? Ja, ich bleibe mal hier bei dem Ding. Bei dem Ding. Und bei dem Ding. Mir hilft es ein bisschen mehr. Es ist natürlich Fashion Souls. Sieht jetzt nicht mehr ganz so lustig aus. Aber gibt mir. Im Moment habe ich eine Fat Roll. Ist das eine Fat Roll? Nein. Das ist eine Mid Roll. Die ist okay. Jetzt kommen die großen 80er, 90er Jahre Filmtipps hier. Lengoliers zum Beispiel, ja? Ein Fernsehfilm basierend auf einer Geschichte von Stephen King. Kommt mir auch gerne mal in den Sinn. Ist allerdings, finde ich, schlecht gealtert. Glaube ich zumindest. Aber die hatten auch überhaupt... Also die Effekte waren damals schon furchtbar. Aber die Idee ist immer noch toll. Und Lengoliers an sich ist auch eine geile... Also es ist eine geile Geschichte. So. 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 Okay. Zwei Ratten sind noch übrig. Ja, hast du gemerkt. Ich meine dich. Ratte. Ja, wer in der Kanalisation lebt und scheiße frisst... Darf sich nicht ärgern, wenn er Ratte genannt wird. Komm jetzt hier mit einem Rumgeschwebe. Der ist ein Skelett, der gerne mehr wäre. Guck dir das an. Hat er sich hier an die Hüfte, hat er sich so einen Scheiß drangenagelt. Irgend so ein Ornament. Hat einen Umzug, einen Umhang angezogen. Und Stelltchen und ist was besseres. Und all die anderen Skelette reden schlecht über ihn. So. Ja, hier. Ey, der schon wieder, ne? Ja, jetzt denkt er hier mit seinem Umhang. Wäre er irgendwie das krasse... Der krasse Super-Skelett-Monster-Endgegner. Komm, wir rollen lieber weiter mit dem Ball die ganze Zeit hoch runter. Das ist doch viel besser. Was machst du denn? Der wollte seinen Hut schützen. Jawohl, in der Ecke. Da muss man ihn haben. Na, guckt ihn euch an. Jetzt muss ich kurz gucken. Oh, da habe ich wieder Asche zum Abgeben. Geil. Das ist gut. Da freut sich, glaube ich, der... Der Schmied. Die sind doch schon wirklich heftig. Also, die sind so schnell und wuselig. Da kannst du wenig machen. Ist mir gerade aufgefallen. Also, du kannst natürlich immer was machen. Aber gerade, weil das Schild halt irgendwann die Ausdauer frisst, fand ich schon schwierig. Das Geile ist, wenn man die überrascht, dann kommen die nicht auf die Beine. Und dann ist es doch sehr leicht. Magie ist in diesem Fall extrem hilfreich. Oh, oh. Ich bin diese zweite Treppe nach unten immer noch nicht gegangen. Das habe ich gerade auch gemerkt. Aber ich weiß auch gerade noch nicht, wo ich jetzt hier am besten als erstes lang gehe. Okay, komm. Oh, was hat der eine auch für ein Glück. Oh. Was ist der mit dem? Warum wird der nicht getroffen? Na gut, jetzt gleich, wenn der näher kommt. Haha. Das ist ihm einfach völlig egal. Dumm, du dumm. Geht er um die Ecke. Jetzt komm, jetzt lass dich doch mal treffen. Du willst das doch auch. Ja. Scheiße. Er bleibt einfach da stehen, ne? Okay. Genug davon. Da kommen wir ja eh noch hin. Und dann schnapp ich ihn mir. Okay. Große Frage ist für mich jetzt, ob ich die... Ob ich diese Treppe da runter gehen soll. Mit, naja, nur noch einem Estus. Na ja, man weiß ja nie, ob nicht vielleicht dahinter schon das nächste Monfire oder eine komplett leere Wand auf einen wartet. Ah, eine Hologrammwand. Da würde ich gerne mal die Rechnung der Handwerker sehen. Da würde ich gerne mal die Rechnung der Handwerker sehen. Was sieht da so? Eine Hologrammwand. Installation 50 Euro. Das ist ja krass. Okay. Ha, du Krabbe, bist hier ganz einsam mit mir allein. Tut mir leid für dich. Oh, oh, Riesenratte. Bäh. Die hatte schon so Rückenherpes. Ich frage mich, was die Geschichte hinter dieser einen Krabbe ist. Äh, so viele Leichen. Was genau machen die denn mit den Leichen? Wenn du so viele hast, dass du so in der Krypta, in der Ecke stapeln musst, dann musst du mal ein bisschen selektieren. Dann bist du eher so ein Leichenhorder. Ich weiß übrigens überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Kann man ruhig auch mal sagen. Also die sehen jetzt aber wirklich aus... Die sind ja wirklich exakt so in... Neo. Genau so. Ah! Okay, okay, Blob. Also der Blob geht mir echt auf den Sack. Die mag ich überhaupt nicht. Frag mal die Franzosen mit ihren Katakomben. Ja, das stimmt. Da gehen ja auch regelmäßig Leute verloren, weil sie sich in diesen Katakomben, ähm, ja, verirren. Und es ist super, also ich will nicht sagen spannend oder interessant, es ist eher so morbide, aber total interessant, weil es gibt auch Fotos von Leuten, die irgendwie nach Jahren gefunden wurden, zufällig, die da einfach verwundert sind, weil sie irgendwie nicht mehr rausgefunden haben. Ein absoluter Albtraum. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als in einem dieser französischen Katakomben irgendwie verloren zu gehen. Das ist mir richtig krass, finde ich. Das ist mir ja auch. Und ich weiß nicht, wie ich bin. Ich weiß nicht, wie ich bin. Das ist mir richtig. Das ist mir richtig. Ich weiß nicht, wie ich bin. Das war's. Ha! Nein! Das wollte ich nur wirklich nicht. Von innen ausgelutscht. Lassen Sie mich. Jetzt aber. Alter, was gibt's denn hier aber auch viel? Jetzt hab ich wirklich bald keine... Jetzt hab ich schon keine Energie mehr. Scheiße. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Äh, mir diesen einen... Die... Diese eine Glitzer... Das ist eine Glitzervieh mir noch besorgen. In einem anderen Areal. Oh Gott, bitte jetzt nicht ein Ball oder so. Das war klar. Ich hätt natürlich nach oben gucken müssen. Ne? Ist klar. Hab ich nicht gemacht. Und gleich gönne ich mir jetzt noch schnell mal ein wenig Glut. Gut, dass ich davon immer so viel habe. Ach, geht ja nicht mehr. Hab ich ja schon einmal. Okay. Komm. Machen wir den Homeboard Beacon. Erstmal zum Leuchtfeuer der letzten Rast. Puh. Jetzt wird im Chat diskutiert, ob Magier eine valide Klasse ist. Ich sage dazu, bei einer Reihe, die jetzt drei Teile hat und in allen drei Teilen gibt's einen Magier, würde ich sagen, definitiv. Ich würde sogar sagen, in Demon's Souls ist die Magierklasse die unterlegene Klasse. Ach ja, da ist das Ding. Also in Demon's Souls ist es eher schlecht, einen Magier zu nehmen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es hier jetzt mega einfach wird. Ich bin einfach nur wahnsinnig gut. Aber die Magierklasse hat natürlich schon Perks. Aber dafür habe ich halt auch Fails. Also ich meine, ich habe ja auch Buffs sozusagen. Ne, Debuffs oder wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich die Gefahr, dass ich im Nahkampf sehr schwach bin, dass ich viele Waffen nicht benutzen kann. Dafür habe ich Fernangriffe, ja. Aber ich finde eben, ich bin eigentlich ganz, ich finde es ist ganz fair und ich bin ganz zufrieden mit meiner Auswahl. Ossinator, danke für dein Abo. So, dann werde ich jetzt kurz mal zum Feuerbanschrein reisen. Nochmal gucken, ob ich ein paar Seelen nutzen kann. Und mir endlich noch ein Level abhole, damit ich das nicht wieder verliere. Weil hier ist schon, in diesem Katakomben muss ich ehrlich sagen, habe ich schon Angst, meinen Shit zu verlieren, weil du nie weißt, was als nächstes kommt. Ach, kann ich ja jetzt noch nicht. Okay, muss ich erst. Mach ich, mach ich, mach ich. Aber erst mache ich die anderen Sachen. Denn die kosten ja potenziell auch nochmal Geld. Moment, habe ich hier eine Fettroll? Ach, wegen dem, wegen der Fackel. So, jetzt gehe ich erst mal, oder? War das die Fackel? Ja. Komm, gib es mir. Ne, ach, das waren die Knochen. Okay, dann machen wir das gleich. Mal gucken, was ich habe. Leider fehlt mir immer noch ein Funkeltitanit. Aber immerhin habe ich zwei oder eins. Also auf jeden Fall habe ich welche bekommen. Hier ist mein Rapier. Könnte ich mir eigentlich auch nochmal mit einer großen Scherbe einfach weitermachen. Warum eigentlich nicht? Ja, okay. Und dann nutze ich den jetzt auch mal mehr. 217, wohingegen hier das andere Schwert hat weniger. Also das hat jetzt, wobei knapp 200. Und das hat 217. Hier sind auch eigentlich wenige. Also alles sieht ganz gut aus, wenn nicht. Also ich könnte das durchaus eher mal nehmen. Langsam. Vielleicht sollte ich nochmal den Rapier auch noch durchwirken. Wenn ich das nicht schon habe. Also den hier, Krudes Rapier. Habe ich den schon durchgewirkt? Nein. Aber dann verliert er ja auch wieder was, oder? Plus 5, 200. Na, wenn ich den durchwirken lasse, habe ich jetzt aber nur verloren. Nö, warum soll ich denn das machen? Guckt euch das mal an. Ne, das lohnt sich nicht. Vielleicht lohnt sich das, wenn man ganz neue Waffen holt. Okay, ich habe noch einen. So, nochmal gucken. Guckt. Ah, erstmal geben wir die Asche her. Aber dann müsst ihr ganz kurz weggucken, denn ich werde eine Glut verkaufen. Vielleicht auch nicht. Je nachdem, wie viele Seelen-Checks ich habe. Lass diese Asche bestellen. Ich hoffe nur, dass diese neue Waffen mich erinnert. Ich hoffe, dass ich das nicht sehe. Hahaha. Okay. Jetzt verkaufe ich noch ein bisschen was. Grüße auch an Binary Bonnie, der gerade ein Abo dagelassen hat. Danke. Ah, okay. Wir warten erstmal. Hier habe ich... Wie viel habe ich? Das große Seele und die Seele. Naja, das reicht nicht ganz wahrscheinlich. Das ist alles, was euch interessiert. Seelen, Seelen, Seelen. Ey, hast du eigentlich Seelen dabei? Keiner fragt, wie es mir geht. Keiner sagt, ey, das war krass mit den Skeletten. Ich habe zugeguckt. Nein. Seelen, Seelen, Seelen. Mann, war das lame. Tausend. Dafür bin ich bis in diesen Drecksumpf in die hinterste Ecke gelaufen. 13.000. Das ist doch mal was. Da brauche ich gar nichts verkaufen. Kann ich vielleicht irgendwas... Was ist das? Okay, einfach nur immer wieder Glut. Brauche ich, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Hm. Vielleicht eine kleine... Ich muss mal gerade gucken, was eine kleine Titanitscherbe... Die hilft mir aber, glaube ich, nicht hier bei irgendwas. Da, Funkeltitanit... Und große, ne, okay. So, jetzt werde ich noch die Knochen schnell benutzen. Mir mein Level abholen. Dann geht es gleich weiter. Ich kann meinen Stab aufleveln. Ja, das Problem ist... Ähm... Ich kann meinen Stab scheinbar nicht aufleveln. Weil ich den nicht... Habe ich den hier? Ich finde den nicht im Menü. Ich dachte, okay, das hat einen Grund. Ich finde auch mein Eisschwert nicht. Na, natürlich gut. Seht ihr? Der Stab ist gar nicht da. Ich nehme deshalb an, dass ich den Stab... Ach, da ist er. Ich habe ihn ja auch schon mal aufgelevelt. Okay. Dann machen wir das natürlich. Wow! Boi-o-oing, boi-o-oing, boi-o-oing. Habt ihr das gesehen? Da habe ich einfach mal ultra aufgelevelt. Plus drei. Weil ich es kann. Ja, wie geil! Hat auch ein bisschen Geld gekostet. Willkommen zurück, Spiegel. Sehr gut. Dann hat er mich. Mädel, hast du gesehen, was ihr... Ah, jetzt brauche ich natürlich... Jetzt muss ich doch... Muss ich eventuell doch Glut verkaufen. Aber das ist okay. Guck mal, Vogel! Ah, da habe ich doch noch Geld gefunden. Brauchte ich doch nichts verkaufen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ach, komm, jetzt wird es aber lächerlich. Sehr gut, Aschen. May die Flamme. Ah, was kann man hier verkaufen? Was mache ich denn? Zermahlen für vorübergehend bestes Finderglück. Finde ich eigentlich gut, aber muss ich die essen? Oder muss ich die vorher noch vermalen? Oder wie läuft das? So, die kann ich alle verkaufen. Die bringen ja aber auch nicht viel, wenn ich mal ehrlich bin. Oh, ich brauche mal einen neuen Homeboard-Bone auch. Seid nicht sauer? Ne, mache ich nicht. Ich verkaufe alles über 15. Über 15 Glut wird verkauft. Ich brauche die ja nicht ständig benutzen, aber manchmal nutze ich sie schon ganz gerne. Sehr gut. Dann, Toph Higg. Okay, so, endlich. Das haben wir uns hart erkämpft, ne? Jetzt alles auf Intelligenz. Und dann bringen wir auch mal Vitalität und Zauberei auch auf Level 25. Und dann gucken wir mal weiter. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen Plan und auch was zu tun. Was könnte man hier noch machen? Nö, jetzt habe ich doch alles. Die Knochen noch. Ne, also es gibt schon viele Items, die ich nur noch nicht genutzt habe. Die ich aber schon vorhabe, irgendwann mal zu nutzen. Okay, so. Jetzt gehen wir gleich wieder in die Katakomben von Carthus. Und bevor wir aber das machen, muss ich mir kurz einen Kaffee holen nochmal. Oder eher einen gemütlichen Family-Cappuccino. Was sagt ihr noch? Die Klinge upgraden. Die Klinge updaten. Okay, komm, das machen wir noch. Dann machen wir kurz noch, weil da weiß ich jetzt nicht, was ihr meint. Die Klinge updaten. Was heißt das? Was heißt? Die Klinge updaten. Moment. Welche Klinge? Da habe ich, da fehlt noch was. Da fehlt mir noch Funkeltitanit. Parierdolch werde ich nicht aufleveln. Und krudes Rab hier. Habe ich ja große Titanscherben, brauche ich. Du meintest, du hättest sie nicht gefunden. Die Klinge updaten. Ich weiß nicht, was ihr meint. Was ist denn updaten? Grüße an Beowulf, 1989. Zehn Jahre jünger als ich. War, wo ist nur die Zeit hin? Moment, da fehlen nur Seelen. Aber ihr seht doch ein rotes, eine rote 4. Das heißt, ich habe zu wenig Funkeltitanit, oder? Ich brauche 4. Und hier brauche ich 2, habe aber 18. Hier, ne? Also ihr seht schon. Ich hoffe, dass ihr mir jetzt gerade das Richtige gesagt habt. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt hier ein Funkelt ist. Genau, es braucht noch 1. Du brauchst 4, hast 3. Okay, dann sind wir uns also einig. Weil ich weiß gerade verwirrt, ob ich was falsch gemacht habe. Dann machen wir das also gleich. Vorher machen wir Kurzwerbung. Ein kleines Minütchen, 3 Minütchen. Ihr werdet es aushalten. Und dann sind wir weiter, gehen wir weiter durch die Katakomben, durch die düsteren, finsteren Katakomben von Dark Souls 3. Es wird wirklich die Krypta, also die ganze Kathedrale ist ein einziger Horror. Die Innenräume sind scheiße und viel zu gefährlich. Ein Riese, wer stellt denn ein Riese ein? Das ist doch voll blöd. Du musst die ganze Riese als Butler. Zwei Riesen als Butler. Völlig wahnsinnig. Das ist schon mal das Erste. Als Zweites war da noch die Dächer. Wer macht denn überhaupt die Dächer begehbar? Und wenn er sie begehbar macht, warum legt er da einfach nur irgendwelche Bretter hin? Warum nicht mal ein Geländer? Wie wäre denn das mal? Geländer. Da kannst du es auch viel besser vermieten. Da will doch keiner wohnen. Und dann noch unten die verdammte Krypta mit euren 100.000 Leichen im Keller. Ihr habt wirklich Leichen im Keller. Die From-Software-Entwickler haben so viele Leichen im Keller. Ich sag's euch. Wir sind da aber gleich durch. Durch diese Welt. Denn jetzt fängt eine neue an, habe ich das Gefühl. Naja, wahrscheinlich nicht. Es geht auf jeden Fall tief nach unten. Wir holen uns kurz einen Kaffee. Und euch sehen wir wieder in drei Minuten. Und währenddessen könnt ihr euch mal die Katakomben in Frankreich, ich glaube es ist sogar in Paris, könnt ihr die euch mal angucken. Da gibt es ein paar echt, echt furchterregende, aber auch ein paar mobile Bilder über diese, ja, endlosen Tunnel, in denen sich immer wieder Leute verlieren. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns in drei Minuten wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 muss ich mal ehrlich sagen. Und das ist es schon. Und ich arbeite und bin weiter Team Rocket Beans und arbeite weiter für Rocket Beans. Bin weiter Gesellschafter bei Rocket Beans. Haben wir alles mehrfach durchexerziert und erzählt. Kann es aber natürlich auch gerne immer wieder noch mal erwähnen. Für die Leute, die sich Sorgen machen, braucht ihr nicht. Der 3 Ender Reel ist jetzt auch schon zwei Monate da. Hat gerade eben sein Prime Abo gefunden. Vielen Dank. Jetzt haben wir das gemacht. Leider war es nicht so toll. Und jetzt aber gehen wir wieder weiter in der Story. Ihr könnt mir kurz mal eine Sache sagen. Ihr müsst mir nichts spoilern. Ich will nicht wissen, wo ich hingehen muss oder so. Aber mich würde mal interessieren, ob in den ersten 3 Maps jetzt auch noch neue Gebiete sind und ich die vielleicht wirklich nur nicht gesehen habe. Weil bisher sieht man ja, dass die Karten eigentlich immer weiter gehen und ineinander übergehen. Und deswegen frage ich mich gerade, wie das jetzt bei den ersten 3 Teilen ist. Ersten 3 Maps. Oh, danke auch Volimus89 für dein Abo. War das richtig? Ist das falsch? Es war falsch. Na ja, trotzdem noch geschafft. Okay, jetzt muss ich natürlich erst mal gucken, wo ich überhaupt weiterlaufen will. Oh, apropos, weil es gerade gesagt wird. Es gibt übrigens neue Emojikins mittlerweile. Es gibt noch viel, viel mehr. Es wird auch so Gesichtsemotes und alles geben von mir. Aber es wird auch noch, sag ich mal, ein paar normale, gemalte Emojikins geben. Ein paar gibt es ja auch schon. Jetzt sind noch Socken dazu gekommen. Aus irgendeinem Grund ist Instinkt 3 großer Fan von Soko. Und deswegen meinten sie, müssen wir unbedingt Socken dabei haben. Naja, es passt ja. Dann wird noch Käse wird noch kommen. Ein Bitcoin-Logo mit Mon-Style oder so. Es wird auf jeden Fall noch ein paar Emojikins geben. Ah, nee. Das war die Ecke. Ja, doch. Ich glaube. Oh, shit. Falsch. Gezaubert. Verzaubert. Warum rennt der weg? Schon vorhin weggerannt. Beim ersten Mal. Es wird auch ein Pödel-Emoji geben. Ja, ja. Also all diese Sachen sind schon gemalt worden und warten eigentlich nur noch auf die Implementierung. Ein paar, wie gesagt, seht ihr ja auch immer wieder mal. Alter, was kriege ich denn hier ab? Das ist aber nicht geil. Naja, das war ein bisschen weich abgelenkt, aber da war ich jetzt auch zu... between a rock and a hard place. Kaffee soll kommen. Krake. Ja, das werde ich mir noch merken. Habe ich noch nicht angestoßen, aber Kaffee und Krake, ja. So. Ha! Deine Rana-Werbung ist mega geil. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir ganz sicher nicht, Gilgamesch. Da lügst du aber ganz frech. Die kann niemandem gefallen. Aber, ne, das bezahlt die Miete. So. Cozy Jones, äh, auch danke für dein Abo. Jetzt war der so schnell da. Das letzte Mal kam er so langsam. Okay, komm. Ja, komm doch runter. Ja. Wie der gerne einfach da oben rumturnt. Ja, du bist ein ganz beweglicher. Soll ich dir was zeigen? Ha, 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 ha. Ah! Ja, jetzt kannst du plötzlich, kannst du die Treppe benutzen, ne? Ne. Ja, komm ey, wirklich auf die 2000 Seelen scheiße ich. Ich, ich wollte jetzt eher mit dem rumspielen, aber der ist ganz schön eklig. Lasagne Rollmops, danke. So, jetzt laufe ich mal ein bisschen weiter und kümmere mich jetzt nicht um die, um die Dudes. Mann, ich habe es jetzt dreimal gemacht. Ich dachte irgendwie immer noch, das kannst du schaffen. Aber nein, man kann es nicht schaffen. War das der Dude, der mir eben die ganze Zeit dazwischen kam? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er da was mit zu tun hatte. Oh, das ist neu. Habe ich das letztes Mal das gar nicht gesehen? Oh, la, 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 wie geil ist das denn? Der Simon hat einen Geheimgang gefunden, der gar nicht so geheim war. Und darin ist ein Funkeltitan. Du Sau! Warum entkommt der denn jetzt so schnell? Ich habe ihn ja doch gekriegt. Okay, aus dem Jenseits, weil er wusste, dass es nur fair ist, habe ich noch sein Item bekommen. Ja, und wieder habe ich gemerkt, bei diesen ist das Schwert King. Behebt alle Rückenprobleme. Direkt HBS-Störung aufgehoben. Was? Ich hätte schwirren können wir jetzt durch. Okay, immer erst mal diese vermeintlichen Kleingänge. Wobei, das hat sich auch wieder rausgestellt. Ist gar kein kleiner. Schwarze Käfergeschichten. Okay, die teilen sich hier langsam wieder zusammen. Das soll mir recht sein. Nur zwei? Na, ich wollte... Ich wollte einfach mal parieren. Mann! Immer zu lahm. Ich muss es bei denen einfach lassen. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann total gut verstehen, dass From Software gesagt hat, wisst ihr was, wir machen nochmal ein Spiel nur mit parieren. Wie wäre denn das? Ich glaube, so ist es gelaufen, wirklich. Und das ist wahrscheinlich jetzt eine Abkürzung. Hat auf jeden Fall Look & Feel eine Abkürzung. Ach was? Ist der Ball jetzt hier? Hahaha! Oh, Moment! Ich sollte ja rollen. Stimmt ja. Ich rolle. Tschüss! Hahaha! Wie geil, Alter! Ach, Mann! Ach ja, hier lang erst mal. Danke, NextK, für deine netten Worte zum Thema Streaming und dass es der richtige Schritt ist und dass es auch der notwendige Schritt ist. Genau so sehen wir das ja auch. Ja, da kann man natürlich auch andere Meinungen zu haben. Das werde ich natürlich immer akzeptieren und so. Aber ich muss sagen, dieses Streaming, von dem jetzt alle reden, das war wirklich mehr als notwendig, dass wir das mal machen. Da haben ja selbst die Leute, die uns nicht so mögen, gesagt, die raffen das Twitch-Game nicht, die müssen alle anders streamen, die müssen Kooperationen mitmachen, die müssen sich mit den Streamern verbünden. All das machen wir ja jetzt und es läuft auch gut. Insofern haben wir eigentlich auch nur gemacht, was zum Teil auch schon lange gefordert wurde. Natürlich nicht immer von allen, ne? Es gibt immer die Hälfte, Leute fordern was. Die andere Hälfte findet es nicht so geil. Was? Oh, komm! Ich hab's kommen sehen, ne? Man hat's kommen sehen. Was? Oh, komm, du kannst du nicht hier schon abstürzen! Ich wollte extra nicht auf die Brücke gehen. Ich wollte extra nicht auf die Hängebrücke, weil ja noch diese Warnung war mit dem Abstürzen. Aber ich war doch noch... Ich war doch am Anfang! Ah, gut. Das lief jetzt eigentlich ganz gut bis hierhin. Und dann ging's nach unten, bergab. Ja, geil. Hilfe! Oh! Ähm, da ist die Abkürzung, oder? Ja. Danke, Leute. Alle... Alle sagen mir Gesundheit. Meine Frage wäre jetzt, soll ich hier einfach drüber rennen? Aber dann sterbe ich doch. Soll ich da einfach... Kann ich da so einfach drüber rennen und schnell sein einfach? Ja. Wie lustig, die alle links unten... Äh, springen die jetzt in den Untergang? Oder ist es eher so... Okay. Das ist cool. Das ist irgendwie cool. Und der letzte Kopf rollt auch noch. Ja, schade. Hätte ich jetzt gerne... Kann ich hier runterklettern? Alter! Okay, jetzt muss ich kurz gucken. Ich kann da auch runterklettern. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich aber vorher noch mal schauen, was hier kommt. Das sieht mir nämlich aus wie eine Abkürzung oder wie ein Endboss. Okay. Das ist auf jeden Fall die Tür, die ich mir aufhebe. Jetzt gehen wir erst mal runter. Das ist so toll, wie die alle hier rumliegen. Als hätte ich irgendwie... Ich komme mir zuvor, als hätte ich was richtig krasses gemacht. Aber das ist halt einfach von den Entwicklern so geplant. Genau so und nicht anders. Und ich habe es ja auch erst mal falsch gemacht. Wart! Ich schlag dich! Zu breit! Scheiße! Im Gegenteil. Der ist hier der George Foreman Grill. Ja. Nein. 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 Nein, nein! Oh. Jetzt will er rückwärts die Treppe runter. Nein. Jetzt wird er sauer. Roter Mann ist wütend. Kann ich denn mal in Ruhe? Kann dein Mann hier nicht mal in Ruhe trinken? Der ist so wütend. Der macht schon seine Feinde, seine Kollegen kaputt. Du bist ein ganz schlechter. Über dich habe ich nur Schlechtes gehört bei HR. So. Oh. So. Oh. Musik. Okay. Oh. Wie der eine seinen Kopf noch so aufsetzt, ach das ist einfach geil. Ich habe ihn gehört und habe gewusst, was passiert, aber ich dachte irgendwie, der ist weiter weg. Scheiße! Wenn ich nur ein bisschen schneller zaubern könnte, das wäre schon gut. Einfach ein bisschen schneller zaubern. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich meinen Stab aufgelevelt habe und gleichzeitig alles in Intelligenz gesteckt habe. Weil guckt euch mal, wie viele Seelen ich hier gerade in kürzester Zeit gesammelt habe. Natürlich, da ist ja auch noch dieser Dämon gerade gewesen. Jemand sagt, ich soll hochgehen, folge dem Gang, da ist eine Truhe und wahrscheinlich ist da eine Truhe-Truhe. Da gehe ich später hin. Obwohl ihr sagt, oben an der Treppe. Na gut. Das machen wir noch schnell. Bevor man so eine Kiste verpasst. Durch Geschicklichkeit zaubert man schneller. Das klingt interessant. Ich glaube, auch sowas schon mal gehört zu haben. Ah, da. Aber ich bin mir nicht sicher. Mann. Da habe ich ein bisschen Angst. Ich gebe mir mal eine Glut. Also nicht jetzt, sondern ich gebe sie mir ins Menü, dass ich sie zur Not gleich essen kann. Oh. Shit. Ja, ach du komm. Ich war mir so sicher, dass der runterkommt. Was? Einschlag? Ihr seid aber auch Hundesöhne. Das habt ihr doch genauso gewollt. Ich weiß, wie man die Fake-Truhen erkennt. Ich habe nur leider keinen... Es gibt ja so eine Sache, die man wohl benutzen kann, um sie zu öffnen, ohne mit ihnen kämpfen zu müssen. Und das habe ich nicht. Warum erwischst du mich trotzdem noch? Wir waren Freunde. Ich sah dich rollen. Ich war nicht hattet. Nein, ich wusste natürlich, dass das... Ich wusste schon, was das ist. Oh, die ist noch da? Ja. Jetzt muss ich denselben Weg ja nochmal machen, aber das sollte jetzt nicht so lange dauern. Die Geschichte wird ja hier wieder einstürzen. Oh, die ist noch da. Was ist das? Ich will meine Seelen wieder haben. Und natürlich will ich diese verdammte Kiste jetzt wieder besiegen. Ich will ja wissen, was da drin ist. Looten und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Okay, gegen die Kisten kämpfen scheint eine ganz dumme Idee zu sein. Währenddessen auch noch die Skelette aufzuwecken ist offensichtlich mega dämlich. Oh! Oh! knapp also diese diese kiste ohne scheiß die kiste ist meiner ansicht nach der bislang schwerste gegner wenn es wenn ich in diesen einen bei der kathedrale und rund dieser eine kampf dieser eine kampf gegen diesen klon dude wenn das kisten gewesen wären hätte ich das nie beendet ok wie viel brauche ich für ein upgrade 2000 2000 ok das war ein bisschen viel ich muss die idee die gewichtung der seelen habe ich irgendwie nicht raus das wirkt auf mich immer wie eine kleine ist doch eine große große ist doch nur 1000 plötzlich bringt irgendwas 6000 naja das stimmt aber nicht ganz benji benji ich du blocks zu 90 prozent sowieso nicht das stimmt nicht ich bin die ganze zeit mit dem finger auf l1 seht ihr ja auch immer wenn wenn ich die schläge blocke ich würde sagen ich blocke fast jeden zweiten schlag oder ich rolle deutlich weniger als ich blocke also da hast du glaube ich was mich angeht nicht wirklich recht und zweihändig möchte ich dann doch nicht weil das meiner ansicht nach halt wie gesagt weil man da nicht blocken kann klar es bringt mehr hit points für den endgegner ok aber ich blocke die ganze zeit und ich pariere nie ist auch nicht richtig ich pariere bei den skeletten nicht weil ich am anfang geübt habe und gemerkt habe okay du kannst bei denen nicht gut parieren deswegen habe ich dann halt auch gelassen mal gucken 189 magie punkte ja nehmen wir das mal danke j cloud jalex für dein abo mit dem kommentar prime is not a crime das gefällt mir sehr gut das werde ich mal so in meinen sprachgebrauch übernehmen noch mal gucken ich habe wieder kram eingesammelt aber glaube das kann doch jedem mal parieren mit erstes habe ich nicht ne ich will es trotzdem immer mal versuchen man weiß ja nie da 43 immer noch 61 ok leider kann ich da nichts draus machen brauche ich eigentlich die große titanitscherbe da bräuchte ich für den rab hier aber ich würde ohne scheiß wenn dann doch lieber erst mal den stab weiter auflevin die hat nichts ne manchmal denke ich irgendwas muss man doch hier sinnvoll kaufen können aber sie hat nur den ganzen schrott den ich hier verkauft habe plus anderen mist den ich gar nicht haben will oder schon habe und ach ja genau moment das kann ich mal versuchen leute haben ja gesagt mit talisman kann man diese kiste kann man kann das ding entlocken also das geheimnis ihre perle kann man hier entlocken aber ich habe noch keinen talisman gesehen gucken wir mal hier ich wollte nämlich mal schauen wo ich den eventuell herkriege ne ah talisman muss ich den benutzen da muss ich jetzt erstmal drauf kommen ähm finde rab hier macht keinen gewurscht hast keine homeboard bei uns mal sie bietet nicht an was du verkauft hast du falls du verkaufst ist weg ähm ok alles interessant aber nicht das was ich meine jetzt muss ich wissen ist das hier ist das hier der talisman nein sagt ihr ok ok weiter oben ja tut mir leid dass das jetzt so ein bisschen blackseat gaming ist aber ich will das einmal raffen also ich sehe hier keinen talisman links neben den prismastein duell amulett das ist ein duell amulett das ist die habe ich bisher immer verkauft also ich kaufe auf jeden fall mal zwei homeboard bones und dann kaufe ich mal zwei davon also ich glaube nicht dass das richtig ist da will ich ganz ehrlich sein ich glaube es ist das falsche was ich gerade habe aber es ist auch okay wieder zurück zu den katakomben da habe ich jetzt schon keinen bock mehr so dann werden wir gleich mal gucken ob ich hier das talisman den talisman einsetzen kann ich glaube ja es ist der falsche ne die leute sagen auch es ist der falsche ok dann oder doch naja wir gucken mal ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß genau was ihr denkt und ihr habt 100 prozent recht simon wie oft willst du das noch ich weiß auch nicht ich bin so ich will einfach hektisch schnell weiter ja Das war's für heute. Uiuiui. Also wenn man eine Sache hier kriegt, ist es ganz schön viele Seelen, in denen man einfach nur über eine Brücke läuft. Und ja, ihr habt recht, natürlich, ich mache mit dem Schwert relativ wenig Schaden, weil ich auch wirklich die falsche Klasse dafür bin. Aber das Schwert ist hier nie verkehrt. Und auch... Ah, Moment jetzt, ich will aber wissen, was in der Kiste ist. Verdammt, wie machen wir das jetzt? Geh erstmal weiter zum nächsten Leuchtfeuer. Ja, okay, komm. Aber die Kiste würde ich schon gerne aufkriegen. Ich habe ja die anderen... Gerade nochmal gucken, ich könnte ja auch mal die andere Waffe, die habe ich mir ja extra hochgelevelt. Kann ich jetzt auch mal mehr benutzen. Vielleicht bringt die ja hier doch was. Gucken wir mal, was die bei den Skeletten hier sagt. Also immerhin ist der Schlag schneller. Das ist eine gute Sache. Aber man hat nicht mehr so diese Reichweite. Also ich kann nicht mehr einmal schlagen und drei Leute treffen. Das ist eine Sache, die finde ich nicht so gut. Dann muss ich tatsächlich jetzt nochmal zurück und für eine Sekunde Pause machen. Also hier unten, glaube ich, habe ich einfach mit dieser Waffe keine Schnitte. Da nehme ich doch lieber das Gerade-Triül-Schwert. Danke Tomcats. Eins, zwei, drei für dein Prime-Abo. Ich lege es behutsam zu den anderen und streichle es ganz kurz über den Schädel. So wie denen hier auch mit meinem Zauberspruch. Bratz nenne ich ihn. Nein. Ich will halt, das Ding ist, ich bin ein bisschen sparsamer. Ich will nicht immer alles aufgeben für die einfachen Standardgegner. Aber es sind dann doch viele. Und die können einen ganz schön in die Bredouille bringen. Da seht ihr diese breiten, ausholenden Schwimmel. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Die treffen dann ja doch viele andere rumstehende Gegner auch gleichzeitig. Und das will ich eigentlich nicht aufgeben. Der Rab hier ist sicher cool, wenn man gegen einen speziellen Feind kämpft, der einfach dann schnell bekämpft werden soll. Aber hier ist es vielleicht nicht so geil. So, hier können wir es nochmal sehen. Genau das meine ich, ne? So, sind jetzt alle endlich zufrieden. Hat jeder genug abbekommen. Oh, schon wieder kein Cappuccino mehr. Okay, ich gehe am Rand entlang. Man weiß ja nie, was passiert. Hm, Hexenring. Den könnte ich mal austauschen. Denn es gibt es ja kein Gift mehr. Was heißt denn verstärkte Unbesiegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr? Ist es das? Milchring. Erhöht die Geschicke leicht und macht beim Rollen unsichtbar. Mann, das ist eigentlich... Das sind gute Sachen. Geil, Pyromantie, ne? Wenn ich das jetzt nur mal benutzen würde. Erlaubt einstimmen. Zusätzlicher Zauber. Also, ich muss da auf jeden Fall mal mit der Pyromantie nochmal überlegen. Das wäre nämlich echt geil, wenn ich das schaffen würde. Hö, ist das... Oh, ist neu, ne? Wird ja auch mal Zeit. Also, das sind alles super Ringe. Die würde ich zum Beispiel nicht verkaufen. Da muss ich gleich nochmal gucken. Aber gerade diese Pyromantie würde ich gerne lernen. Und mich da mal so ein bisschen reinfuchsen. Weil das ja wunderbar zu mir passt. Und weil die Waffe, die Hand nämlich, ja keinen Platz wegnimmt. Und auch kein Gewicht. Das heißt, ich kann einfach nur... Quasi als extra Waffe, Pyromantie. Und dann immer... Piu, 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 Piu. Das ist ja geil. Säulen der Erde. Okay. Irgendwas Dickes schießt auf mich. Und ich seh's nicht mal. Ah, von da oben. Jetzt kann ich mir mein Schwert verbessern. Simon K., der Schwertmeister. Da freue ich mich richtig drauf. Das machen wir gleich. Aber vorher will ich erst mal wissen... Oh, oh. Riesenwurm. No Man's Sky. Alarm. Das erinnert mich an die neue Game 2-Folge. Die hat Spaß gemacht. Schild des Verlangens, ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Den Schild. Autsch. Schön beim Ausparken mir auf den Sack gegangen. Kann ich die damit überhaupt verletzen? Es sieht irgendwie so aus, als ob das viel abzieht. Gar nix zieht's ab. Nur mir. Ja. Ja. Ja, ich wollte den Scheiß haben. Da war Zimpelmon. Er hat Glück gehabt. Jetzt, Leute. Es ist doch wirklich lächerlich. Ihr seid riesige Böhrenmacher. Kein Wunder, dass da vorher... Oh, okay. Komm, nein. Gib mir das Ding. Gib mir das Ding. Gib mir das Ding. Nimm das Ding. Nimm das Ding. Okay. Große. Die ist ja super wichtig. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Und ich habe geilen Shit bekommen. Ich kann nicht glauben, dass es nicht mehr ist. Ich habe immer noch keinen Cappuccino. Ist der ganze Wurm weg? Oder ist er noch ein Zweitwurm? Ohne Mühe. Ohne Skill. Und dahinter ist auch noch ein fetter Endboss. Okay. Den hebe ich mir auf. Nimm das Ding. Ja, kein Verwag. Na-. Nippo. I nicht. Jeg will mich vermel capacity. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin zu tief aus. Ich bin zuvallig. Ich bin isperig. Jetzt bin ich verloren. Du Scheißkerl! Ich will die Scheiße aber haben! Na gut, die hole ich mir gleich. Hab er den, ähm, ohne Skill. Das war ja wohl, also was willst du machen gegen einen 15 Meter langen Stahlbogen, der aus 1000 Kilometer Entfernung auf dich abgeschossen wird? Da kann man nichts machen. Frag mal die armen Leute, die von Drohnen behakt werden. Da kannst du nichts machen, du siehst es ja kaum kommen. Nee, 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 nee. Fair ist das nicht. Fair geht anders. Der schwelende See. Okay, ich muss die Invincibility Frames besser nutzen. Dich nehm ich noch. Achtung. Mann, wie geil! Kann ich fast ein zweites Level abmachen. Das ist ja bisher mein Lieblingssee. Oh, shit. Oh, shit. Da sind wirklich nicht gerade wenige Krabben. Aber zum Glück können die halt wirklich gar nichts. Oh, oh. Die können ja doch einiges. Kannst du bitte mal auf die Krabbe schießen? Die Krabbe! Ja, so. Ah! Ja, so ist es gedacht, ne? Ich hol mir das noch. 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 Hier wird man wahnsinnig. Nach und nach wird man immer verrückter. Crazy Town. 80.000 Pfeile unter dem Meer. Das ist mein Leben jetzt. Okay, wo ist mein Leben? Man muss das so ein bisschen timen, weil man hört den Schuss. Und dann muss man aber noch denken, okay, das Ding fliegt aber auch noch eine Weile. Da, drei Schüsse, ne? Drei Schüsse. Okay, wo ist mein, wo ist meine Seele? Verdammt nochmal. Wahrscheinlich hier links in der Ecke, ne? Hoffentlich sieht mich die Krabbe jetzt nicht. Die feiert gerade noch ihren Sieg. Jetzt muss ich echt mal gerade gucken. Ich will meine Seelen jetzt nicht verlieren, ne? Muss man schon mal genauer gucken. War das hier um die Ecke rum? Da sind sie! Okay. Okay. Wie kann ich die kaputt machen? Durch rein Skill? Das ist nicht mein... Das ist nicht meine Ballista. Das ist nicht mein Dark Souls. Ja, okay. Euch mach ich echt später. Bitte lass es eine große sein. Richtig große, dann kann ich zwei Upgrades machen. Da freut sich der Simon aber an. Warum rennst du so lahm? Nein! Diese Viecher. Scheiße. Leider nicht das Richtige, aber auch gut. Nehme ich trotzdem mit. Kann ich die eigentlich auch mit Magie killen? Naja, nur einmal. Dann ist die Entfernung wieder zu weit weg. Das war auch gut. Titanitbrocken ist auch gut. Hier ist die Hängebrücke. Hier lande ich normalerweise. Kann das sein? Nein, ist eine andere Hängebrücke. Große Käferkügelchen. Gelbe Käferkügelchen. Große? Jetzt habe ich genug. Oh, ihr verwöhnt mich aber. Liebe From Software Entwickler. Da werde ich ja ganz riemig, wenn ihr mich belohnt mit so geilem Scheiß. Und dann noch die 11.000 Seelen. Am, 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 am. Jetzt habe ich aber ein bisschen gehofft, dass ich das Ballisto da oben irgendwie erledigen kann. Aber nein. Was ist das für eine Waffe? Echt krass. Ja, stellt euch mal vor, ne? Russland baut sowas neben der Ukraine auf. Und sagt, nö, nö, ist alles nur... Nein, nein, ist zu unserer Verteidigung. Wegen dem Westen. Das ist alles okay so. Weit bitte weiter gehen. Eine ungefähre Situation haben wir gerade. Okay, komm. Shit. Shit, shit, shit. Aber... Hier kann die Krabbe nicht rein. Boah, die hält ganz schön viel aus. Das ist wahrscheinlich, weil die wirklich eine neue Krabbe ist. Feuerkrabbe. Danke, Metall, für dein dreimonatiges fortlaufendes Abo. Alter. Heftig. Wie viele Punkte bringt der was? Ja, gut, gut, gut. Kann ich... Danke auch, Eumel, MG. Kann ich da noch einen reinlocken? Das ist ja perfekt hier. Also, ich habe jetzt eine Menge Titanit eingesammelt. Ich glaube, die meisten Belohnungen hier habe ich bekommen. So, den habe ich jetzt auch gebaitet. Ich hoffe, er kommt hinterher. Nee? Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zu weit weg, na gut. Also, da unten ist ein Bossgegner. Den könnten wir, jetzt können wir da hoch. Ich suche immer noch den Weg zu dieser Ballista. Oh, shit. Kommen die Krabben kommen auch immer wieder, ne? Die sind nicht nur heftig. Ach du Scheiße. Ist das hier eine Sackgasse? Ich wollte eigentlich nur... Ach, da wollte ich landen. Die Krabben kommen halt immer wieder und sind krass. Kurz, Level Up. Danke für alle, die jetzt seit zweieinhalb Stunden zugucken. Das macht immer wieder Bock. Und man kommt auch echt so schnell rein, ey. Also, da bin ich auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, was hier als Endboss kommt. Der soll ja ziemlich heftig sein. Ah, okay. Bisschen was noch. 500, 600 sollte man noch irgendwie herkriegen. Ashen 1. So, und gleich müssen wir auch noch... Brauchen wir noch extra Seelen, denn wir wollen auch noch Level Up'n. Also, die Waffen verbessern. So, 16.000 Seelen brauchen wir jetzt. Was kann ich hier verkaufen? Hier, ich hab doch bestimmt Klamotten und so einen Schmodder. Sühne, okay, sind Wunder. Naja, die kann ich in einem anderen mal lernen. Das Ding verkaufen, das Ding verkaufen, das Ding verkaufen. Dolch brauche ich weiterhin, falls ich nochmal irgendwas in dem Sumpfgebiet machen will. Oder in etwas ähnlichem. Oh, hier, wenn ich mit 18 Stärke... Ah, das ist aber... Was ist denn das Gewicht? Eins mehr, das kann ich schaffen. Also, wenn ich 18 Stärke hätte. Ich hab grad 12. Oh. Ich glaube, ich sollte mit Stärke... Soll ich das machen? 6 Level und es noch hoch? Soll ich mich auf Stärke, damit ich das Schild kriege? Bin mir nicht sicher. Ihr wisst da wahrscheinlich mehr dazu. Ich behalte es mal. Ja, den kann ich auch verkaufen. Ah, das ist gut. Okay, einmal hab ich's gemacht. 8 Mal Funkeltitanit braucht ihr jetzt. Seid ihr denn verrückt geworden? Seid ihr völlig wahnsinnig? Jetzt guck ich nochmal, warte ich, ob ich den... Ja, genau, das machen wir auch. Jetzt brauchen wir hier die großen Titanitscherben. Das bringt jetzt leider nix mehr. Ähm, hier fehlen mir jetzt zwei. Okay, okay, okay. Das haben wir... Kann der denn auch besser parieren, der Dolch, wenn ich jetzt... Ne, ne, das Parieren bringt nix. Also, wenn ich den verbessere, wird das Parieren nicht einfacher, nehm ich mal an. Okay, aber hab ich echt... Können wir mal gucken, hab ich jetzt... Wie viele fehlen noch von denen? Ah, ich verstehe. Jetzt brauche ich Funkeltitanit, ne? Okay, große... Also, ich brauche noch zwei große Titanitscherben. Und, äh, aber auf jeden Fall hier Funkeltitanit. Okay. Habe ich ein Flakon irgendwo? Ne. Be careful. Das hat sich gelohnt. Flakon plus fünf. Das ist mal ein Estus. Den lasse ich mir gönnen. So, die ganzen... Die ganzen Krimskrams wieder rüber. Den brauchen wir ja wirklich nicht. Viel zu viel Kram. Ich behalte das Gewand mal, weil ich es manchmal vielleicht für einen Endgegnerkampf, wo Magie wichtig ist, gebrauchen kann. Okay, so, jetzt habe ich alles. Jetzt... Oh, wieder aufgestanden. Dumm. Dann reisen wir doch mal weiter in die verwaiste Gruft. Und da... Werden wir uns jetzt mal einem Bossgegner stellen. Bin ich sehr gespannt. Bestes Parry-Item ist der Faustschild. Den habe ich tatsächlich schon mal irgendwo gesehen. Das ist so ein ganz kleiner Schild. Und wenn man... Ja, wenn man mit dem gut parieren kann... Ich würde gerne parieren hier mehr üben. Wirklich. Es ist nicht der richtige Level dafür. Aber ich werde das... Bei dem nächsten Gebiet werde ich es mal mehr versuchen. Meine Frage ist jetzt... Soll ich jetzt die... Soll ich jetzt noch mehr von den... Krabben... Mir schnappen? Ne, ich gehe erstmal zum Endgegner. Aber ich merke mir, dass hinten bei den Krabben noch ein Item liegt. Ist wahrscheinlich auch ein Funkelditanit oder so. Die Flügelohren helfen bei deinem Magie-Schaden sonst nichts. Ja, das habe ich so mir aber auch gewünscht. Sag ich mal. Ich war mir so sicher, dass mich hier keiner mehr jetzt treffen kann. Und gehen wir nochmal rein und gucken mal, was da ist. Wo der Frosch die Socken hat. Ach, ich kann den sogar... Decken oder was oder so im Schlag quasi aufhalten. Das ist ja krass. Ja, weißt du, du deckst vielleicht. Du kannst zaubern. Aber ich bin Mike Krieger, mein Freund. Der war jetzt wirklich nicht schwer. Okay. Was kommt noch? Oh, geil. Okay, okay. Ein weiteres Leuchtfeuer. Alter, danke Chaos Rider als Belohnung. Haut er da die Abos raus. Vielen, vielen Dank. Bedankt euch bitte bei ihm. Das hat er gut gemacht. Du hast richtig entschieden. You chose wisely. Ich habe gerade gehört, aber das ist natürlich was völlig anderes, weil die wahrscheinlich auch in anderen Kämpfer-Bild hatten, dass Florentin und Nils dafür 42 Versuche gebraucht haben. Das haben die bestimmt nur wegen der magischen Zahl 42 gemacht, weil das so schön passt. Ey, das sieht so geil aus, wie hier so hunderte Bosse sind. Ist das so, weil immer wieder neue Kämpfer kommen und damit quasi den Kreis vollenden oder was? Oder ist das so eine ganze Rasse an komischen Wesen, die halt einfach alle gestorben sind? Finde ich sehr interessant, warum hier immer wieder so Hügel sind aus Leichen des selben Wesens, mit dem man gerade gekämpft hat. Das ist ja völlig ungewöhnlich, oder? Das muss ja auch stinken. Lorewise ist es eher symbolisch für den Untergang der Dämonen. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, weil eben, weil das ja alles hier schon so lange existiert und immer wieder neue Ritter kommen wie ich und kämpfen, hätte ich jetzt gedacht, dass das so in die Geschichte eingewoben ist. Okay. Ähm, ich werde jetzt natürlich nochmal, weil das sind jetzt wirklich viele Seelen, 25.000. Da werde ich jetzt, ähm... Werde ich nochmal hingehen. Und manche sagen jetzt, ja, ist aber gut, dass es auch ein paar Bosse gibt, wo man mit Magie nichts machen kann. Das sehe ich genauso. Ich hoffe allerdings, dass wenn die kommen, ich bis dahin auch ein Schwert habe oder Skills, die, ähm... Ja, passen, weil ich natürlich dann doch schon ziemlich unterpowered bin für solche Viecher da. Okay, Zauberai. Machen wir einen nach oben. Und danach wieder die Intelligenz. Level 52 schon. Krass. Da bin ich echt überrascht. So, wir brauchen ganz genau... Ich gucke lieber erstmal, Moment, lieber erstmal Seelen, was ich hier noch habe. Nö, nix, nix wirklich Sinnvolles. Äh... Äh... Wir brauchen... 6.000 noch. Ich könnte mal ein bisschen was holen zum Verkaufen. Okay, die Waffen nicht. Das würde echt wehtun. Eine Armbrust. Da weiß ich ja auch nicht, was es ist. Die Schilder. Kann ich die alle... Kann ich die nicht alle verkaufen? Okay, ich will nicht. Ich traue mich auch nicht. Aber den kann ich verkaufen. Den behalte ich. Der hier ist lächerlich. Der ist auch lächerlich. 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 Ich würde halt die Wunder schon gerne verkaufen. Wir gucken mal hier, weil Großschwert... Großschwert, alles gute Sachen, ne? Kann man behalten. Astora, Großschwert, Söldner, Doppelschwert. Finde ich auch interessant. Drang, Doppelschwert. Das sind alles... Leider habe ich keine Sachen doppelt. Außer die Doppelschwerter natürlich. Ne, es sind schon gute Sachen. Da möchte ich gar nichts von eigentlich abgeben, wenn ich ehrlich bin. Ist ja vielleicht auch besser. Okay, dann muss wieder ein bisschen was verkauft werden. Nein, wenn ich jetzt sechs von diesem Glut verkaufe, werdet ihr sauer. Die war auf jeden Fall... Die hat richtig viel Geld gebracht. Die hat tausend gebracht. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Aber es ist... Wenn, dann ist es auch zu spät. So, was haben wir noch? Ich verkaufe jetzt nochmal... Ach Leute, ihr müsst jetzt einfach nochmal stark sein. Ihr müsst stark sein. Ich kann es nicht ändern. Ähm... Ja, die kann ich jetzt wieder verkaufen. Das war ja leider ein Fehlschlag. Ashen Martin. Willkommen. Sehr gut. Dann, Toph Hagen. Also langsam gebe ich richtig Zunde als Magier. Hoffe ich nur... Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich... Wenn mal Bosse kommen, die ich mit Magie nicht so leicht besiegen kann, dass ich dann echt mal meine Schwertkünste weiter auflevel. Was ist das Schmiede, die doch die Doppelklinge zu einer magischen Doppelklinge? Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Finde ich sehr, sehr interessant. Würde ich gerne mal ausprobieren. So zwei... Weil ich echt Bock habe auf etwas mit einem großen Radius. Mit dem Schnetzelradius muss um mich herum gebaut werden. Ähm... Und deswegen brauche ich Waffen, die... Ähm... Ja, richtig was... Oh, hier kann ich ja links hoch. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Waffen, die... Ja, nicht nur... Nicht nur einen kleinen Punkt haben, wo sie Schmerzen zufügen, sondern quasi ein... Ein... Ein Radius aus Schmerz um mich herum. Oh, eine große Scherbe. Das ist gut. Ach du, warte oder wie. Okay. Lustig, da hätte ich auch vorher schon holen können. Dann hätte ich... Den Kampf gegen die Ballista vielleicht besser führen können. Man muss aber auch mal sagen... Also, der... Die... So im Bar ist jetzt irgendwie die... Die Magie auch nicht, ne? Also man sieht ja schon da... Da... Die halten einiges aus. Und ich bin schon gut aufgelevelt. Und die halten echt... Sieh ja sehr viel aus, so. Komm, einen noch! Puh. Der war hart. Aber geil. Irgendwie hat er Bock gemacht. Ach, wieder nur eine kleine Scheißscherbe. So wenig bist du also wert. Eine kleine Scheißscherbe. Da würde ich auf jeden Fall mal mit deinem Chef reden. Du musst doch ein bisschen Ambitionen haben. Du musst doch mal ein bisschen was aus dir rausholen. Oder ich eher muss das auch mehr aus dir rausholen, als nur eine Scheißscherbe. Ach, der Feuerball feuert Feuer. Ja, endlich. Ui, 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 ui. Geil. Die Geräusche, ey. Man hat so richtig das Gefühl, man ist in so einer verbotenen Gegend, wo man besser nicht wäre. Wo alles gegen einen ist. Wo man eigentlich jede Hoffnung fahren lassen sollte. So, so, das ist so dieses Gefühl. Ah, wieder nur Scherbe. Genau, richtig geraten, großer Chungus. Ich habe das noch nie gespielt. Dark Souls 3 und 2 habe ich noch nie gespielt. Eins habe ich mit Nils gespielt. Bloodborne habe ich gespielt. Sekiro habe ich gespielt. Dark Souls 3 habe ich noch nie gespielt. Also, ich habe es mal angespielt für ein paar Stunden oder so. Aber das war... Oh, die kann ich wahrscheinlich... Ach, Mann, ey. Super nervige Viecher. Oh, immerhin. Die sind wahrscheinlich dann unempfindlich gegen Feuer, weil sie ja Feuer sind. Aber Magie schlägt dafür hier gleich dreimal so viel rein. Demon Souls habe ich auch gespielt. Genau, da haben wir auch Magier gespielt. Das war aber deutlich anstrengender als hier. Oh, oh, nein. Okay, erst die Freude und dann die Panik. So, jetzt gucken wir doch nochmal oben. Oh, das sieht ja ekelhaft aus hier. Das ist wirklich ein ekelhafter Bereich. Das waren jetzt alle, oder? Ist da noch irgendwo so ein... Ein Kaugummi? Ein Kaugummi-Rest? So ein alter Dämonen-Kaugummi-Rest, den er unter den Tisch geklebt hat. Weil der Chef-Dämon... Äh... Weil der Chef-Dämon halt reinkam in die Übungsstunde. Ach, scheiße. Da habe ich noch. Estus habe ich noch einen. Das ist ja mal geiles Trivia. Genau wie im echten Leben. Im Mittelalter hat man Treppen von Türmen im Uhrzeigersinn gebaut, damit der Angreifer, weil der ja meistens rechtshändig war, einen schlechteren Angriffswinkel hat. Das ist ja geil. Das ist Trivia, das ich noch nicht wusste. Nein! Oh, komm! Ernsthaft? So was hier gibt's? So was hier gibt's? Mann! Was mach ich denn? Ist das eine Ecke? Ist das eine Falle? Oder kann ich da irgendwie runter? Weil eigentlich würde ich jetzt gerne dieses eine leuchtende Item holen, was da war. Ist das jetzt, ähm... Ist das smart, da nochmal hinzugehen? Oh, die sind ja schon wieder da. Na gut, okay. Dann mach ich jetzt mal ein bisschen Nahkampf. Das ist gut, weil es ein Feuer-Dämon ist und ich hab hier Eis. Das kann nur gut sein. Und im Nahkampf hat er auch keine Möglichkeit, hier ständig mit dem Feuer zu brezeln, hab ich das Gefühl. Ja, doch. Das ist ja geil. Gibt's eigentlich Seelen für diese kleinen roten Dinger? Scheinbar nicht. Okay, weil das keine richtigen Gegner sind, ne? Die haben keine Seele. Ein Hammer hat keine Seele. Geh weg! Ach du Scheiße, gleich so viele? Oh, da war was im Weg, ey. Jetzt frage ich mich immer noch, ob ich da nochmal runter sollte. Weil ich kann da ja meine Seelen holen, aber ich kann auch dieses Item einsammeln und das behalte ich dann ja. Jetzt hab ich ihn. Das war lang und ausdauernd. Leider ist da noch einer. Komm. Du kriegst nochmal einen anderen Eingriff. Okay. Puh. Ähm. Oh. Hier, da oben. Hier haben wir ja alles, ne? Haben wir ja alles gemacht. Wie viele Punkte bringen die? Ah, irgendwie lohnt es sich schon, die zu killen, oder? 20? Ne, lohnt es sich nicht. Sogar die Feuerdinger bringen nur 20. Und das 10 Stunden später. Ich fühle mich betrogen. Da läuft doch was. Ah, jetzt liegen die Seelen aber oben. Das ist nice. Aber ich weiß nicht, wie sie hier hingekommen sind. Hier war ja irgendwo ein Loch. Da. Ja, fuck. Ich will da halt hin und mir dieses Item holen. Was kann ich machen? Was hab ich? Kurz mal gucken, ob ich irgendwas mit Feuer... Feuer, Feuer... Nee. Okay, Leute sagen, es gibt einen anderen Weg. Okay. Oh nein, ich Idiot. Das wollte ich nicht. Wie dumm, ey. Ich wollte natürlich hüpfen. Moment, rennen und dann... Ach, den linken Stick reindrücken. Ich habe irgendwie L gedrückt. Schade. Ärgerlich. Aber jetzt weiß ich immerhin, dass ich den nicht holen kann. Einfach so auf die Schnelle. Ich komme nicht hin. Aber das wissen wir jetzt. Jetzt haben wir gelernt. Das wird nicht nochmal passieren. Okay, das war halt jetzt echt irgendwie völlig unnötiger Tod. Ich dachte nicht, dass der eine Schlag so viel abzieht. Ja, ey. Scheiß auf die Seelen. Ernsthaft. Das ist mir mittlerweile völlig egal. Okay. Ihr sagt auch, jetzt sagt die eine Hälfte sagt, da kommt man gar nicht rüber. Da habt ihr mich getrollt. Habt ihr gut gemacht. Ja, da kann ich jetzt eigentlich auch an dem ganzen Krimskrams hier mal vorbeilaufen. Ich finde das ja voll spannend bei euch, aber ich will eigentlich mal weiter jetzt. Gerade wenn ich die Seelen jetzt wieder alle verloren habe, brauche ich mir jetzt keine Mühe geben. Ich finde das ja voll. Nein! Falsche Waffe. Was für komische Schwebewürmer. Ja, ein Steingolem, feuerspeiender Steingolem. Und er hier, gestern zu viel besoffen. Ja, das ist der Todes-Hangover. Hangover from hell. Wortwörtlich. Du kommst mir nicht mehr von der Seite, mein Herr! Ich habe zu viele kleine Titanitscherben. Ich habe ein Problem. Ich sammle zu viel. Die könnte ich langsam fast schon verkaufen, so egal ist es. Okay, Moment, hier bin ich runtergekommen. Und dann habe ich hier geschaut. Oder bin ich hier? Verdammt, ich weiß es gerade nicht mehr. Hier war ich. Hier kam ich her. Das heißt, ich kann jetzt hier unten noch weiter und die Treppe hoch. Oh, ich liebe es. Mit Liebe meine ich hassen, wenn in Spielen sich der Weg so gabelt. Weil man das dann die ganze Zeit im Hinterkopf hat. Da war doch noch was. Da war doch noch was. Bist du sicher, dass du alles gesehen hast? Da war doch noch was. Okay, dann müssen wir jetzt wohl hoch. Schnell! Nein! Zack, zack, zack! Na, alter! Die ganze Energieleiste weggelutscht! Der kommt wahrscheinlich jetzt wieder, oder? Ja, hätte ich mir denken können. Es ist die Gier. Es ist die Faulheit, die Ungeduld, die Gier. Der größte Feind in Dark Souls 3, zumindest wenn ich spiele. Ich will doch nur einmal in Ruhe was trinken. Dann Kryden. Ich will doch nur einen Rennen. Fäulnis, Foliant, ein weiteres Foliant. Okay, das kann ich abgeben, auch wenn ich kaum was damit mache. Oh, ich wette, das sind so psychoaktive Pilze. Psyliobinio Pilzionus. Ah, ich kenne mich aus. So, weiter geht's. Oh, warte, ich mache was anderes. Ich muss ja nicht mehr in diesen Raum jetzt. Kann ich auch nochmal schnell Energie aufladen. Da mache ich den einen Dödel schnell weg. Herr Dödel, Sie werden hier nicht mehr weiter gebraucht. Warum wollen Sie das einfach nicht verstehen? Sie kommen ständig hier an, feuern Feuer. Okay, das war nix. Jetzt machen wir es nochmal anders. Jetzt gehe ich mal in den Nahkampf. So einfach kann der also sein. Lüch! Ja! Was war das? Irgendeine kleine... Scheiße, ich habe es nicht gesehen. Kleine Scherbe, irgendwas... Schade, das war auf jeden Fall nicht das, was ich brauche. Glaube ich. Da habe ich mich aber irgendwo verlaufen scheinbar. Da waren wir ja eben schon. Da war ja nix mehr. Da ist auch nur eine Sackgasse und da oben ist was zum Speichern. Okay. Was genau... Wollt ihr von mir? Dann muss ich vielleicht doch mir nochmal den Raum hier genauer angucken. Mann! Diese Typen! So, jetzt sind wir ja gleich wieder drin. Im Räumsche. Das Träumsche. Und da ist noch irgendwas Leuchtendes. Achso, irgend so eine Leichenflatterei ist die Message. Oh, eine kleine und eine große. Hilft leider nicht, aber ist trotzdem cool. Okay, ich meine jetzt könnte ich natürlich auch mal hier gucken, ob hier alles auch... ...echte Handarbeit noch ist. Oder ob es hier irgendwelche komischen... ...holographischen Wände gibt. Die haben wir ja jetzt ein paar Mal schon gesehen. Nö. Ja, okay. So, Löcher im Boden. Also, vielleicht ist das doch einfach eine Sackgasse. Hm. Dann gucke ich hier dann nochmal weiter. Also, man muss ja auch mal schauen. Es muss ja auch eine Wand sein, die ein bisschen besonders aussieht, oder? Einfach nur random irgendeine Wand. Das geht, glaube ich, nicht. Das hier wäre zum Beispiel was. Da würde ich gegenhauen, weil es eben so besonders aussieht. Oh, das sieht auch aus, als könnte man da irgendwie quasi hochhüpfen, hochklettern. Was ist hier noch mehr? Nee, okay. Schauen wir mal weiter. Irgendwas ist hier doch. Man hört es doch. Oben drüber, wahrscheinlich laufen die alle rum. Ich entnehme dem Chat, dass ich da wohl jetzt tatsächlich irgendeine Wand hätte anhauen können. Ich werde es nochmal versuchen. Dann versuchen wir das doch nochmal. Also, diese Wand sieht aus, als könnte man dranhauen. Ist es aber nicht. Diese Wand sieht definitiv so aus, als könnte man dranhauen. Ich könnte schwören, ich habe das aber auch schon mal gemacht an dieser Wand. Ich habe diese Wände alle schon mal abgehauen. Das und das. Da sind noch zwei Wände. Danke, Death Railway, für dein Abo. Wir sind bei 1550 Abos. Vielen, vielen Dank. Es war heute ein toller Tag bisher, was das angeht. Aber auch eigentlich, sonst war auch alles geil. Also, es war echt. Heute ist ein guter Tag. Nee, genau. Die eine von euch, die eine Hälfte von euch sagt, hier müsste ich hin. Ah, das ist auch geil. Ich würde auch gerne wissen, was das ist. Der hat hier offensichtlich, ist der auf den Knien betend gestorben. Warum hat er dieses Vieh hier angebetet? Das hat alles eine Bewandtnis, glaube ich. Okay, scheinbar ist hier doch nichts. So, die Wand ist im Bonfire-Raum. Okay, das ist natürlich jetzt echt eine Hilfe. Aber die wäre mir niemals aufgefallen. Also, ich meine, es muss ja eine Wand sein, die nicht bewachsen ist mit Wurzeln. Da! Ach, da! Ja, ohne Scheiß, jetzt wo ich sie sehe, fällt es schon auf. Aber ich hätte es nicht... Mir wäre es nicht so richtig bewusst gewesen. Okay, dann mache ich doch kurz mal hier kurz Rast. Danke für diesen Tipp. Und danke auch in die Fresse für dein Abo. Oh, die habe ich ja direkt gesehen. Mir egal, hier wird gefarmt. Ich bin ein Farmer. Ich stehe oben am Rand und schieße Blitze. Und du gehst ganz schnell down. Ach, der ist das. Wieso abonnierst du uns nicht mal zur Abwechslung? Ach, das mache ich sogar. Ich habe ganz viele Leute abonniert schon. Sun habe ich mal was gegeben, weil der so geile Mucke macht. Ich habe Ede-Abos, Nils-Abos. Ich habe ganz viele Abos. Scheiße, ich kriege die nicht von hier. Also ich kriege sie, aber das dauert einfach zu viel Zeit und Energie. Ich will deine scheiß Seelen! Gib sie doch einfach her! Mach doch nicht so ein Drama draus! Das ist doch ein Raum, in dem ich schon war, oder? Das ist doch kein Raum, in dem ich runterspringen muss. Das ist der Raum, in dem ich schon war. So, nochmal gucken. Na komm! Hat er sich jetzt volle Energie geholt? Ah, okay, komm, dann lasse ich ihn jetzt. Dann soll es halt nicht sein. Er will es offenbar nicht. Will lieber gegen die Wand laufen. Dann musst du euch hinbringen. Wir sehen Entfer und frellen. Oh, Santi hört mich auch. Der ist doch gut weg. Er wird auf jeden Fall ne? Bis hier. Bis hier. Okay, so, die Frage ist natürlich, wie kann ich jetzt, wie kann ich nochmal rennen, so und dann so, okay. Ja, aus irgendeinem Grund kann ich da scheinbar nicht drüber springen. Mann, ich seh nix, der ganze Raum ist voll gestinkt. Oh oh! Ja, das habt ihr aber nicht mit mir abgesprochen! Die finde ich doch nie wieder, die Seele! Das finde ich wirklich nie wieder, na wobei, ich glaube, ich muss einfach durch diese unsichtbare Wand weiter, das wird schon klappen. Ähm, hast du schon Dying Light 2 angezockt? Ähm, ist das denn überhaupt schon draußen? Ich dachte, Dying Light 2 kommt erst noch. Ist das schon gekommen jetzt? Weil das werde ich auf jeden Fall spielen. Äh, ich war mir nicht sicher. Ist das schon da? Da könnt ihr gerne mal was dazu sagen, ob Dying Light 2 schon released wurde. Äh, morgen erst, ne? Kiara spielt schon, das kommt... Ah, okay, dann muss ich gleich mal... Ja, morgen... Shit, leider habe ich morgen schon so viel zu tun, ey. Morgen habe ich ja schon... Morgen wollte ich Crusader Kings üben, weil wir am Samstag eine Crusader Kings Spezialgeschichte machen hier. Ah, geht doch. Ich habe es ja sogar gesehen, dass das Vieh da ist, ne? Hätte ich einfach machen können. Aber ich werde es auf jeden Fall spielen und wahrscheinlich dann auch... Vielleicht werde ich es morgen auch zumindest mal anspielen. Ja, viel Spaß. Vielleicht werde ich es morgen auch nochmal anspielen. Jetzt ist... Meine Frage ist jetzt... Muss ich hier weiter? Weil unten sind ja meine Seelen, die will ich natürlich ungern weglegen. Aber vielleicht ist das hier ja so eine Art Sackgasse. Und dann kann ich direkt weiter. Nee, das war es schon mal nicht. Ja, es will einfach grad nicht. Ich... Es sind halt neue Gegenden, da weiß ich natürlich nicht, was als nächstes ist. Kommt und dadurch kriege ich dann halt schnell mal auf den Sack. Danke, Duke of Salt. Das kann ich grad sehr gut gebrauchen, dein Salz. Danke für dein Abo. Jetzt kriege ich richtig nervösen Zeigefinger. Oh, jetzt kommt der auch noch hinterher. Ich wollte nämlich kurz mal... Ich werde auf jeden Fall heute direkt mal nachfragen, ob ich ein Key bekommen kann. Na komm, gehen wir erstmal hier runter wieder. Das war ja eigentlich der erste Plan. Ich nehme an, das ist dasselbe Areal. Das ist dasselbe Areal, oder? War einfach nur eine Abkürzung oder so. Das ist dasselbe Areal. Der checkt noch gar nichts. Also ich würde mal behaupten Ich glaube, dass ich morgen irgendwie versuchen werde, eine Runde Dying Light zu spielen Fange ich vielleicht ein bisschen früher an als geplant Und dann werde ich auch noch gucken, dass ich Crusader Kings natürlich noch spiele Weil ich das üben will, weil ich da glaube ich überhaupt noch nicht so richtig drin bin Und der DLC kommt ja dann einen Tag später Also es ist viel geplant Aber ich werde so oder so spielen Dying Light Wahrscheinlich dann am Sonntag oder dann am Montag Oder auf jeden Fall die Tage drauf Ich würde aber gerne auch den Anfang, den Hype am Anfang natürlich noch mitnehmen Alter ey, voll der Stein-Dude Der nächste, also ich habe kurz zu dem, weil ich gefragt werde, wann der nächste Stream geplant ist zu Dark Souls Ich weiß es nicht Ich bin ja mehr oder weniger spontan so dazu gekommen, das anzufangen Und werde es jetzt auch so spontan versuchen weiter fortzusetzen Ich werde es natürlich schon die meisten Male auch ankündigen, weil ich euch die Möglichkeit natürlich geben will, live dabei zu sein Ähm, nächste Woche habe ich noch keinen Termin, aber ich kann es für nächste Woche direkt mal einplanen Ich würde es schon gerne vor Elden Ring fertig kriegen, ist ja klar Also könnt ihr schon mal so ein bisschen gucken Digga, das war jetzt nur geraten, weil die so aussah wie die andere Wand Oh, der ist böse Ähm, mit Yuppie Psycho hatte ich technische Probleme Deswegen habe ich das erst mal beiseite gelegt Ich würde es mir schon gerne nochmal angucken Ich würde es gerne nochmal spielen Aber ich habe, ähm, keine Oh shit, nee, da will ich nicht hin Das ist eine Sackgasse Ah, okay, er hatte noch einen Also ich will es nochmal spielen Aber es ist, äh Es ist halt eins von diesen Spielen, die ich halt nochmal spielen will Aber ohne, dass man jetzt genau sagen könnte, wann oder so Das richte ich ein bisschen nach freien Slots Weil es auch auf Also ich mag das Spiel, aber es ist jetzt, ähm Es ist jetzt halt schon da und es gibt schon eine Weile Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da auf YouTube jetzt noch Der megagroße Scheiße Der megagroße Hype ist Ich hatte den doch schon Ich verliere hier nur Seelen Alle meine Seelen, es ist so furchtbar Also hier braucht man wirklich gar nicht versuchen Die Seelen irgendwie zu retten Natürlich sollte man es versuchen Aber es ist echt Knifflig, knifflig Jetzt habe ich zwei Und noch am Rücken Ja, ich habe doch schon versucht Aus der Scheiße rauszukommen Gut, dass er den geraden Schlag nach vorne gemacht hat Hier in dieser Umgebung Hätte ich sonst keine Chance gehabt Kann er nicht ausholen Danke Flojo für dein Abo Das war das Das war das Okay, ich muss die nochmal alle killen Und dann Da War hier der Eingang Nee Ey, ich weiß es nicht mehr Da war doch eben noch diese zweite Tür Die will ich wieder haben Da will ich wieder hin Ah, da war ich ja schon Hier kam ich ja her Jetzt habe ich mich ein bisschen verlaufen Hm Ja Die Ecke kennen wir schon Oh, danke Phänomenon Für dein Abo Besser wäre es nur noch Wenn du Phänomenon heißen würdest Kompliziert ausgesprechen Aber Der eindeutig bessere Name Kannst du nochmal drüber nachdenken Phänomenon So Hier ist noch einer Der kleine Dicke um die Ecke Tschuldigung Hast ja offensichtlich Ein Sixpack Wie man da unten sieht Oder ein Eightpack Wollte ich jetzt nicht Body shamen Hier geht es weiter Danke auch Aristoteles Und Hirsch 420 Ah, das ist der wieder Ja, aber eigentlich möchte ich ihn nochmal Ich möchte eigentlich gegen ihn kämpfen Jetzt würde ich gerne was zum Ablenken werfen So Wollen wir doch mal gucken Wie du hier kämpfst In diesem Gang Warum kann der so viel besser in diesem Gang kämpfen als ich Warte, da ist sowas Nein 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 Das falsche gemacht Und mit der Power der Glut Habe ich ihn dann doch noch erledigt Das war kein besonders Beeindruckender Kampf Aber Wichtig ist doch am Ende nur Dass der Simon gewinnt Ja, jetzt bin ich natürlich hier in diesem Magische Wende Trauma gefangen Durch das ich immer denke Hier wäre jetzt einfach jeder Jede Wand Wäre quasi ein möglicher Durchgang Ich traue keinem Stein Den du nicht selbst Gebaut hast Okay, gut Na gut Da war der Da ist noch was Okay, ja stimmt Da hat er mich ja reingeschossen Reingekämpft Boah, ich habe halt echt nicht mehr viel Ich kriege hier auch einfach nur dumm auf den Sack Man, hier würde ich mir jetzt gerne sowas wie ein GPS So einen kleinen Wegweiser oder so holen Der mir zumindest zeigt, wo ich lang muss Hier wäre jetzt zum Beispiel mal Ein Monfire nicht schlecht Danke, Sheldor 1-0-0-2 Es hört nicht auf Schwierig zu werden Oh, hier ist die Scheiße Und ich bin dahinter Kannst du mich mal schön am Stiefel lecken Da gehe ich nicht mehr hin Okay, da ist Captain Riesenratte Und jetzt werden die Kinder noch gemetzelt Anakin hat's vorgelebt Ah, okay Ja, geil Hat sich ja richtig gelohnt Hier den Rattenkönig auszuheben Danke, Kaslero, für dein Abo Ey, es muss doch jetzt auch mal eine Kiste da sein Können die mir mal sagen, ob das eine richtige Kiste ist? Das kann ja wohl nicht sein Es muss ja auch mal eine Kiste da sein Die nicht aufsteht Und mich verprügelt Komm, wir probieren's mal Ja, die erste normale Kiste gefühlt Und eine große Scherbe Oh, was für ein Erbe Danke, ich nehm's mit Und freu mich So, jetzt kann ich eigentlich bald Geruhsam sterben Aber vorher hätte ich doch lieber noch Ein Monfire Auch nicht, ne? Wat? Ach, jetzt komm, ey Ich hab das mehr gemacht Weil jemand im Chat mal geschrieben hat Wand Und dann dachte ich Na, meint ihr jetzt die von hinten? Die hab ich doch schon hier vorne? Und dann dachte ich so Naja, bei der Kiste ist das einzige Wo ich sagen würde Da ist eine Wand vielleicht sinnvoll Und dann ist es Nicht mal eine von den sichtbaren Sondern das ist Also, wo man's erkennt Sondern es ist wirklich So eine Wurzelwand Was soll man denn davon halten jetzt? Wisst ihr, was ich gerne hätte? So ein Tool Durch das ich Wieder zurückkommen kann Sozusagen Also ich Ich will zum Bonfire eigentlich Und dann würde ich aber gerne Wieder hier an diese Stelle zurückkommen Weil das ja so Jetzt echt Blöd ist Hab ich noch irgendwas Was mir Energie gibt? Nee So wirklich? Ich kann auch keine mehr nehmen Okay Das hab ich natürlich gewusst Scheiße Was mach ich denn jetzt? 5k ist natürlich nicht mega viel Aber ich seh auch keinen Grund Ähm Ich muss auch mal meine Waffen Äh Wechseln Also ich muss den Zauber Auch mal wechseln Und mal irgendwie Diesen Das Seelen-Großschwert Mehr benutzen Und so Das ist nämlich eigentlich ganz geil Okay Aber vorher Will ich nochmal versuchen Wie weit ich hier komme Wenn ich mich hier so durch Schieße Weil Vielleicht ist ja irgendwo Noch ein Bonfire in der Nähe Aber auf jeden Fall Komme ich da ja nicht mehr zurück Na komm Wir gehen das Risiko mal ein YOLO Oh 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 ein Stab Ist das ein guter Stab? Ist das ein Zauberstab? Okay So weit so gut Wenn ich jetzt sowas hätte wie Ah Wenn ich jetzt sowas hätte wie Ähm Eine Magie die mich heilt Ich weiß ich hab so ein Wunder Aber ich kann ja keine Wunder wirken Leider Oder noch nicht Oder so Ich müsste es mir halt erst entsprechend skillen Das dauert ja schon mittlerweile Level 52 dauert schon sehr lange Ich muss einfach mal gucken Wie vorsichtig ich mich jetzt hier Bewegen kann Sagte er Und hat sich direkt In ein Gift Gas Wölkchen Begeben Schlimm ist Ich sehe ja dass hier noch welche sind Ich höre es ja Ah Da war einer Jetzt ist wirklich langsam mal der richtige Moment Für dieses Seelenschwert gekommen Aber Ich trau mich einfach noch nicht Okay wenn das jetzt Ne ach hier kam ich her Ich wollte gerade sagen Das ist doch ganz sicher Eine Fake Mauer Oh das ist gut Das brauche ich glaube ich häufig Eher Okay jetzt habe ich zwei Treppen Scheiße Welche ist die richtige Ich gehe mal die lang Danke GameSept Und Ironfarmer39 Das Weiß ich sehr zu schätzen Das ist wirklich keine gute Situation Fuck Na gut ich gehe erstmal den anderen Weg Oh oh Ich nehme erstmal die andere Treppe Ich finde es echt krass Also ganz ist es Also es ist nicht ganz korrekt Aber ich kann auch den Eindruck natürlich verstehen Weil Nils und ich Uns natürlich die ganze Zeit Auch gebettelt haben Wer der bessere ist Dann hat man ja diese Momente Ach jetzt gehe ich hier wieder Okay ich soll zurückgehen Meint ihr Okay Schade Weil da vorne Wäre ja wahrscheinlich Würde es ja weitergehen Oben war auch noch ein Tor Was ich nie aufgemacht habe Also Es war so dass wir Zusammen Schon gerne gespielt haben Aber wenn man zusammen spielt Sorgt das halt auch schnell dafür Dass der eine endlos spielt Und der andere dann immer wartet Und wenn er dann wieder dran ist Ist er gar nicht warm gespielt Sondern kalt Oder in einem neuen Gebiet Und dann stirbt man schnell Weil man nicht weiß wo es lang geht Und dann kam oft Nils wieder ran Und Nils ist ein super Typ Und er spielt super Dark Souls Das ist gar keine Da brauchen wir ja gar nicht diskutieren Aber Das ist halt super anstrengend Wenn man mit jemandem spielt Der halt so vorsichtig spielt Und ich selbst bin halt das Gegenteil Wenn ihr versteht Was ich meine Ich bin halt einfach nicht vorsichtig Ich will halt ein bisschen Action machen Und hier kann ich das machen Hier kann ich schön einen auf YOLO machen Nobody cares Aber wenn ich das dann Ah ne Ich kriege hier voll einen ab Oh 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 Ah ok Aber wenn ich das Hier mache Bin ich ja danach Direkt wieder da Ok Hier ist die Geschichte Mit dem Feuer Hier war ich eben Oh man Danke Anduril21 Für dein Abo Ich weiß aber im Moment Wirklich nicht Nur einen Spielstil zu fahren Und Nils wollte unbedingt Diese riesen Megawaffe haben Und mit der fand ich Hat es wenig Spaß gemacht Weil du halt einen Move machst Und den irgendwie immer timen musst Und es war halt nicht so wie hier Mit dem hinher Bisschen ausweichen Schlagen Sondern es war so Ein Megaschlag Blocken oder ausweichen Ein Megaschlag Dann haben wir auch sehr viel Noch R2 benutzt Mann So eine Scheiße Ich komme hier gar nicht mehr weiter Ich muss hier erstmal wieder zurück Viel R2 benutzt Und das ist ja auch ein Schlag Bei dem Riesenschwert Der einfach ewig lang dauert Und das war alles für mich Ein bisschen zu langweilig Bin ich gerne offen Und deswegen wirkt das vielleicht so Aber ich hatte auch Megaspaß Ich finde wir hatten beide viel Spaß Also man hat Wenn man sich das angeguckt hat Finde ich zwar gemerkt Dass wir uns gerne auch mal irgendwie kabbeln Weil unsere Spielstile so unterschiedlich sind Aber Und es war halt schon so Dass Nils wahrgenommen wurde Als der Typ der es kann Und ich wurde wahrgenommen Als so ein bisschen Das der Klotz Das Klotz am Beinchen Das fand ich natürlich nicht so schön Aber es ist wie es ist Und letztendlich sieht man ja Dass ich trotzdem Spaß habe an allem Okay Hier müssen wir nachher wieder hin Vorzimmer des alten Königs Ja Aber jetzt will ich erstmal kurz Zum Feuerband schreien Und gucken was ich da vielleicht Machen kann Ob ich vielleicht Wieder was aufwerten kann Stellt euch einfach vor Ihr müsst mit jemandem Dark Souls spielen Und müsst bei jeder Bei jedem Level up Bei jeder Waffe Bei jeder Sache Die ihr mal ausprobieren wollt Ist dann jemand Der sagt Ne Das ist aber doof Weil Und er hat immer gute Begründungen Und man selbst Denkt so Naja Aber ich weiß ja selbst Was du sagst Ich möchte es halt nur mal ausprobieren Ich möchte einfach Das Spiel entdecken Und dann hast du den Chat Der aber sagt Ne ne mach was Nils sagt Und dann am Ende Bist du halt irgendwie Beifahrer In deinem eigenen Let's Play Und das ist glaube ich Das was Etwas nerven kann Und weshalb es vielleicht Manchmal auch genervt rüber kam Aber das hat Habe ich ja auch in einem Podcast Mit Gregor Noch mal ein bisschen näher erläutert Dass das halt alles Schon cool ist Aber natürlich auch viel Davon abhängt Wie die Community reagiert Und bei diesen Duo Let's Plays War halt sehr schnell So dieses Meme Der Simon ist zu doof für alles Der Nils macht alles Und ich meine Wer hat Bock darauf 40 Stunden lang zu spielen Und Was mich auch echt genervt hat Kann ich kurz mal sagen Es ist nicht schlimm Es ist alles nicht schlimm Es ist einfach nur ein bisschen ein Insider Wir hatten Wir haben uns Gegenseitig versprochen Und auch mit der Regie Haben wir abgesprochen Dass wenn wir Ich glaube es war Dark Souls Oder Demon's Souls Wenn wir eins von diesen beiden durch haben Ich weiß nicht mehr was es war Dass wir nicht direkt Das nächste ankündigen Weil das immer so eine Versuchung ist Du machst was Dann bist du durch Okay Als nächstes machen wir Weiß ich nicht Ich weiß nicht mehr was es war Sekiro Oder Bloodborne Irgendwas haben wir angekündigt Und dann auch Direkt halt gemacht Und Beim zweiten Mal habe ich gesagt Nee ey bitte Lass uns das diesmal nicht mehr machen Weil ich gerne auch eine Pause Dazwischen möchte Und nicht Jede Woche aufs Neue Das war für mich Psychisch auch ein bisschen anstrengend Aus besagten Gründen Wegen Chat Und wegen Nils Und wegen Spiel Und wegen mir War einfach eine schwierige Situation Und dann haben die aber genau das wieder gemacht Und der Nils hat einfach drauf gefiffen Dass wir das abgesprochen hatten vorher Es ist nicht schlimm Aber Regie und Nils Haben das dann einfach gemacht Und wir haben es dann angekündigt Und dann saß ich nur so da Und denke Oh nein Jetzt habe ich wieder 40 Stunden Ein Spiel Warum fragt kann mich keiner Und das war Und das war ungeil Weil ich halt Wirklich gerne eine Pause gehabt hätte Und ab da wurde es ein bisschen anstrengender Aber letztendlich Hatten wir mit all diesen Teilen Wirklich Spaß Also es ist Das könnt ihr mir nicht einreden Dass das nicht lustig Und unterhaltsam war Und Nils und ich hatten viel Spaß Aber ich bin auch froh Dass ich jetzt alleine spielen kann Ich hätte aber auch Also mit ganz wenigen Leuten Überhaupt so viele Spiele So lange spielen können Wie mit Nils Das muss ich sagen Weil der halt einfach Ein sehr unterhaltsamer Ein sehr gönnerhafter Typ Ist mit dem man gerne Was zusammen macht Kaskade Hätte ich wirklich gerne Verborgene Waffe Verborgene Leiche Hier könnte ich mal was kaufen Hier könnte ich jetzt echt mal was kaufen Ablenken Habe ich schon mehrfach gebrauchen können Verstärkt den Schild Feuert einen Seelenwurffeil ab Schwierig Diese drei Sachen Finde ich eigentlich interessant Nahezu unsichtbar Komm den holen wir uns mal Danke Diabolos 001 Ich weiß nicht Habe ich dich gerade schon erwähnt Dann wirst du halt doppelt erwähnt Auch ein interessanter Fäulnis Grudolch Was brauche ich denn hierfür Achso Nur acht Funkeltitanit Okay Da können wir noch ein bisschen warten Ja okay Den Raab hier Der wird langsam immer krasser Mittlerweile Ist der halt richtig krass Das Gute ist Ich habe Titanitbrocken Und sobald ich Titanitbrocken Oder Funkeltitanit bekomme Ne Sobald ich große Titanitscherben bekomme Müsst ihr mir Bescheid sagen Könnte ich auch meinen Stab Ne den kann man nicht Durchwirken Okay Was könnte man hier noch brauchen Ich meine Eigentlich sind diese Prismensteine Gar nicht so dumm Da kann man sich Eigentlich wirklich mal Kann ich jetzt einfach 2.390 Ne ich kaufe mal Ich kaufe mal 20 Weil Moment vorher Noch den Rest ausgeben Mit irgendwas Sinnvollem Kann man ja schon Brandbomben Kann man immer wieder Mal gebrauchen Oder warte mal Ich habe noch mehr Ich habe noch mehr Was ich abgeben wollte Genau Da habe ich doch auch noch Hier was Was abzugeben Aber ich weiß nicht Ob es das Richtige ist Pyromo Flamme Verstücke Da Das wollte ich Genau Der ist Foliant Was haben wir hier Ein Pyromancy Tome Von Isoleth Dann hast du Das Haus Pyromancy Brillant Ich werde nie Kürzen Als alt und Unmatt Wieder Jetzt Jetzt Schau es hier Schau es hier Schau es hier Schau es uns Eure dynamik Untereinander Ist einfach Arsch auf Eimer Ich muss zugeben Ich liebe den nils Auf meine art Nein also ich finde Nils super Natürlich Und ich glaube Der nils mag mich auch Und wir haben echt viel spaß Auch privat Und so Und alles ist cool Und ich Ich verstehe auch die dynamik Es liegt aber auch Wie gesagt daran Weil der nils Sehr sehr gut mit mir Kann und weiß Was für eine art Idiot ich bin Und weiß dann eben auch Würde das jetzt 150 kosten Könnte ich meine Pyro Komm wir können meine Pyro Flamme Ja eigentlich mal ein bisschen Ach egal Das mache ich nächstes mal Denn leider habe ich jetzt Alles schon ausgegeben Was ich mir eben noch Holt habe Aber das machen wir beim nächsten mal Lernen wir ein bisschen Pyromantik Und ja Mit nils mache ich das super gerne Es freut mich natürlich Ich nehme das Ich sehe das mal als Lob Ich tue mal so Als wäre das ein Lob Und nehme das mal so mit Habe ich keine Okay scheiße Ich habe noch einen Heimatknochen Den werde ich mir Aufheben Vielleicht noch mal kurz gucken Was habe ich denn hier Genau Jetzt habe ich auch mittlerweile Weitere noch Grobe Zauberwaffe Große Verstärkt gerechte Waffe Enorm Oh okay Und dann noch Was ist das hier Verstärkt Schadensminderung Alle Resistenzen Erhöht Gewicht Wie viel ist es denn Okay Und den will ich aber auch haben Also da muss ich mal gucken Welche von denen ist denn hier Man schwierig Kann ich denn überhaupt Die Eiswaffe noch verstärken Ich mache mal Ich tausche das mal aus Ja gegen Das Gespenst Moment Das ist es Ja so will ich es haben Einfleisch Verborgene Leiche Geil Ich bin richtig gut ausgerüstet Leute Ich bin total happy Okay jetzt gehen wir noch mal Hier hin Ins Vorzimmer des alten Königs Und suchen mal den alten Dödel Redpill schreibt Das ist mega wertvoll Ihr seid schon so lange zusammen Und müsst klarkommen wie Brüder Ja Es ist ja auch Dasselbe habe ich natürlich auch Mit Budi Oder mit Ede Und dann Hört es schon fast auf Weil ich halt Diese beiden Also Natürlich habe ich viel mehr Erfahrung Mittlerweile mit Nils Dann habe ich glaube ich am meisten Danach habe ich am meisten Erfahrungen mit Dem Budi Aus unserer früheren Zeit Mittlerweile macht er ja nicht mehr so viel Aber von früher eben haben wir noch viel Erfahrung Als wir noch Sachen zusammen gemacht haben Und wir können auch immer zusammen Find es schade Dass er nicht mehr will Aber Also wir könnten auf jeden Fall Wenn wir was zusammen machen Merkt man es immer noch Dass wir Bock haben Und Ede Ist auch super Aber mit der Ede Habe ich relativ wenig Und eher gemacht Das hat sich irgendwie Komischerweise Wie so richtig ergeben Aber wir haben ja einmal zusammen Das war ja Der Tag Des Kugelschreiber Salates Wir haben ja einmal zusammen Monkey Island 2 Zusammengespielt Gregor Scheiße Jetzt habe ich den Gregor vergessen Der Gregor gehört auf jeden Fall Auf einem Level mit Nils Den Gregor Kenne ich aber auch schon Gregor kenne ich halt auch schon So lange Ich habe den einfach Völlig vergessen gerade Aber der Natürlich Mann Der Gregor ist mein Bruder Der ist Mit dem kann ich am besten Rumquatschen Rumlabern Weil wir wirklich auch Auf einer Wellenlänge sind Ich will da gar keine Reihenfolge jetzt reinbringen Das ist eigentlich voll bescheuert Aber Bei ihm weiß ich irgendwie immer Was er mit einem Spruch Glaube ich aussagen will Bei Nils ist es halt so Nils Wortspiele sind halt Manchmal gehen die auch Bei mir oben drüber Weil ich einfach zu doof bin Oder weil ich Weil ich in dem Moment Nicht drauf passe Aufpasse Und das ist schon sehr interessant Die ganze Konstellation So Hier war doch jetzt Eine Tür Die war doch hier Habe ich die schon geholt Oder eigentlich Na gut Da muss ich dann nochmal hin Das ist aber auch Gerade nicht geil Warum ist denn das so Guck mal Der hat mich sogar Bis ins nächste Leben Hat der mich getrollt Ähm Spiele mit Bart Jetzt gerade Das war klar Dass das Thema kommt Bei Beim Thema Gregor Und ja Wir wollen auf jeden Fall Ein Spiele mit Bart machen Es sagen wir immer Und es stimmt aber auch immer Ne Das muss man auch sagen Also wir haben ja auch Wie viele Teile jetzt schon gemacht Wir machen ja Dann immer wieder auch mal eins Und es ist ja nicht so Als ob wir das immer wieder nur Ähm Anteasern Jetzt ist es aber so Dass das nicht unsere Entscheidung ist Sondern das ist die Entscheidung Von Colin Und Reinke Und eben den Verantwortlichen Unserer Sendeleitung Wann wir Ob wir eins machen Das hängt damit zusammen Dass Gregor Den ganzen Schüssel Schneiden muss Oder Alternativ Wir jemanden brauchen Der Zeit hat Das zu schneiden Beides geht nicht immer sofort Beides muss organisiert werden Beides hat Je nach Sendungen Die geplant sind Oder je nach Aufträgen Wir machen ja auch Viele externe Sachen Viele Aufträge Also all das Hängt da ja mit drin Und das kann dann eben Auch mal dafür sorgen Dass eine Sache Um ein oder zwei Jahre Sich verschiebt Einfach weil es irgendwie Nicht anders geht Es ist keiner da Der es schneiden kann Und der Gregor Sollte eben nicht mehr Wie früher Seine ganze Freizeit Dafür opfern Und das ist jetzt Auch vorbei Zum Glück Ab jetzt wird bei uns Fair gearbeitet Und der Gregor Ist eben jemand Genau wie ich Ich behaupte mal Ich bin da genauso Aus meiner Erfahrung Bei Game 1 war das auch so Mir kann man immer noch Irgendwas drauf geben Ich mach immer noch irgendwas Ja mach ich auch noch Ne ich schneid's auch selbst Ne ich mach noch einen Beitrag Der Gregor ist da Einfach ein Gönner Der gerne ja sagt Und dann sich Privat Irgendwie das so Zurecht dreht Dass es halt hinhaut Und Ich wünsche ihm da einfach Eine bessere Work-Life-Balance Okay hier war es schon mal nicht Ich Idiot Ich bin jetzt wieder hier runter Obwohl ich doch eben gelernt habe Dass ich da hier durch die Unsichtbare Tür muss Da ist sie doch Mann Wie dumm Die Frage ist auch Ist das eine Abkürzung Oh Ich muss mal gucken Was das hier für eine Ecke ist Oh shit Komm einmal noch Da schlurpt noch die Schnecke runter Ja also ich glaube Hier war ich schon Hier war ich doch alles Ich mach ich wollte hier mal runter Um zu gucken Ob das was Neues Aber hier war ich schon An die Schnecke erinnere ich mich Ja pointen Klick mit Ede Ich kann gar nicht sagen Wie oft wir das schon geplant hatten Es war allerdings Es war geplant 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 Wir hatten auch schon die Spiele Und dann konnten wir es nicht machen Aus diversen Gründen Und dann haben wir unseren Sendeplan Ja umgestellt So dass wir jetzt keine Let's Plays mehr haben Also aber Ich meine Wir haben noch Duo Let's Plays Okay Aber die Slots dafür Sind im Moment ausgefüllt Ich kann mir aber vorstellen Wenn Dark Souls Zum Beispiel durch ist Oder so Kann ich mir sehr gut vorstellen Dass der Ede und ich Zusammen mal Wieder ein Adventure spielen Und bei Burger Me Uns einen Kugelschreiber Salat bestellen Da hätte ich Bock drauf Da wäre ich dabei Da wäre ich für zu haben Und so eiere ich weiter rum Und suche irgendwie den Weg Das ist nicht so schwer Wie es eher Sag ich mal Komplex zu Durchlaufen ist Weil es einfach wirklich Wie ein Labyrinth ist Mit so vielen Ebenen Und man ja auch nie weiß Wo ist denn jetzt Der nächste Das nächste Areal Ich will auch extra nicht In den Chat gucken Um jetzt nicht Komplett alles sozusagen Alter Fünfmal Um mich nicht komplett zu spoilern Weil ich will das schon Selbst rauskriegen Aber es ist wirklich Ganz schön irre hier Ich finde zwar immer wieder Neuen Shit Aber ich Sehe auch immer wieder Dieselben Räume Was ist das? Ich würde so gerne da runterhüpfen, mir schnell das Item holen, aber es geht ja hier nicht, das geht auf der anderen Ecke nur. Ach, da muss ich vielleicht wieder hin. Das war ja die Ecke, wo ich letztes Mal aufgehört habe, wo dieser Ritter stand auf der Treppe. Auf der Brücke, meine ich. Shit! Wo ist der Nächste? Einmal... Nein, 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 du kriegst mich nicht. Aus mir wird kein Kristall. Nein! Okay, läuft! Läuft! Oh, Mann, warum bin ich so gierig? Naja, irgendwie... Ich wollte mich mal in den Kampf schmeißen. Wollte auch mal wieder was cooles machen. Wenn ich hier... Alter, das ist wirklich lame. Ich wollte kurz überlegen, ob ich hier wirklich langlaufen soll. Ich muss halt gucken, ob das hier ein Umweg ist jetzt oder ein Ausweg, wenn ich hier schnell... Eben bin ich hier runter und dann bin ich wohl lang. Okay, ne, da kann ich auch hier lang. Das ist ja die Ecke. Ich weiß ja, dass der da oben hing. Ich dachte aber, ich kann so ein bisschen drumrum vielleicht. Mann! Das hört ja gar nicht mehr auf schlimm zu werden. Jetzt renne ich hier erstmal hoch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich meine Sehnen wieder verloren habe. Jetzt bin ich ja wieder hier! How did it happen? Das heißt aber auch, ich kann da ja runter. Das heißt dann ja auch, ich kann hier runter und komme dann auch dahin, wo ich hin will. Ha! So, jetzt wird's gespannt, ob ich jetzt meinen Shit finde. Okay, volle Ausdauer und dann einfach einmal... Oder auch so. Mein Gott, ich hab viel zu viele wirklich davon. Okay. Hier... Ah, ne. Jetzt bin ich ja wieder hier. Der Simon. Da muss ich lang. Oder? Ne. Also, es ist krass, wie sehr ich mich hier verlaufe im Moment. Da waren die. Okay. Ich suche die Ecke mit den Fröschen. Könnte eventuell die sein hier. Ne, auch nicht. Aber die kann ich trotzdem alle holen. Ja. Ja. Bisher sieht's gut aus. Mission Recovery könnte klappen. Da ist eine Ecke, zu der ich auch nochmal muss. Das sieht aus, als wäre ich da letztes Mal nicht lang gelaufen. Shit. Hier ist der wieder. Ne, ne. Der kommt jetzt aber nicht hinter mir her. Doch, er kommt hinter mir her. Aber warum, mein Herr? Wir hatten einen fairen Kampf. Was willst du denn von mir? Du bist sogar schneller, als ich? Nein, Sackgasse! горsch. Ha 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 ha. Ich weiß nicht, auf welcher Seite er ist. Och komm, der ist wohl echt, wirklich hat die Röntgenaugen. Der Typ mit dem irren Blick 3. Das ist wirklich nicht zu glauben. Ja genau, Benny Hillmucke ist exakt das, was das Ganze jetzt besser macht. Aber jetzt gehen wir mal hier lang. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch eine Ecke, zu der ich vorher... Doch, das ist die, okay. Mann, das war ein ganz schöner Umweg, da hätte ich echt einfach von oben runterspringen sollen. Das war's für heute. Okay, Leute. Jetzt kommen wir langsam... Ah, nein! Jetzt, ich verliere immer mehr die Ecke, an der ich meine Seelen gerade hatte. Und weiß immer weniger, wo ich jetzt hier eigentlich bin. Hier war ich aber immerhin schon mal. Aber es ist nicht die Ecke, würde ich sagen, wo ich eben meine Seelen verloren habe. Aber das soll mir recht sein. Vielleicht ist es doch... Es sieht ja schon irgendwie so aus, als wäre es dieselbe Ecke, ne? Aber nur wegen den Viechern. Vielleicht bin ich der A, weil ich von hier gekommen bin. Haha! Für mich gibt's nur noch Entfernungen. Kampf aus der Entfernung bei diesen Viechern. Okay, scheinbar liegt mein Zeug hier rum. Ah! Zack! Gut. Ein halber Level-Up schon wieder. Und man sieht mittlerweile, wie lange man kämpfen muss, bis man den bekommt. Früher wurde der einem hinterhergeschmissen. Herrlich! Herrlich, da haben wir es also wieder Jetzt ist die Frage Wo geht es weiter Das sind jetzt wieder die beiden Türen Ihr müsst jetzt hier genau die beiden Treppen Und eine von denen, die eine hat zurückgeführt Die hier führt Zu dem Dude bei der Treppe Den ich jetzt Hoffentlich schießen kann Was, kein Bonus? Die Ritter sind auch nicht mehr das, was sie mal waren Ah, wie geil die Ich würde das so gerne haben jetzt Alles, da könnte ich runter springen Und direkt einfach nur es einsammeln Das wird vielleicht klappen Ja, Conny, du kommst genau richtig Du hast vier Stunden verpasst Aber das ist nicht schlimm, weil wir Diese vier Stunden In einem der schlimmsten Areale zugebracht haben Und scheinbar Es jetzt endlich verlassen können Das wäre doch mal was Der Mann Der durch den scheiße Kanal kroch Und sauber Oben wieder raus kam Das ist Mike Krieger Ja, also man hätte auch Da hätte man aber wirklich auch einen Aufzug nehmen können Ist da was rechts? Ne Da hätte man aber wirklich jetzt mal einen Aufzug nehmen können Ich weiß doch, dass ihr die Aufzüge könnt Habt ihr doch schon mal gemacht Ja, okay Das sieht auch schon wie der Endgegner Stylo aus Jetzt bin ich leider nicht gut vorbereitet Das ist doch die Ballista Das ist doch die fucking Ballista Die ist schon wieder da Moment, an der Leiter war ein Item Na, okay Da gehe ich nochmal zurück Das will ich nicht Verpassen Item I want Ah, da Ihr seid smarte Oh, das ist ein guter Bogen Leider habe ich mit dem Bogen noch nichts gemacht Aber ich würde ihn gerne häufiger benutzen Muss ich ganz ehrlich sagen Hey, da ist eine Höhle Ach, das ist die Höhle, in der ich war Dachte schon gerade, ich hätte etwas entdeckt Aber nein Da war ich ja schon Äh, wo muss ich denn hier lang? Da lang? Sieht so aus Okay Mach ich Nehme ich Ja, sehr gute Geschichte mit dem Knochen Jetzt kommen sie aber echt von allen Ecken wieder Immer dasselbe Genau Die denken auch Die hätten das Rad neu erfunden Das Gute ist dadurch Dass ich jetzt die ganzen Dark Souls Sachen Oh shit Die sind gefährlich Wenn man sie zu nah ran lässt Jetzt kann man die ganzen Wortwitze nochmal machen Die ihr von all den anderen Streams kennt Und ich kenne sie noch nicht Ja Ach komm Ich mittlerweile brauche ich sie echt nicht mehr Die kleinen Titanscherben Ein geiles Gerät Ein richtig geiles Gerät Und da kann ich jetzt wahrscheinlich einmal ins Getriebe pissen Und dann ist das Ding weg Und ich kann endlich unten langlaufen Wobei ich das ja auch schon konnte Ah Das hier sind auch wieder diese Riesen Könnte ich mir vorstellen Dass die eigentlich dafür gedacht waren Das hier anzutreiben Oder zu bauen Oder zu bauen Oder so Oh wie dumm Voll Falsch Egal Ja runterspringen sollte man hier eher nicht Ne Da wahrscheinlich auch nicht drauf Oder Da würde ich schon An sich würde ich da gerne runter Aber dafür bräuchte ich jetzt Diesen Geister Fallschaden Dings Den ich nicht habe Schade Echt schade Habe ich den nicht Den Ring Dafür habe ich Für solche Momente Habe ich ihn ja eigentlich Ach ne Es ist ja kein Ring Es ist ein Zauber Äh Eisenfleisch Dielen Großschwert Scheiße man Ja das habe ich Aber das hilft mir leider nicht Bei Fallschaden Also es wäre nicht schlecht Wenn ich jetzt runter hüpfen würde Ähm Und diesen Ring hätte Würde ich es wahrscheinlich schaffen So Keine Chance Ah jetzt macht ihr mir Jetzt macht ihr mir ein bisschen Angst Ihr sagt das geht Man kann da runter springen Okay Da runter Ich meine warum eigentlich nicht Ne Es ist ja eine Treppe Aber da sterbe ich doch Vor allen Dingen Wenn ihr sagt Müsste aber auch so gehen Da kriege ich automatisch Kriege ich es mit der Angst zu tun Na gut wir versuchen es mal Knapp 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 Da habt ihr alle nochmal Glück gehabt Dass ihr den Simon jetzt nicht in den Tod getrieben habt Wenn jetzt noch ne Krabbe kommt Dann war's das für den Simon Gut Gut Jetzt habe ich völlig vergessen Wo ich eigentlich hin muss Warum laufe ich überhaupt zurück Ähm Ich meine ich habe die Ballista jetzt halt aufgemacht Abgemacht Ja aber Das ist ja irrelevant Weil ich habe ja alles andere hier schon erledigt Ha Das war Der Ritter Die Ecke haben wir gemacht Ich bin mir nicht sicher Ob es noch irgendwo was gab Ja ich glaube nämlich Ihr sagt es auch Hier gibt es nichts mehr Krass Okay Dann haben wir den Part also wirklich erledigt Geil 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 Das freut sich Da freut sich der Simon Das fühlt sich gut an 11.000 Reicht leider immer noch nicht Aber wir schnappen uns Jetzt einen Seelencheck Und reisen einfach nochmal zurück Und dann werden wir noch irgendwas damit machen können Vielleicht kann ich auch Was könnte ich denn noch kaufen Ich könnte auf jeden Fall noch vielleicht was aufleveln Wenn ich was habe Also ich meine Waffe Erstmal gucken wie viel brauche ich Oh 5.000 5.700 Ob ich da genug habe Ne Na gut Komm wir machen es mal Die ist ja fantastisch Und die andere Bringt gar nichts Komm die 200 Die kann ich nämlich auch noch mit Willkommen Weitermachen und dann könnt ihr mir Jetzt nicht Gleich könnt ihr mir dann sagen Was ich hier aufleveln soll Und dann werde ich das machen Vielleicht kann ja sogar jemand ein Vote machen Oder so Die Frage ist wie immer Vitalität, Zauberei oder Intelligenz Oder vielleicht sogar was ganz anderes Da können wir mal gucken Wir sehen uns in drei Minuten Mit einem neuen Cappuccino hier Bis gleich Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, die muss ich der alten Frau geben. Ist das eine alte Frau? Ne, das ist eine alte Frau. Keine Ahnung. Du bist bald trockener Staub, mit dem niemand was anfangen kann. Oh, ja, ich sehe. Clinging zu lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Ha, 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 ha. Es sieht aktuell nicht so aus, als ob die jetzt irgendwas Besonderes, Neues anzubieten hat. Hier vielleicht. Schadensminderung erhöht maximale TP. Das ist nie falsch. Oh. Ja, die nehme ich mal. Die Segnung. Da, den Schlüssel habe ich schon, den Turmschlüssel. Brauche ich den wirklich oder gibt es auch einen Weg ohne? Klar, die 20.000 würde ich mir schon gönnen, aber wenn da irgendwie nichts drin ist, was ich brauche, würde ich es wahrscheinlich lassen. So, was haben wir noch? Willst du wissen, wem diese Asche gehörte und warum sie so einen besonderen Dialog hat? Ja, doch, kann ich durchaus gebrauchen. Über die Hängebrücke und dann nicht runterklettern geht es noch weiter. Äh, Hängebrücke. Äh, ach ja. Ja, ihr habt ja recht. Die Hängebrücke, die immer kaputt ging, ne? Ihr habt völlig recht. Ja, ja. Die habe ich mir ja vorgemerkt. Und bin dann nicht mehr hin. Lass mich kurz mal überlegen. Wo war die Hängebrücke? Die war schon hier, ne? Aber war das da oder hier? Da? Fuck. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht weiß es ja einer von euch, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Das muss ja hier gewesen sein. Ich probiere mal das mit dem Vorzimmer. Simon, wirst du DS3 durchspielen? Na, ich würde sagen, ich bin mittendrin. Oh, scheinbar laut euch die falsche Ecke. Tut mir leid. Ja, stimmt. Das war wirklich der erste, ne? Weil wir, das war ganz am Anfang mit der Brücke. Okay. Gibt's morgen bei dir Dying Light 2? Das ist ein guter Punkt. Ich werde jetzt gleich mal schreiben. Und nachfragen. Okay. Okay. Also gerne werde ich morgen, wenn ich ein Key bekomme, werde ich gerne morgen Dying Light 2 machen. Da denke ich, kriege ich auf jeden Fall ein Key. Das wird schon klappen. Und dann... Moment, wo muss ich lang? Okay. Zur Brücke. Ich finde das so geil, wie die Skelette vorne noch so... So die Arme nach vorne ausstrecken. Wahrscheinlich damit sie rollen können, ne? Aber es sieht auch lustig aus. Ja, und dann werde ich morgen Crusader Kings üben. Und dann eben auch... Noch eine Runde Dying Light. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ich bin, wie gesagt, am Samstag ist der Crusader Kings DLC Event. Und ich habe offen gesagt ein bisschen Angst, dass ich da komplett verkacke. Weil ich habe Crusader Kings zweimal gespielt. Einmal ein Tutorial gespielt. Das war ja noch selbsterklärend. Und dann habe ich einmal drei, vier Stunden mit Maurice gespielt. Das war an sich hilfreich. Aber wir haben überhaupt nicht... Aus diversen Gründen ging es nicht. Wir haben überhaupt keinen Kampf üben können. Und jetzt habe ich immer noch Angst... Ah, okay. Jetzt gehe ich erstmal rüber. Oder hier rüber. Ne, schon da rüber, ne? Ja, ja. Und dann nicht runterklettern. Das war's. Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, dass ich, wenn ich da am Samstag spiele, ganz viele Sachen vergesse. Und dann den ganzen Laden aufhalte. Äh, und, und das Rollenspiel aufhalte und so. Deswegen habe ich ein bisschen Angst und wollte es vorher ein bisschen üben. Ähm, jetzt ist meine Frage an euch. Wäre es denn möglich? Ist das denn möglich, dass ihr mir... Ah, komm, ey. Dass ihr mir helft? Oder dass ich quasi euch Fragen stelle? Sowas wie, ey, ich will hier angreifen. Warum geht das nicht? Und ihr helft? Ist das überhaupt möglich? Oder ist das bei dem Spiel in der Komplexität einfach irgendwie unrealistisch? Das war natürlich nicht das, was ich wollte, aber jetzt weiß ich immerhin, wie es ist. Kann ich den so auch dann zaubern? Aus dem Nichts? Hahaha, alter, die Faust aus dem Nichts. Ich habe sie gerade erfunden. Sie wird kommen. Äh, Simon, ich kann dir eine Liste mit 10 Tipps schreiben für Crusader Kings 3. Das ist geil. Kannst du mir die dann bitte einfach an... Gute Frage. An simon at rocketbeans.de schicken. Da wäre ich wirklich sehr hilfreich. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Also, das meine ich ernst. Weil ich muss sagen, das ist für mich wirklich eine große Angst, dass ich da verkacke und alle irgendwie dann sauer sind, weil wir das mit vielen Leuten spielen. Alter, was ein Riesenhaufen. Und ich wirklich am, 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 wahrscheinlich von allen am wenigsten Erfahrung habe mit, ähm, Crusader Kings. Der Nils ist ja dabei. Der hat sich ja auch... Ah, geil. Okay. Der Nils hat sich ja auch, ähm, mit dem Thema beschäftigt. Und der hat es viel häufiger gespielt, äh, als ich. Ich sehe ihn ja immer ein paar Stunden lang spielen. Ja, deswegen dachte ich mir, stelle ich die Frage mal. Ich kann mir jemanden aus der Community in den Discord holen. Ja, all das ist möglich, ne. Ich habe total Bock, ähm, mit euch zusammen das zu spielen. Und ich möchte ungerne mich nur mit dem Rollenspiel beschäftigen und ansonsten, äh, halt als Spieler komplett Quatsch machen, weil ich einfach keine Ahnung habe. Das würde ich gerne vermeiden. Ja, er sagt aber auch eine Menge kluger Sachen. Nämlich, dass es echt schwer ist, bei CK3 irgendwas zu helfen. Ach, das geht gar nicht auf. Weil so viele Optionen gleichzeitig da sind. Ich wollte auf jeden Fall als Charakter Graf Montgomery Krupp von Bullen und Halbach zu Falkenberg nehmen. So wie ich es mal bei dem Tutorial mit Maurice schon gemacht habe. Den kann ich am besten auch spielen. Der macht mir Bock. Da weiß ich, äh, wie der Charakter ist. Und, ähm... Ja, und morgen werde ich ein bisschen lernen. Morgen lernen wir mal zusammen die Grundlagen. Und am Samstag ist dann der große DLC-Event mit Gnu, äh, ich glaube Sterzig, vielleicht auch ein Kalle. Nils ist dabei. Ich weiß gar nicht, wer noch alles dabei ist. Uiuiui, Hochfürst! Der Hochfürst kann mich mal hochwohlgeboren am Arsch lecken. Ne, doch nicht. Scheinbar doch nicht. Oh, okay. Drei Punkte zum Anvisieren, oder? Ja. Hä? Was ist passiert? Wie bin ich denn jetzt gestorben? Hat der so eine Instakill-Waffe, die ich einfach nur nicht gesehen habe? Muss es ja sein. Okay, meine Frage wäre jetzt. Ach nee, muss ich ja... Das ist ja ein kurzer Weg. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Abkürzung? Wie komme ich da schneller hin? Aber das ist ja eigentlich schon eine relativ knappe Kiste. Ich darf nur nicht mich mit den Skeletten aufhalten. Was aber auch schwierig ist, weil da kriegt man einfach so viele kostenlose Punkte. Warum sollte man sie nicht mitnehmen? Ah, mal gegen die Brücke hauen. Okay, jetzt verstehe ich. Na gut, dann mache ich das gleich, sobald ich hier drüber bin. Ich dachte, die geht einfach nach einer gewissen Zeit kaputt. Ah, seht ihr? Ich habe sie nicht alle erwischt. Viel zu wenige. Hier sind viel zu wenige Skelette gestorben. Aber es ist ein guter Safe-Punkt. Es ist wirklich ein sehr guter Safe-Punkt. Schön vorher liegen auch die Seelen. Alles richtig gemacht. Ja, haben wir ja schon. Ich bin mir echt nicht sicher, ob dieser Armreif eine gute Idee ist. Also ich meine, ob die Waffe hier eine gute Idee ist. Ja, mach doch viel mehr Schaden. Komm. Dein Arm ist reif. Dein Arm ist reif. Okay, also in diesen Nebel irgendwie darf ich nicht rein, oder? So habe ich das jetzt verstanden. Und dann habe ich das jetzt verstanden. So, ich glaube, den ersten hole ich mir noch. Oh, das ist befriedigend. Da kommen die Punkte rein. Super. Gut, 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 gut. Ah. Okay, also der ist nicht schwer, würde ich jetzt mal sagen. Der ist nur eher überraschend durch seinen unfairen Nebel. Leise, aber tödlich, ne? Das kennen wir alle von den Chiliabenden mit Freunden. Ups. Ich weiß nur nicht, ob der Nebel, ob er in den Nebel reinläuft. Oder ob der Nebel dann nach vorne kommt. Müssen wir mal gucken. Ah. Ja, aber, hä? Ich meine, wie komme ich da denn raus? Was ist denn der Plan? Also, wenn dieser Nebel kommt, die Dunkelheit, was genau mache ich denn dann? Naja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß es nicht. Ist der Nebel denn bei ihm hinten oder vorne? Ich hatte das Gefühl, der ist irgendwie immer um dieses Wesen herum. Oh, geil. Ja, ja, genau. Alle. Kommt alle rein. Oh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der zieht mich ja auch rein zu sich. Ja toll, ich raffe es nicht. Okay, also sobald er über mich drüber krabbelt, dann muss ich rennen, aber von ihm weg. Okay, es ist wirklich, 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 wirklich verwirrend. Jetzt so ein Anti-Gas-Ring, nah ran, ja das ist das Ding, ich war ja so nah wie man eigentlich nur sein kann, viel näher geht eigentlich gar nicht mehr, aber hinter ihm und er ist dann so nach vorne gekrabbelt und hinter ihm ist dann auch dieser Nebel, denn er bringt den dann mit. Nebel um den Körper, Nebel aus dem Maul, okay. Der hat mich jetzt aber genervt, der hat mich leider getroffen. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Das ist das Ding. Okay, das sind ja offensichtlich dann gar nicht die Ringe. Ich dachte ich kann die damit hauen, aber ich muss manuell anwählen. anwählen, definitiv nicht nur anwählen. Ach komm, häng ich fest. Okay, das ist noch okay. Was ist das? Geil. Das sieht ja geil aus. Okay, ich weiß nicht was es ist. Oh, ich will den Ring. Den einen. Der hat die Hand erst so richtig gemütlich gemacht. Na toll, oder? Jetzt bin ich tot. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Dieser verdammte Hochfürst. So, ihr könnt übrigens wieder in meinem Chat jetzt wetten und verlieren. Wer wird siegen? Hochfürst oder der Hochwohlgeborene? Ihr könnt es jetzt entscheiden und eure ganzen Moneten verspielen. Machst du eine Abendessenpause? Nee. Ich esse ja eigentlich nie. Also, natürlich esse ich, aber sehr spät erst und nur einmal. Oh, sorry. Uh. So. Wir schaffen das. Nee, ich mache keinen Intervallfasten. Ich esse einfach schon immer so. Ich kann morgens, mittags nichts essen und habe dann gemerkt, wenn ich einfach nichts esse bis abends. Ähm, stört mich das überhaupt nicht. Und dann später, 10.000 Jahre später habe ich gelesen, dass das mega gesund ist. Und dann dachte ich mir, ah, okay, dann bleibe ich einfach dabei. Weil für mich ist es wirklich kein Problem, sage ich mal. Ich finde ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Oh, komm, hau. Da war er doch. So, Handring erkannt. Handring gebannt. Armreifen, ey. Was bist denn du für ein Hipster? Hipster-Dämon. Ich will aber einen Armreifen haben. Der hat meine ganze Macht. Aber das gab es doch schon bei Herr der Ringe. Ich bin aber größer. Und ich trage sie am Arm. Und es sind nur drei. Ja, das ändert alles. Der Hochfürst, ne? Hochfürst Mjol... Wollni? Die Wollnis, ne? Nein, nicht hauen lassen. So. Ah, nun Ring hat er noch. Ring-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding. Zerplatze! Oh, hab ich gar nicht gebraucht. Ja, in den Abgrund mit dir! Der Hochfürst ist jetzt ganz tief unten. Das ist doch mal, das ist mal so ein richtiger Kelch. Das ist so ein Pimp... Ja, das ist wirklich so ein Pimp-Kelch. Ein Gral. Ist lustig, weil ich lese ja immer noch. Ich weiß, ich lese es mittlerweile seit einem Jahr. Aber jetzt bin ich fast durch. Lese ich Post-Mortal, wo es um eine Gesellschaft geht, in der die Cure gegen das Altern entwickelt wurde. Das heißt, man kann nicht mehr sterben. Und die ganzen Leute, die dann so eine Cure haben und so eine Cure-Party machen, kaufen sich alle so ein Pimp-Kelch. Weil halt, ne? Wegen Indiana Jones und dieser Kelch, ne? Und trinken dann irgendwie alles diesen Kelch. Das ist einfach ein lustiges kleines Detail, wo ich grad denken muss. In einem doch sehr interessanten Buch. Was nicht unbedingt super geschrieben ist, aber doch sehr interessante Ideen aufweist. So. Blitzschweiß. Damit kenn ich mich aus, ey. Halt's Maul und Level ab. So. Jetzt machen wir zweimal Kondition. Geht nur. Ah, okay. Wir haben noch einen. Das ist wirklich krass. Eine 18.000 Seelen. Das ist so viel. Ne, nix mehr. Ja, es tut mir leid, Leute, aber ich muss eine Glut verkaufen. Ah, well met. How may I be a service? Ähm, wo hast du gelesen, dass das gesund wäre? Also es ist so, es gibt, äh, intermittent fasting. Das ist ein Trend, kann man sagen im Moment. Aber es liegt einfach daran, dass der Körper bestimmte Stoffe, die dem Körper helfen, Toxine abzubauen und all das, erst dann freisetzt, wenn man einen längeren Zeitraum nichts gegessen hat. Das heißt, sobald man nichts gegessen hat und Hunger bekommt, irgendwann in diesem Zeitrahmen fängt es an, dass der Körper irgendeinen körpereigenen Shit produziert, der Toxine und ähnliches aus dem Körper irgendwie rausspült oder sie abbaut. Aber auf jeden Fall hilft dabei, quasi nicht so schnell zu altern. Hilft dabei, gewisse Organe zu schützen. Also es hat de facto erwiesenermaßen einen Benefit. Ich werde euch aber jetzt nicht irgendeine Diät hier verkaufen. Ich sag ja nur, dass ich schon immer so, schon als ich 10 war, wollte ich nie frühstücken und hab immer erst um 7, 8 abends gegessen. Was soll ich sagen, ich bin einfach, ich kann nicht mehrfach am Tag essen. Also sobald ich zu essen anfange, dann esse ich. Oh, ich will nicht kaufen, ich will verkaufen. Und dann esse ich die ganze Zeit. Und das ist dann halt, dann hab ich die ganze Zeit Hunger. Das ist doch scheiße. Ich hab immer noch nicht genug. Hab ich jetzt genug? Ah, guckt's euch an. Fast genau perfekt getimt. Willkommen zurück, Mashen. Spiegel. Sehr gut. Dann tust du das dunkle Kacke. Tja. Kann ich denn überhaupt noch irgendwas machen? Nee. Ich muss direkt weiter. So. Das war jetzt, äh, der Endboss. Oh Gott. Ich hab überhaupt keinen Überblick mehr. Der hat keinen Untoten. Der Typ war so groß und er hatte keinen Untoten-Splitter. Also den Hochfürst haben wir gelegt. Soll ich da nochmal hin? Ich geh da nochmal hin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da wirklich umgeguckt hab. So. Boss-Waffen. Ich hab offen gesagt keine Ahnung. Ich hab die Estos-Scherbe noch. Hab ich die nachher? Werde ich nochmal gleich gucken. Aber ich hab das Gefühl, dass ich noch keine Boss-Waffe habe, die ich wirklich für mich, die mit Magie skaliert, die ich wirklich benutzen kann. Weil normalerweise mir der Chat immer sofort sagt, ey, du hast doch jetzt die und die Waffe. Aber ich hab die einfach noch nicht, glaube ich. Danke, Raspk, für dein Abo. Ey, wir sind schon fast. Wir sind schon über. Wir sind bei 1567 Abonnenten. Ich muss echt mal Danke sagen. Seitdem ich ja heute angefangen hab, sind bestimmt 50 Leute dazugekommen. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Ich weiß, dass das nicht unbedingt, sag ich mal, alles normal ist. Ich weiß das schon zu würdigen. Okay. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwo ein Ausgang ist, den ich übersehen hab. Da ist der Eingang, hier ist der Ausgang. Okay. Danke, Arino und Latoris. Ihr müsst euch jetzt nicht aufgerufen fühlen, natürlich, mir euer Prime-Abo zu geben. Aber ich nehm's gerne. Ohhhh. Okay, das sieht doch geil aus. Das ist doch mal, das sieht doch gleich aus wie hier Bloodborne, oder? Ich mein, das ist, ne. Also ich weiß, das sind die typischen gotischen Design-Elemente von Dark Souls. Aber das ist doch, da könnte auch Bloodborne drin spielen. Geil. Ach, ich mag das. Ich mag das echt. Ich mag das wirklich sehr, wie die hier ihren eigenen Style gefunden haben. Und es sieht, es ist nicht, es ist optisch, es sieht toll aus. Es hat einen geilen Artstyle. Aber es ist nicht so aufwendig, wie man vielleicht denkt. Also es ist einfach gut gemacht. Finde ich super. Das ist wirklich der Unterschied zwischen einem Grafikblender und einem Spiel, was einfach den perfekten Stil für sich gefunden hat. Und da muss man sagen, dass ja eigentlich Demon's Souls schon mehr oder weniger in diese Kerbe auch geschlagen hat. Also auch schon so aussah, in gewisser Weise. Was? Oh nö! AHHHHHHHHHHHHH! Was? Ich ficke dich! Ich ficke dich und deine Mutter! Ich ficke dich in deine Mutter und Captain Red Hat und Cheerio. Die auch. Was mache ich denn jetzt mit dem? Tja, weg. Weg ist er. Und Scythe7. Du bist auch herzlich eingeladen in mein Buch der coolen Leute. Kann ich mit dem Vieh kämpfen? Das bringt doch was, wenn ich das kille, oder? Ach, ihr habt hier schon gewettet, ob ich gegen ihn kämpfe oder abhaue. Das hätte ich euch sagen können. Hasenfußmon nimmt die Beine in die Hand. Wir haben viel zu tun. Packen wir die Beine an. Was soll ich denn jetzt hier mit dem Drachen kämpfen? Es gibt Zillionen Drachen. Und alle haben es vielleicht verdient zu leben. Aber ganz viele Drachen, die tot sind. Die sind tot, weil wir sie getötet haben. Und dann irgendwann gibt es keine mehr. Und dann können ihre Tränen nicht mehr irgendwas heilen. Und ihr Feuer ist nicht mehr heißer als die Hölle. Und dann fehlen uns ganz wichtige gravierende Dinge. Was geht denn mit dem ab hier? Das ist das erste Mal, dass ich so einen hier rumstiefeln sehe. Oh, guckt euch den an. Der hat eine Krönsche. Der hat eine Krönsche da auf. Boah, das ist aber schön. Das nehme ich mir. Tja. Danke Anubis 3000 LP. Was ist da? Irgendwas. Steht der? Ist das ein Gegner oder ein NPC? Ach, das ist so eine Truller. Das ist wieder so ein Mädel. Oh, ihr habt recht. Das ist eine dumme Waffe, ne? Die ich jetzt gerade habe. Weil das die Eiswaffe ist. Und das sind ja Frost. Frostige Kollegen. Aber jetzt den mache ich noch schnell. Ich meine, es geht. Aber es könnte deutlich stärker sein. Wenn ich jetzt ein Feuerschwert hätte, wäre das wahrscheinlich sehr, sehr einfach. Okay. Kurz gucken. Der Typ da. Der kommt erst später. dran. Und wir nehmen jetzt mal. Versuchen mal die andere Waffe. Den Rapier. Krudes Rapier. Oh, und den. Das ist doch geil. Moment. Das wäre ja mal. Das wäre ja wirklich 100 IQ Mon. Wenn ich jetzt noch mir so eine Feuergeschichte hole. Kälteaufbau. Heiterfrierung. Das ist ja interessant. Okay. Ja, leider kann ich das nicht benutzen, oder? Weil ich ein Eisschwert habe. Nein, stimmt. Ich habe ja jetzt. Haha. Okay. Ja, geil, geil, geil. Ich sehe schon, dass ich mir nachher noch hier von diesen verkohlten Harzdingern was holen muss, weil der Endboss sicherlich auch mit so einer Geschichte leichter zu besiegen ist, wenn das ein Eisboss ist. Alter, was bist du denn? Du bist ja, du bist ja ein Frustituierter. Da legt's die nieder. Danke an. Einfach nur Dustin und Action Ninja TV. Das klingt so ein bisschen wie zwei Serien, die auf KiKa laufen könnten. Hä? Moment. Ach, die Waffe ging nicht, weil es keinen Nahkampf hat. Oder, hä? Warum ging die? Da wollen wir gleich nochmal gucken. Warum ging die Waffe nicht? Komm, wir probieren das nochmal. Ja. Es ist einfach eine geile Waffe und sie geht schneller. Ich muss es viel mehr benutzen. Ich habe es ein bisschen hängen lassen, so wie er sich hier... Na, komm. Hast du genug? Was ist da drin? Milch? Milch und Honig fließt hier. Aber leider auch Haue. Milch, Honig und Haue. Okay, der ist jetzt vielleicht ein Feuerdödel. Kann das sein? Na, die jetzt wieder nicht, ne? Ne, ne, ne. Okay, der Rab hier, der hat was, aber ich habe es bisher noch nicht entdeckt. Ah, okay. Jetzt nochmal. Jawoll. Oh, das ist so befriedigend. Damit kann mir keiner den Schneide abkaufen. Okay, jetzt hole ich mir den Typen. Das ist so ein bisschen wie so die Super-Klatsche. Ich habe die falsche Waffe wieder gewählt. Manchmal, ne, ist es auch einfach Dummheit. Jetzt roll doch wenigstens mal. Lass ihn doch mal rollen. Er hat offensichtlich eine ziemlich weite Reichweite. Ich wollte mir nochmal eine Glut gönnen. Ah, ah, ah. Fehler, 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 Fehler. Oh, ich müsste einfach mal viel mehr gucken. Der hat auch so ein Ding. Der hat auch so ein Ding. Ah, ich wollte doch nur zurück und meine scheiß Seelen holen, ey. Ah, bio Hadouken. Vielen Dank für dein Abo. Na ja, jetzt wissen wir immerhin, wie es ist. Jetzt wissen wir Bescheid. Mal gucken, ob der mehr bringt. Na, genau so viel kann man sagen. Na, genau so viel kann man sagen. Ey, Mann, der Rapp hier ist voll scheiße. Ich habe da so viel scheiße in diese blöde Waffe gesteckt. Und die ist komplett nutzlos. Die ist von Anfang an nutzlos gewesen. Die war am Anfang gut und jetzt ist sie nur noch scheiße. Und bringt überhaupt nichts mehr. Warum habe ich denn die aufgelevelt? Die möchte ich wirklich wegwerfen. Ich möchte die scheiß Ding einfach nur wegwerfen. Sieht das. Und dafür gibt es, naja immerhin, immerhin auch gut Punkte, ne, aber das ist ja hardcore hier. Es läuft nicht. Es läuft nicht. Okay, ich muss mal die andere Waffe nehmen. Ich muss wirklich die andere Waffe nehmen. Die ist wirklich nur gut gegen einzelne Gegner und ich habe halt leider jetzt die falsche Waffe hier, weil es halt ein Eisschwert ist, ne. Aber immerhin bringt es noch mehr als der Rab hier. War hier nicht noch einer? Ne. Okay. Ja, genau. Jetzt fängt Dark Souls eigentlich erst an. Das habe ich jetzt schon seit 20 Stunden. Ey, was soll denn hier der Butenzauber von dir? Ja. Oh! 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 Also man kriegt hier sehr schnell Seelen. Wenn man diesen Run, glaube ich, so fünf, sechs Mal macht, kann man sich easy ein paar Upgrades holen. Das ist schon krass. Ich weiß nicht mal, wo der Typ ist. Ich sehe nicht mal, weil es so krass ist. Okay, dann gehe ich halt nochmal runter und lade nochmal auf. Viel mehr kann ich ja nicht machen. Am Ende habe ich wenigstens was zu lachen, denn ich kriege dann ja mehr Seelen. Ich muss aber sagen, das ist schon ziemlich spannend. Das ist eine schöne Map bisher. Schöne Karte, schönes Areal. Ist hier noch irgendwo was? Ne. Ja, für diese Map würde es sich echt lohnen, sich so einen kleinen, so einen Feuerdolch oder irgendwas zu machen. Ich frage mich, was diese große Zaubererwaffe soll. Ach, damit kann ich dann meine Waffe... Hä? Aber wie kann ich denn... Also, wenn ich den Stab in der Hand habe, wie kann ich denn dann eine Waffe... Muss ich den Stab in der linken Hand haben, um die Waffe in der rechten Hand zu verzaubern? Ich nehme an, dass das so ist. Weil ich kann... Also, Eisenfleisch kann ich auch nicht benutzen. Das soll mal einer verstehen. Naja. Ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Aber es ärgert mich ein bisschen. Die sind ganz schön heftig. Das gefällt mir. Eisenfleisch ist Pyromantie. Ha. Dann werde ich das mal ändern. Zauberer einstimmen. Hätte jetzt nicht gedacht. Es ist Pyromantie. Ich Idiot. Wie habe ich das denn gekauft? Na gut, egal. Ähm... Gespenst. Machen wir mal. Vielleicht kann ich ja... Moment. Habe ich die große Zauberwaffe? Habe ich okay. Nur den schweren Seelenfall mal benutzen. Mal gucken, wie das klappt. Vielleicht kann ich da ein bisschen schneller schießen. Oder besser. Besser ist das hier. Ne. Ist nicht besser. Hat sich rausgestellt. Ist überhaupt nicht besser. Nix ist besser. Nix. Fünf Stunden spiele ich dieses Spiel. Und zum ersten Mal wird es eng. Es wird eng. Oh, der ist ja auch noch was. Nehme ich mit. Moment. Ist da was für mich? Ne. Simon will seine Seelen wieder haben. Nein, kommen Sie nicht hierher. Mann. Gehen Sie doch mal in die andere Richtung. Hören Sie mich denn nicht. 8000 Seelen warten auf mich. Ich habe zu tun. Die Leute warten. Jetzt tanzt der Typ da rum. Nein. Gehen Sie nicht die Treppe runter. Sie ist leider nicht gesalzen. Sie könnten sich den Hals brechen. Oder die Krone verdellen. Sie können sich die Krone kaputt machen. Das will doch keiner. Jetzt bist du mein Knecht. Oh shit. Scheiße. Falsch. Scheiße. Jetzt bist du mein Knecht. Nein. Nein. Ah. Auch noch zwei. Und beide haben dieses Dreckschwert. Das ist doch einfach. Alles daran ist verkehrt. Aber immerhin habe ich es zum Leuchtfeuer zurückgebracht. Schwerste Level bisher. Ich dachte bisher, dieses Sumpfding ist nervig. Aber das ist richtig nervig gerade. Weil die halt auch diese super asozialen Waffen haben. Okay. Die haben einen Homing Schuss. Die haben dieses mega lange Zauberschwert. Und sie haben noch einen normalen, krass schnellen Angriff. Und... Ja. Warum nicht, ne? Ich sehe doch nichts. Ne. Das gefällt mir gerade nicht. Das gefällt mir gerade nicht. Oh nein. Ich habe mir leider das Bloodborne PSX Demake noch nicht angeschaut. Will ich aber. Es ist... Im Moment kommen überall Sachen raus, die ich gerne mal machen will. Das gefällt mir gerade nicht. Also mit der Magie, vielleicht mit dem schweren Seelenpfeil, aber die sind zu schnell für meine bisher verwendete Magie. Klappt einfach nicht. Okay, danke Draculord für dein Abo. Mal gucken, was der Kleine jetzt bringt. Ja genau, nämlich dann, wenn ihr die Scheiße trinkt. Dann will ich dich wegwalzen. So wird ein Schuh draus. Oh, könnte, nee. Ist glaube ich nur eine große Titanichel, ist nicht das, was ich brauche, aber es klingt immer cool, wenn man es kriegt. Danke Sashomo84 für dein Abo. 580 Abonnenten, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass ihr mir so vertraut. Oder vielleicht ist es auch einfach lustig für euch, hier zu sehen, wie ich mich abquäle. In diesem Fall seid ihr auch herzlich willkommen. Man muss vorsichtiger sein. Ich habe hier viel zu sehr den Yolomon raushängen lassen. Danke auch Sashomo84. Ich habe wirklich einfach einen Fehler gemacht. Ich muss einfach schneller sein. Ja, seht ihr mal so. Hier ist nämlich das Timing auch einigermaßen okay, weil der Zauber schneller gezaubert wird. Okay, langsam komme ich rein. Ich will nicht sagen, als ob das jetzt schon irgendwas Besonderes wäre, aber immerhin bin ich hier jetzt endlich mal durchgekommen, ohne sofort vollends auf die Fresse zu kriegen. Das ist unfair. Ich will hier einfach nur mein Seelenschwert einfach mal auspacken. Dann kommt ihr und haut mich. Die verborgene Leiche werde ich auch gleich mal probieren. Da war der Typ. Nein! Geh weg! Ich habe auch zu viel Kram. Ich habe hier viel zu viel Kram. Okay. Brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir erstmal... Na, das brauchen wir schon häufiger, ne? Egal. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja, brauchen wir eigentlich schon, ne? Aber egal. Ja, euch beiden lasse ich nochmal da. Ich würde halt gerne nur einen von denen haben, nicht gleich beide. Ja, ich würde halt gerne nur einen von denen haben. Guckt's euch an! Das Relief, das ist das Letzte, was die Monster sehen. Er kommt um die Ecke. Die Zackennase. Das Kirchturmgesicht. Mike Krieger ist in der Stadt. Und er hat überhaupt keinen Bock auf Frostbollen. Die Frostbollen werden heute woanders verteilt. Ja, aber leider auch wieder das Falsche. Ich brauche einen Titanitbrocken, oder wie das heißt. Da oben leuchtet was. Das ist, glaube ich, so ein... Leuchtlurch? Ist das ein Leuchtlurch? Ja. Gib was Geiles! Her! Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Wo sind die denn? Schade. Ah, da. Ah, ob das klappt? Ja! Jetzt haut er ab, du Feigling. Danke, Typhax, für dein Abo. Was? Kann der hoch? Geht der gerade eine imaginäre Treppe hoch? Ne, jetzt mal ernsthaft. Der ist einfach eine Treppe hochgegangen. Hier hat jemand gesagt, ich soll... Oh mein Gott, es ist eine Treppe. Ich werde ja nicht mehr. Ich werde ja nicht mehr. Okay, aber wo soll ich denn wissen, wo ich jetzt am besten lang gehe? Ich gehe hier mal runter. Hm, hätte sein können. Entschuldigung, Wand. Du mögst ja viel aushalten. Doch das liegt an deinen... ...schweren Knochen. Und deinen fetten Klamotten. Hexenbaumzweig. Okay. Jetzt habe ich auch noch ihre Klamotten. Okay, das sollte jetzt eine Abkürzung sein. Aber wie komme ich denn von hier weiter? Nein, das ist keine Abkürzung hier. Danke, Captain Robin. Hm. Ja, eigentlich muss ich jetzt schon wieder, ne? Aber ich könnte auch noch ein bisschen... Also, wo ist das jetzt hier? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Wo ist das denn eine Abkürzung? Oben liegt auch noch ein Item. Das werde ich gleich noch holen. Okay, aber wo ist das eine Abkürzung? Komm ich hier durch? Ist hier irgendwas? Hier ist ja gar nichts. Vielleicht hier? Jetzt traue ich mittlerweile gar nichts mehr. Jetzt gibt es schon unsichtbare Treppen. Na ja, gut. Ist doch keine Abkürzung wohl. Ich würde aber gerne das andere Leuchtfeuer noch holen. Da ist doch eins, oder? Da ist ganz sicher irgendwo ein Leuchtfeuer. Bevor ich die nochmal alle bekämpfen muss, will ich dann nochmal weiter gucken. Das ist übrigens keine Jeansjacke. Das ist ein Jeanshemd. Für die, die sich fragen, warum ich eine Jacke anhabe. Es wäre aber auch gar nicht so schlecht, eine Jacke anzuhaben. Es ist nämlich mega kalt hier. Wir haben hier nur eine alte Heizung. Und die geht nicht gut. Aber ja, ich finde auch, Jeans steht mir ganz okay. Okay, so. So, jetzt sind wir wieder hier. Da rechts bin ich. Da links bin ich auch. Geradeaus will ich. Da ist jemand, den ich einsammle. Hier ist noch was. Ha! Wusste ich es doch. Ne? Ja, scheiße. Habe ich jetzt schon anders erwartet. Da! Genau. Das war die Abkürzung, ne? Die ist für mich, äh, oder? Ihr habt ja gesagt, ich habe ein Item liegen lassen. Okay. Das holen wir uns noch schnell noch. Da! Das war's. Und es war, wie immer, ein gutes Item. Ein gutes Item. Mann, 20.000 Seelen. Okay, ich sollte doch besser jetzt langsamer anfassen, äh, anfangen, meinen Knochen mir wieder reinzulegen. Und vielleicht ihn auch mir schon mal... Ja, wobei, ich habe so viel. Aber eindeutig sind da Leute, die wollen Ärger. Der eine hat schon so riesigen Brennbesen dabei und daneben stehen die anderen Lappen. Das gibt wieder nur Ärger. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo was... zum Rasten. Immer wieder cool. Ich wünschte nur, ich könnte sie sinnvoller verwenden. Nee. Oh, die kommen schon hinterher. Die Prozession hat angefangen. Ah! Der Simon hat das Feuer entdeckt. Der Simon ist der geilste Dreck. Der Simon, der Simon, der Simon ist der Chef des Feuers. Ah, Chef, 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 die Chef. Okay, es läuft. Ich fühle mich sehr wohl hier. Wir kommen immer weiter. Also, ich habe doch sicher bestimmt heute... Also, ich bin doch sicher schon 60, 70 Prozent im Spiel drin. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Da geht immer noch mehr, klar. Aber ich denke, ich habe schon sehr viel. Fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre ich schon locker über die Hälfte. Vielleicht ist es auch nicht so. Aber, okay, wir gehen wieder auf Kondition. Fast 20.000. Fast 20.000. Ich muss noch mal gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte noch was gefunden. Hier ist es ein bisschen schwierig. Man könnte sagen, mehr Magie und dafür ein bisschen weniger Energie. Könnte schon klappen. Okay, was haben wir hier? Kurz mal gucken. Rab hier, das Dreck-Ding. Okay, ich habe einen Funkel-Titanit. Und der Rest hier, Titanit-Brocken. Funkel-Titanit brauchen wir. Okay. Das Schwert des Schwarzen Ritters. Das würde ich eigentlich auch gern mal haben. Aber dafür muss ich stärker sein und mehr Geschicklichkeit haben. Oh. Also sagt mir mal ganz kurz, nee, der Hexenbaum-Zweig ist scheiße. Oder? Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich mir aber jetzt echt mal ziemlich sicher. Ich habe übrigens kein DLC hier aktiviert. Also die DLC-Sachen werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Habe ich keinen, ne? Okay. Was genau wollte ich hier? Ja genau, meine Kiste. Ich wollte Sachen in die Kiste packen. Da. Okay, Wider Gates. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das stimmt. Manche haben gesagt, ich wäre jetzt erst bei 40%. Also ich fände es super spannend, weil das würde ja bedeuten, da wartet noch eine Menge Spiel auf mich. Aber das fühlt sich für mich an, als wäre ich schon über die Hälfte drüber. Einfach weil wir haben ja schon eine Menge gemacht einfach. Das ist ja verdammt groß dann. Danke an Tron Nick J für dein Abo. Ich werde natürlich, sobald Elden Ring rauskommt, hier mit Pause machen und Elden Ring spielen. Aber ich würde es auch am Ende noch weiterspielen. Beweis der Eintracht. Also den hätte der Ede gerne, ne? Ja, ich weiß nicht. Du bist eine, du bist eine Mauer, die man nicht braucht. Du bist unsichtbar. Du bist ein Hologramm, du Sau. Auch du bist nicht wahr. Verdammt, alles hier stimmt. Hinfort! Verschwinde, Wand! Ich bin ein magischer Magier! Ne. Okay, gar nichts. Niemandem kümmert es. Kann ich dagegen hauen? Bringt auch nichts. Okay, dieser Raum ist belanglos. Warum ist er da? Du schaffst das schon vor Elden Ring. Okay. Okay. Oh, danke, Bjarne, für dein Lob, dass du mir gerne als Einzel-Streamer zuguckst. Das freut mich natürlich sehr. Ich bin auch sehr gerne, ich streame unglaublich gerne alleine. Wirklich nicht, weil ich mit anderen Leuten nicht kann. Ich glaube, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich sehr gut mit anderen kann und auch Bock habe. Aber ich kann dann einfach mein eigenes Pacing, meine eigenen Waffen, mein eigenes Leveling. Ich kann so lange spielen, wie ich will. Ich kann dazwischen so viel Pause machen, wie ich will. Es ist einfach, das Spiel ist meine Bitch und nicht umgekehrt. Und das finde ich mal einfach sehr angenehm. Ja, Mann! Ey, es ist so unfassbar gut, wie es gerade läuft. Schon wieder so einen geilen Knochensplitter. Moment. Hier ist, ja, hier ist die Kirche. Hier unten ist nichts. Ich will links rum. Hier unten ist die Kirche. Oh, oh, oh. Ja, okay, hier kann man sich die Seelenpfeile fast schon sparen, weil das Schwert dann doch ein bisschen besser ist. Tja, Hundi, wärst du mal ein bisschen früher aufgestanden? Oder abgehauen? All das hätte helfen können. Doch du hast dich entschieden anzutreten gegen den Wehrwolf-Hund-Schweineschlachter von Köln. Wo kommen diese Wörter her? Ich weiß es nicht. Man nimmt das Erstbeste. So wie ihr bei eurer Beziehung. Warum? Warum, Simon? Das liegt doch alles so gut. Warum? Ich weiß es auch nicht, Simon. Manchmal muss es einfach mal eine saftige Beleidigung sein. Die verstehen das schon. Hier wäre jetzt gut, wenn ich diesen Lichtzauber hätte oder so. Man sieht wirklich gar nichts. Ah, das sind mir zu viele Augen. Und ich kann die nicht anvisieren. Und ich soll da runter? Ach, das ist eine... Oh, das ist eine Trapsche. Das sind genau die Momente, wo man guckt und dann stirbt man, ohne zu wissen, was habe ich jetzt gerade gemacht? Gut. Stehen die wieder auf? Nichts. Oh, oh. Okay, die sind irgendwie unsichtbar, bis ich sie sehe, aber die Augen helfen natürlich. Also atmosphärisch ist das richtig schlimm, ich glaube, wenn man das alleine spielen würde, also alleine im Dunkeln ohne Chat oder irgendwelche anderen Leute, würde man auch schon ganz schön ein bisschen Muffensausen kriegen. Okay, hier bin ich runter gekommen, da rechts ist die Leiter. Danke an Zarek 9, ja, okay, wir haben weiter die Treppe noch, die Leiter meine ich natürlich und hier, ah, hier ist der runde Platz und hier sind wir jetzt daneben, komm, dich nehmen wir noch schnell mit, deine Augen schreien nach meinem Schwert, Hieb. Da unten geht es irgendwie weiter, würde ich sagen, oder? Ich, ich gehe, okay, dann gehe ich doch erstmal runter. Ah, ja, guten Abend, Herr Bills Billner. Kurze Erklärung, ich bin schon seit fünfeinhalb Stunden hier am Start, ich weiß nicht, wie lang ich noch mache, aber im Moment ist es immer noch sehr, sehr angenehm. Oh, ja, gut. Oh, ja, gut. Oh, nein, what? Oh, ja. Oh, ja. Okay. Na, ich muss mal eins sagen, weil ich lese das jetzt schon ein paar Mal und es ist ja auch lustig, dass ich Nils und Florentin überholt habe. Das stimmt zwar, aber es ist ja nun mal so, dass ich sehr viel länger spiele hier am Stück und einfach auch täglich und nicht nur 90 Minuten alle paar Tage. Insofern habe ich ja einfach, es wäre ja eher ein Armutszeugnis, wenn ich nicht weiter wäre. Das möchte ich nur auch nochmal gesagt haben. Und ich weiß, dass die Jungs viel Spaß haben. Ich will ja auch ungern ihnen das Gefühl geben, dass ich irgendwie mich mit ihnen battle oder so. Das ist überhaupt nicht so. Insofern nehmt es mir nicht übel, dass ich da jetzt länger gespielt habe und weiter bin. Ah! 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 ist das ekelhaft! Was bist du? Alter. Ey, an dem Tag, als Gott dieses Vieh geschaffen hat, da ging es ihm nicht gut. Da hat er mal einen Darm gehabt oder so. Das kann mir doch keiner erzählen, dass du sowas schaffst und danach sagst, so, das war anständig. Hier ist alles richtig. 18 Arme, die Rippen nach außen, alles in Ordnung. So machen wir es jetzt nur noch. Kannst du mir nicht erzählen. Nein! Was passiert hier? Das ist ja wieder das Vieh. Eieiei, ganz knapp. Bezüglich, naja, bezüglich dieser Spinnenphobie, also ich bin kein Fan von Spinnen und ich merke immer wieder diverse Probleme mit Spinnen in Spielen und so. Aber es ist zum Glück nicht so, dass ich, ähm, ah, geil, dass ich jetzt irgendwie Spiele aufhören muss zu spielen oder so. Also ich höre manchmal auch Spiele auf, wenn eine Spinne kommt, das stimmt, aber es ist nicht so, als ob ich das die ganze Zeit bei allen Spielen machen muss. Aber es gibt echt, wenn sowas passiert, sobald mehr als, sobald acht Arme und Beine oder acht Beine auf mich zukommen, geht mir der Kackstift. Sechs geht noch, aber spätestens bei acht kriege ich automatisch Angst und deswegen bin ich ja damals auch, als, da weiß ich nicht, da war irgendwie der Ian, hatte irgendwie eine Sendung zu EDF und ich weiß noch, wie ich ihm vorher immer wieder gesagt habe, Ian, ich sag's dir gleich, wenn du irgendeine Spinne oder sowas, weil er ist so ein Typ, der sowas einfach macht und das lustig findet, wenn du irgendeine Spinne reinholst oder irgendwas machst, geh ich. Und dann hat er mir das mehrfach versprochen, dass das nicht passieren wird, das letzte Mal sogar noch in der Werbepause, bevor er dann doch mit einer Spinne reinkam, und da bin ich nach Hause gegangen. Ähm, weil das einfach auch asozial ist. Man triggert nicht die Ängste von jemandem. Ähm, also okay, Vitalität gebe ich mir. Oh, jetzt brauche ich insgesamt 30.000 Seelen. Oh, Mann. Nee, Moment, das nächste Mal 20.000 Seelen. Oh, jetzt möchte ich aber echt mal diese 10.000... Es ist immer, mittlerweile, die Restseelen sind so viele mittlerweile. Ah, gut, Matt. Es ist gut, dass es mich nicht gibt. Moment, hatte ich nicht eben eine? Ach, nee, es waren so Knochen. Ich dachte, ich hätte eine Estos-Scherbe. Ähm. Ja. Jetzt brauche ich noch einen Titanit-Brocken. Und das wäre dann auch derselbe wie für den Rab hier. Aber, nee, wir bleiben jetzt erst mal beim Ausbau des Stabs des Ketzers. Mal gucken, vielleicht kann ich hier noch was kaufen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Die würde ich echt gerne haben, ne? Aber da brauche ich echt noch mehr, äh, Intelligenz. Also, bald kann ich mir kaufen. Kann ich es nicht jetzt schon kaufen? Ja. Dann kann ich es halt erst später benutzen. So, was gibt es denn noch? Haben wir das auch schon? Haben wir noch nicht, ne? Ich weiß, dass ich die alle nicht zwingend brauche. Aber jetzt habe ich sie halt. Das ist auch gut. Diese Zauberei hätte ich mal gebrauchen können. Okay, so. Jetzt habe ich wirklich fast alles gekauft, was man, äh, was man beim Zauberer, äh, gebrauchen kann. Und weiter geht's. Lootlet hat noch einen Zauberer. Ich weiß gar nicht, was das, ähm... Ach so, das ist ein Ort, ne? Lootlet. Gucken wir mal kurz. Gibt es hier irgendwo Lootlet? 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 Habt ihr Lootlet gesehen? Ich will lootleten gehen. Ne, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo jetzt der nächste Weg ist. Äh, war ich hier unten? Ach, da war ich. Ja, 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 genau. Ih, hier sieht man ja auch diese Spinnenweben schon, ne? Hier sind auf jeden Fall alte Spinnenweben. Hier wollte ich weiter. Ich war nämlich da noch nicht fertig an der Stelle, wo ich eben noch war. Oh, danke. Ben Q. Mann, ich weiß, was ich gerade falsch mache. Mann, ich hab den Heimatknochen da unten gehabt. Ich hab's gesehen. Wollte dann schnell mal eine ruhige Minute, um das zu wechseln. Das Problem ist, finde ich, beim Controller, jetzt mal ernsthaft. Hier sind die Wechseldinger. Man kann aber nicht wegrennen und wegrollen, während man gleichzeitig wechselt. Da brauchst du eine dritte Hand. Das können höchstens ein paar Typen hier im Spiel. Und das finde ich, ähm, super optimal. Wahrscheinlich kann man sich das auch irgendwie anders hindrehen, ne? Ach nee, hier. Ist nix. Moment, ich kann nach unten halten. Alter, das ist wahr. Also wenn ich nach unten halte, geht's immer automatisch zum Estus. Das ist ja mal, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ach, das ist die Ecke. Ja, in der waren wir ja schon. Oh, das ist ja. Ah! Ärgert mich, dass der mich getroffen hat Ich wollte kurz ein bisschen was trinken zwischendurch Ich dachte, das reicht genau Ich kicke ihn hin, dann trinke ich Okay, so, jetzt sind wir wieder genau in dieser Ecke Da drüben war ich schon Hier draußen kommt das Vieh Ja, warum eigentlich nicht? Warum soll ich nicht mal mit dem kämpfen? Dafür sind wir ja hier, ne? Dafür sind wir doch hier Okay, aber nicht hier im Wasser Das da links sieht gut aus Ja, hier muss ich auf jeden Fall Jetzt erstmal killen Okay Jetzt kann ich endlich in Ruhe rumlaufen Wäre auch noch schöner Wo kam ich her? Kam ich von da, oder? Kurz einmal nochmal gucken Da ist noch einer Ha, der fette Wurm Der Wurm Was hat der wohl für mich? Das ist ein Schwert, oder? Da liegt ein Schwert Ey, wie gerne ich dieses Wunder der großen Heilung Ah, die hab ich ganz vergessen Oh Gott, hasse ich euch Ah Oh, fick dich From Software Ernsthaft, du bist doch wahnsinnig Ah 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 Ah. Ey, das sieht so fett episch aus. Und man selbst ist nur so ein kleiner Lurch. Und will eigentlich nur irgendwie nach Hause. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, er will wahrscheinlich einfach der aller krasseste sein. Aber ich will nach Hause. Nach Hause und mich in Ruhe waschen. Hier ist er vielleicht... Nö. Oh, geil! So, jetzt brauche ich... Die Hälfte habe ich schon an Seelen. Aber das ist nicht annähernd ausreichend. Also hier wäre jetzt natürlich so ein Lichtzauber. Wäre jetzt nicht schlecht, ne? Ich könnte mal gucken, habe ich nicht den eben sogar geholt? Ich glaube, ich habe ihn mir eben sogar geholt. Also der große Schwere ist mir zu groß und zu schwer. Farons Ruf. Warum geht das nicht? Ah, noch nicht klug genug. Blitzschwert. Schwert aus Seelen. Auch eine gute Idee. Gespenst ist eine gute Idee. Eisenfleisch. Warum kann ich es denn jetzt machen? Verstärkt schade. Es steht hier Pyromanie. Na gut, ich kann es aber trotzdem irgendwie nicht wählen. Was? Insektenschwarm und TP. Okay, habe ich scheinbar... Habe ich mir gekauft, aber hilft nicht. Was habe ich denn hier noch? Achso, immer noch die Intelligenz. Und was hier nochmal? Ja, dann nehme ich halt das. Jetzt bin ich schon ein bisschen traurig. Ich dachte, dass ich das Licht gekauft hätte. Komm, wir machen mal die verborgene Leiche. Bimon kann mir irgendwo noch ein Lösungsbuch von dir ergattern. Ich würde sehr gerne eins erwerben. Naja, es gibt ja viele. Natürlich. Ich habe ja die Game Breaker gemacht. Das waren drei Teile. Ich habe Resident Evil 2 natürlich. Mission Impossible. Ich habe ein PC-Lösungsbuch gemacht. Ich habe auch ein Playstation-Lösungsbuch zusammen gemacht mit Freunden. Also, ich habe schon viel Bücher gemacht. Die kann man aber alle nicht mehr kriegen. Was ich will, ist ausweichen, du Scheißkerl! Mann! Er ist ja nicht weit, ne? Also, ich habe leider... Man kann... Mir wurde mal gesagt... Grüße an Terrican Rex. Ich wurde mal gefragt von Amazon, ob ich nicht einen Nachdruck davon irgendwie machen könnte. Was lustig ist, weil ich ja gar nicht die Rechte besitze. Insofern ist die Antwort Nein. Weil ich es nicht kann. Aber man kann halt welche kaufen von irgendwelchen anderen. Es wird quasi getradet. Vielleicht mache ich einfach einen Coin daraus. Alter, der hat aber Schläge, wie ich in Nioh. So, und ich habe leider auch nur eins. Und das darf ich nicht mehr mehr hergeben. Weil es wirklich das Letzte ist, was ich habe. Und da man es ja auch nicht mehr kriegen kann... Also, ich brauche es nicht, ist klar. Aber man will ja sowas schon behalten. Deswegen kann ich dir das leider nicht geben. Tut mir leid. Aber es ist auch... Also, man muss es auch nicht haben. Es ist ein fucking Lösungsbuch zu einem Spiel, was tausend Jahre alt ist. Und es ist noch nicht mal das beste Lösungsbuch dafür. Also... Es ist nicht nötig. Ab wann ist man sicher, dass man alle Geheimnisse abgedeckt hat? Oder gibt es auf Anfrage Hilfe von den Entwicklern? Ganz früher gab es das. Aber dann war es irgendwann so... Das ging recht schnell. Dass die Publisher der Spiele gemerkt haben... Ach, damit lässt sich Geld verdienen. Es gab eine Zeit, da waren Lösungsbücher unfassbar populär. Und, ähm... Ich sag's immer wieder gerne, zu Ridge Racer 4 wurden mehr Lösungsbücher als Spiele verkauft. Was weird ist. Ähm... Aber euch ungefähr zeigen sollte, was die Relation zu Raubkopien waren und zu Lösungsbüchern in dem Fall. Und, ähm... Ja... Also... Es ist so, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Weil man, äh... Ja, die US... Damals gab es die US-Version, die japanischen Version. Man hatte sehr viel Zeit. Bevor es dann... Äh... In die deutsche Version ging. Und da musste man natürlich dann fertig sein. Aber man hatte echt Monate Zeit. Das gibt's alles heute nicht mehr. Heute kommt das gleich raus am Launch-Tag. Äh... Ist abgedealt. Niemand darf ein Lösungsbuch rausbringen, ohne dass das geklärt wurde. Dann darf er... Äh... Wenn das macht... Äh... Ohne Erlaubnis darf er halt nichts benutzen, was in irgendeiner Hinsicht... Ähm... Quasi zu dem Spiel gehört. Man kann froh sein, dass er den Namen benutzen darf. Vom Spiel. Ähm... Ja... Und, äh... Da habe ich heutzutage keine Chance mehr ein Lösungsbuch zu schreiben. Ja... Die Lösungsbücher zu Final Fantasy waren immer gut gemacht. Auf jeden Fall. Äh... Du kannst schon quasi äh... 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 Die man sonst halt nicht hätte. Die so ein Lösungsbuch dann auch zu mehr machen als nur... Ein Haufen Zettel mit einem FAQ. Sondern dann ist das halt auch was, wo man die... Die Werte der Monster hat. Die Schadenswerte der Waffen. Den ganzen Kram, den man sich normalerweise ja wirklich erarbeiten müsste. Sonst, ne. Heutzutage ist das glaube ich wieder alles anders. Weil ernsthaft ja keiner mehr... Lösungsbücher kauft. Weil man sie online halt einfach alle kriegt. Warum sollte man heute noch... Ich wette es werden immer noch Lösungsbücher verkauft. Aber heute ist das mehr so Beilagmaterial zum Spiel. Also die Lösung ist dann nur eine der Sachen. Was man will ist Bonusmaterial. Extra Sachen. Artworks. Geschichten. Dinge die man halt sonst nicht bekommt. Du warst das? Du kannst aber schreien als wärst du krasser. Hier noch was? Ne. Ja, aber ich habe damals richtig gut verdient. Also es gab so für so ein Lösungsbuch... An die 12... Zwischen 10.000 und 15.000 Mark. Das war natürlich echt viel. Also da habe ich eine Menge Geld ausgegeben für dumme Sachen. Hätte ich mal lieber irgendwas Sinnvolles gekauft. Hätte ich damals irgendwelche Aktien gekauft, wäre ich heute Multimultimultimillionär. Nein. Ich habe mir eine Anlage gekauft. Dreamcast. Großen Fernseher. Importspiele. Da ging die Kohle hin. Aber ich meine, das war okay. Ich war 17, 18, als es anfing. Das ist halt Kohle. Alter, der hat einfach ein Eisenbügelbrett dabei. Bügeleisen. Was? Was macht der? Warum? Wie? Ach, das ist ja direkt hier. Was? Ich dachte schon gerade, es bringt nichts. Da hätte ich jetzt aber ganz schön in die Scheiße gegriffen. Das ist so hinterhältig, ne? Unfassbar gemein. Boah, was hält der aus, ne? Ich treffe ihn auch nicht richtig. Oh oh. Wo warst du? Kamst du jetzt eben die ganze Zeit schon? Oh. 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 Ich weiß nicht genau, was ich mache, dass ich immer diesen Blutverlust kriege. Ich nehme aber an, dass das von ihm kommt. Und sich langsam aufbaut. Aber ich will auch mit ihm kämpfen, denn sonst habe ich nämlich Lootverlust. Was? Ich dachte, der wäre tot Ich hätte schwören können, der wäre tot Alter, ich habe einen großen Zauberschild Ist das jetzt endlich mal ein richtiger Schild für mich? Schildi Nee Das ist gar nicht der Schild Von dem ich dachte, dass das ist Ich weiß nicht, ob das hilft Nee Jetzt bin ich der Madenmann Ich bin nicht nur der Nasenmann Ich bin der Madenmann Ja, und was mach ich da jetzt mit? Sterbe ich jetzt einfach? Geil Zaubererstulpen Oh oh Da hat einer die Munchies Wie viel hältst du aus? Es ist wirklich nicht zu fassen Okay Na Natürlich Nee Nee, 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 nee Mal gucken, ob man hier vielleicht die Brandbomben Mal ein bisschen sinnvoll einsetzen kann Oh Ach, mit der Fackel kann man Maden wegbekommen Ja, das ist auch War mir jetzt auch neu Ha Guckt's euch an Oh nein, das ist so einer Natürlich Ja, was sollte ja auch irgendwas anderes sein Natürlich Es ist ein Maderich Der mir diese schöne Ecke madig macht Ah Die Madenmacht Komm, jetzt hau Also das ist lächerlich Das ist einfach leider echt gerade schlechte Kamera gewesen Weil ich aber nichts sehen konnte 15.000 Seelen Jetzt muss ich ja den ganzen Weg nochmal machen Scheiße Verrückt Oh oh Okay, da gehen wir gleich hin Wir gehen auch gleich runter und holen die Seelen Das werden wir natürlich hier nicht einfach lassen Was war das? Wo kam es her? Ah Hier ist dieselbe Ecke Nur von hinten Und hier ist links Hier ist das Und hier ist es Nee, ich würde ihm so gerne auf den Kopf springen. Es ist wirklich ein guter Move. Aber erstmal mache ich alle anderen und eigentlich würde ich lieber hier durchrennen und mir meine Seelen holen. Weil das ist es mir eigentlich nicht wert, jetzt mit dem hier. Mag ja sein, dass das gut funktioniert. Ich mache es lieber Cheezerino Style. Ja, ich rieche die guten alten Parmesan-Füße vom Mon. Ich bin der Zauberer, der sich nicht die Hände schmutzig macht. Du Scheiß-Gerl. Scheiße. Da sieht man mal, wie krass die sind. Die sind langsam. Aber was die aushalten, vier von diesen Dingern musste ich da jetzt gerade reinhauen. Das ist eine Menge. Da muss eine alte Frau lange für hacken. Oh, hier ist die Tür offen. Hier ist die Tür offen, natürlich. Nein! Da will ich jetzt aber schon die Scheiße jetzt rausholen. Mann, warum geht das nicht? Okay, dann gehen wir weiter. Hier war ich ja schon, aber irgendwo muss es ja auch weitergehen. Nee. Okay, aber da war eben noch irgendeine andere Ecke, bei der ich punkten konnte, glaube ich. wo ich lang gehen könnte. Ich weiß nur nicht mehr welche, aber da war noch mehr eben. Runterhüpfen bringt aber schon mal nichts. Das weiß ich ja jetzt mittlerweile. Okay, da war ich ja auch schon. Na, mit dem haben wir ja eigentlich auch schon gekämpft. Da ist gar nichts. Ich müsste wahrscheinlich da irgendwie runter. Nee, ne? Da muss ich hin. Komm, wir gehen da noch mal hin. Wir holen uns das jetzt. Die Ecke da. Also immer rechts halten, würde ich jetzt mal sagen. Ach, hier ist das. Okay, da waren wir ja schon. Dann, äh... Ja, da waren wir sicherlich... Waren wir schon, aber da... Ach ja, wir wollten ja auf die andere Seite. Jetzt sind wir da. Danke, Fusel der Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob du meinst Fusel oder Fusel. Nee. Nein. Was macht der mit meiner Energieleiste? Das muss mir doch mal jemand erklären. Was genau macht der und wie kann ich es verhindern? I don't get it. Okay, das geht wieder weg. Puh. Danke, Domikon. Ach, es geht trotzdem. Ich dachte, ich bin unsichtbar. Nie bin ich unsichtbar, wenn ich Unsichtbarkeitszauber mache. So. Jetzt mache ich die so Nase sehe. Muss ich ein klein wenig lachen. In mich hinein. Jetzt klaue ich dem auch noch die Hose. Wie demütigend. Damit kann ich mittlerweile auch also kann ich ein ganzes Lagerhalle damit einrichten. Nur mit den großen Titanitscherben. Oh oh. Das sehe ich jetzt erst. Was ist denn dein Problem? Du bist ja super bäh. Moment. Ganz kurze Frage. Es gibt ein FMV Sale auf Steam. Das muss ich mir aufschreiben. Das muss ich mir aufschreiben. Ich habe eine Menge Spiele schon gekauft. Aber das wusste ich noch nicht. Und das ist immer gut zu wissen. Weil die würde ich mir doch früher oder später alle kaufen. So was mache ich denn jetzt mit dem? Soll ich da draufhauen? Darf ich die töten? Soll ich die? Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Aber die tun mir nichts. Also warum soll ich sie dann? Mein Gott sind die ekelhaft. Ja, das ist der... Das ist die Abkürzung. Hier ist irgendwo... Ja genau. Hier ist die Brücke. Dann gehen wir hier lang. Okay. Das sind so Wesen, von denen ich hoffe, dass man sie... Ich sage jetzt mal reiten kann. In Elden Ring. Dass da auch neben dem Pferd auch noch ein paar ekelhaftere Sachen sind. Oder sowas zum Fliegen oder so. Das würde ich mir wünschen. Ich bin auch zufrieden, wenn es nicht so ist. Aber ich hoffe, dass man da noch mal ein bisschen überrascht wird. Ich bin auch zufrieden, wenn es nicht so ist. Ich bin auch zufrieden, wenn es nicht so ist. Pfff, okay. Aber wieso? Ich dachte, Freunde! Warum ist der denn jetzt so und der andere nicht? Nein! Nehm doch mal das scheiß Schwert! Also die sind ja echt ganz schön widerlich. Den schnapp ich mir gleich. Klar, ne? Klar! Was auch sonst! Deswegen ist das Fia da! Du Scheiße! Du Gottverdammte Scheiße! Du Scheiße! Über die Brücke. Ne, da. Oh, hab ich sogar noch was übersehen. Das ist aber interessant. Schlüssel des Ausbrechers. Ah, das ist für das andere Türchen da unten. Ich glaube, so ist das. Eine Maske noch, okay. Die kannst du aber auch echt gebrauchen. Nein. Oh, wie dumm. Weil ich nicht wusste, dass die diesen Move haben. 24.000 Seelen. Ich muss einmal kurz, muss ich gerade mal heulen. Ich muss mir einmal kurz angucken. Wie kann man hier wechseln? Wie viele Seelen habe ich bisher verloren? Das wird doch irgendwo aufgezählt. Ich will einfach wissen, wie viel ich verkackt habe bisher. Es macht mich wirklich gerade traurig. Man kann es irgendwie nicht sehen. Na gut, okay, komm. Ist jetzt auch egal. Okay, was ich noch haben will, ist hier diese Scheiße öffnen. Jetzt brauche ich mir zumindest keinen Kopf mehr machen. 24.000 Seelen, ey. Das tut richtig weh. Da will ich ganz ehrlich sein. Da heule ich ein bisschen in mich hinein. Und du bist schuld, du dummen Plunze mit deinem heißen Gerät. Vor allen Dingen, das sieht aus, als wäre es ein Peace-Symbol. Das ist schon ironisch, ne? Dass die mich mit einem Peace-Symbol branden wollen. So, jetzt hole ich mir jede einzelne Seele wieder. 100 nur. Ich dachte, weil die halt, weil das diese Maden, weil die den Maden-Magen haben, dachte ich, dass die mehr bringen. Okay, aber ich bin ja über die Brücke schon, oder? Bin ich eben schon über die Brücke? Ja. Dann bin ich hier richtig. Mann, das ärgert mich wirklich mit diesem Branding, dass ich da instant tot war. Ich wollte halt mal, ich wollte einfach mal ein bisschen mehr YOLO spielen. Aber ja, ich bin hier wirklich in der falschen Ecke dafür. Plus es sind drei. Ich dachte gar nicht, dass es drei sind. Ich dachte, es wären nur zwei. Ich dachte, es wäre auch ziemlich frei. Ich denke, es wäre das eine Szene. Ich würde also mit dem An-Magen der Werbein sagen, dass es nicht so fair. Beide ich zu sehen, wenn es uns Principiert ist. Das ist sinn舞, dass es nicht so lief. Ich hätte das nicht so lief. Ich würde hätte Ihnen allen Zellang. Ich würde es dir меньше ejerc Rechte kommen. Ich würde es nicht so lief. Ich würde es nicht so lief. Ich würde es nicht so lief. Ich würde es nämlich einen Zellang. Ich würde es erst zu haben. Ah! Nein! Das Gute ist, dass es sie umwämst und dann können sie mich nicht angucken und dann verliere ich keine Energie. Oh, komm, die Scheiße nehme ich mir auch noch mit, aber ich will sie eigentlich nicht haben. Diese dreckigen 2000 Seelen, ich spucke auf sie. So. Ich habe nicht gesehen, was es ist. Darf ich die töten? Oder ist das böse? Ich meine, die greifen mich an, also töte ich sie, oder? Seien wir doch mal ehrlich. Oh, die Seelen. Nein, sie wären so gut, sie hätten sich so gut gemacht auf meinem Punktekonto. Man muss einfach nur rechtzeitig anfangen mit dem Seelengroßschwert, dann ist das eine richtig geile Geschichte. So, ich will das Blitzschwert mal ausprobieren. Ja, nice! Sag ich da. Da sag ich nicen... Nicenbein. Scheißnbein. Schreißenstein. Das ist wirklich gut. Gut, 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 gut. Ah, die Kette guckt nach vorne. Der Simon geht weg. Die Kette guckt nach vorne. Da hat sich was versteckt. Nicht mit mir. Danke, Goodfella, für dein Goodfollow. Hö �ah! Lösch! 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 Sooooooooooooooooooo Was ich noch machen muss Ist das eine Schloss aufschließen Ich habe ja den Schlüssel jetzt Also ich könnte da runter hüpfen Okay, wer weiß wo man da hinkommt Da könnte ich auch runter Hm Darunter oder darunter Das sieht irgendwie aus als wäre das besser Der schläft da oder Der ratzt sich hier schön einen ab Ob das die Tür ist die ich brauche Ist das ein Ach das ist ein Riese Ich dachte das ist ein Drache gerade Okay wenn ich darunter gehe Komme ich zwar dahin Aber da komme ich nicht mehr weiter Oder Kurz mal gucken Das könnte ich mir also holen Und dann links geht es weiter Okay Und da Ich will aber zu dieser Tür Und da ist auch noch eine Leiter Ja Okay Ich gehe aber trotzdem von dieser Seite Okay hier war nicht der Schlüssel nötig Aber das ist eine Abkürzung Aber wozu Wenn gar keine Na gucke ich nochmal Okay Jetzt weiß ich nicht mehr was ich hiervon habe Hätte ich beinahe übersehen Oh okay ich soll Ihr wollt unbedingt da ich diese Truhe hole Bei euch hat alles immer wichtigen Loot Ganz egal was ich frage Es hat immer den wichtigsten Loot den man je gesehen hat Und dann ist es irgendwie Ein Hier so ein halber Speckstein Ich gehe erstmal an dem vorbei Ich kann nicht Ich muss leider kämpfen Scheiße Ob das geht Habe ich nicht erwischt Ich habe ihn erwischt Habe ich den noch Habe ich den Titanitbrocken noch Ich brauche den Ich brauche ihn Ich habe ihn nicht Ich habe ihn nicht bekommen Ich habe ihn nicht bekommen Leute Ich habe ihn nicht bekommen Leute Ich habe ihn nicht bekommen Doch ich habe ihn bekommen Okay Das war es wert Okay wir gehen das jetzt nochmal an Nochmal genau so Oh Gott muss ich hier abkürzen Kann ich hier abkürzen Ja Ich will ja über die Ja ja okay Ich will über die Brücke Shit Kommt da doch echt noch einer Nee Nee Ah, kann ich mal viel häufiger benutzen, R2. Ich habe so eine R2-Phobie, weil ich eben damals immer R2 benutzen wollte. Oh, jetzt hole ich mir auch den Kram endlich mal. Und alle immer gesagt haben, nein, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Oh, geht gar nicht hier. Na gut. Und dann habe ich es auch nicht mehr gemacht. Und seitdem vermeide ich R2, als wäre es einfach der böse Button. Kann aber gut sein, dass ich den hier wirklich häufiger mal benutzen könnte. Da würde ich halt auch gerne hin. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Ich weiß, ihr wollt euch mit der Kämpfe. Aber nein, 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 nein. Irgendwann, wenn ich den Shortcut habe und gut easy dahin gehen kann, dann werde ich auch gegen diese dämliche Drecksversiffte... Was ist da unten? Ich weiß es nicht. ...Geschichte antreten. Aber da sind wir noch nicht. Die Kiste ist Endgame-Content. ...Geschichte antreten. ...Geschichte antreten. ...Geschichte antreten. Das war's für heute. Ich bin doch an dir vorbeigerollt! Ich rollt beyond you! So, jetzt hören wir ihn schon schlurfen und schnarchen. Den gigantischen Riesenschnödel, der leider hier genau bei meiner Seele jetzt liegt. Aber diesmal komme ich von links. Oh, ich hätte schwirren können, ich fall da gerade runter. Ich war mir so sicher, ich fall da runter. Oh, ich hätte es beinahe geschafft. Beinahe. Okay. Komm, das machen wir aber noch. Das ist jetzt noch die Geschichte, die ich mache. Ich will ja eigentlich nur noch das letzte Ding aufmachen. Die letzte Tür, die mich stört. Das ist echt schwer. Na, wie der Typ immer vorbeistürzt. Dafür habe ich jetzt gleich aber auch genug... Nee, nicht nochmal. Okay. 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 Ich hab doch schon gehauen. Ich war mitten im Schlagen. Wir kommen immer näher. Diesmal schaffen wir es. Wie das Vieh immer so schreit, wie so eine Katze, die man unter dem Auto entdeckt oder so, die sich entdeckt fühlt. So ein Fauchen. Total geil. Und umso bizarrer, dass es eben manche gibt, die halt einem nix tun. Tja. Das war sein letztes Schläfchen. Bis später, Truhe. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, okay, okay. Ich gehe hier runter, weil ich glaube, ich muss dann diesmal links... Ich muss mal diesen Talisman finden, dass ich da endlich diese Mimiktruhen ohne Panik aufmachen kann. Okay, wo liegt die Scheiße? Wo muss ich jetzt meckern, damit ich das kriege, was ich brauche? Moment, ah, das ist ja falsche... Nee, diesmal mache ich es nämlich anders. Nee, doch. Ich will da auf der anderen Seite lang. Ich kann doch wahrscheinlich diesen Riesen mit der Magie relativ leicht besiegen. Ich muss nur an einer ordentlichen Stelle stehen, wo er mich nicht runterhauen kann. Vielleicht da in dem großen Abflussrohr hier. Also ich will ja auch diese Truhe killen, aber ich muss wirklich vorher... Woher will ich den Shortcut haben? Und ich glaube sogar... Ich glaube sogar... Also entweder ist es hier diese Kanalisation, durch die ich den Shortcut öffne... Oh! Oder es ist die Leiter hier links. Ich glaube sogar, rein rechnerisch müsste es eigentlich die Leiter links sein. Leider kann ich jetzt auch nicht mehr weiter. Also ich kann da nicht mehr hoch, weil das zu ist. Aber da ist doch eine Leiter, glaube ich. Und irgendwo da, da oben liegt ja auch noch was. Ich wette, dass man da irgendwie auch dann sich das Gitter aufmachen kann. Naja, da ich es aber nicht habe und nicht anders kann, muss ich hier lang. Als ob ich nicht in dieses Loch gehen würde. Oh oh! Ja, oder? Ist es das? Ist irgendwas anderes. Es wirkt wie irgendwas anderes. Aber eigentlich muss es ein Shortcut sein. Aber dann wäre der hier nicht. Oh oh! Ich will aber nicht! Das mache ich ein andermal. Dann kann ich doch hier bestimmt hoch wieder. Ich muss erstmal wieder hoch und meine Seelen in Sicherheit bringen und so. Ich höre schon wieder irgendwas. Oh oh! Ach komm jetzt! Zwei von den Kisten. Beides Mimics. Ihr könnt mich auch mal fett am Arsch lecken. Wobei das ist eine normale, oder? Das ist eine Mimik-Kiste. Und das ist eine normale. Ich bin auf jeden Fall bereit zurück zu gehen. Ja, geil. Aha, wenn der mal nicht wichtig wird. Ach du Scheiße! Hardcore. Wirklich Hardcore. Zwei Mimik-Kisten. Und immer noch habe ich die Scheiße nicht aufgekriegt. Naja, ich gehe jetzt zurück. Wir machen das ein andermal. Ich muss jetzt auch mal Schluss machen. Oder ich will an der Stelle. Wir haben jetzt sieben Stunden gespielt. Das kriege ich ja als Video gar nicht mehr hin. Na gut, vielleicht werde ich gleich nochmal einen versuchen. Einen Run werde ich gleich noch versuchen. Aber dann, wenn ich den nicht schaffe, hören wir auf. So. Wir reisen nicht, sondern wir... Doch, wir reisen. Und zwar ganz kurz zum Feuerband schreien. So. Oh, wir sind fast bei 1600 Abonnenten. Also wirklich, wirklich vielen Dank. Das sind 80 Abos oder so heute. Ey, vielen Dank. Ich kann es gar nicht häufig... Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich weiß das sehr zu schätzen. 24 habe ich. Genauso viel. Ey, eine Stunde jetzt fast nur dafür verbraucht. Da würde ich sagen... Was würdet ihr sagen? Wir bleiben bei Kondition. Machen wir Kondition erst mal auf 20. Ne? Das ist unser Plan. Das ist ein guter Plan. So, was kann ich denn mir kaufen, was mir jetzt hier hilft oder so? Ja, geil. Der Ketzer starb. Er ist ein weiteres Mal ein bisschen besser. Heute ewig. Ich brauche mehr Damage, Damage. Da muss ich euch leider zustimmen. Ach, doch. Nehme ich die mal. Bevor ich gar nichts habe. Oh, danke. Eisenhut 666. Du hast... Du hast heute den Hut auf. Der Abo. Der Abo-Hut. Zehn Abos verschenkt. Wow. Danke. Denkt aber auch dran. Ihr könnt auch chillen. Ihr müsst nicht immer... Ihr müsst nicht... Oh, kann ich hier ein Eid ablegen? Ach so. Was mache ich denn damit? Bringt mir das was? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Äh, ja. Danke, Eisenhut. Wirklich. Cool von dir. Ich hoffe, dass du auch gut unterhalten wirst. Ah, nee. Ja. Na, Abou-Abou-Abou-Abou-Abou-Abou-Abou-Abou? Ah. Aber weil die so dick war, ist die Robe auch so dick. Ah, wie gerne hätte ich das. Habe ich aber nicht. Krieg ich nicht. Kann ich nicht haben. Krieg ich nicht. So eine Scheiße. Genau 70. Ach komm, ernsthaft? Das ist ja wirklich nur noch lächerlich. Dann kann ich einen Ring quasi abnehmen. Nein, das ist Quatsch. Nehme ich halt andere Stulpen, ihr Nulpen. Ne. Okay. 14. Komm, wir machen einen letzten Run nochmal da so in diese Höhle, in die Höhle der Magierlöwen, in denen ich war. Ja, ein weiterer, toll, ein weiterer geiler Schrein, ein geiles Schrein-Update. Wir gehen mal kurz in diesen Kerker und gehen da noch einmal durch. Vielleicht finden wir noch ein zweites Leuchtfeuer und ansonsten, ja, okay, wir probieren einmal die Truhe. Ihr habt ja recht, wir probieren die Truhe. Ich lasse euch eure Ruhe, wir probieren es mit der Truhe. Das wird gut, das wird gut werden. Okay, die Truhe war... Ist hier nicht auch der Typ, dem ich die, äh, dem ich das, ähm, die Zelle aufschließen kann? Ich glaube, hier war auch, er war auch hier irgendwo, oder? Vielleicht ein Stock weg drunter, aber auf jeden Fall irgendwo in einer dieser Zellen waren die Gesellen, die ich befreien könnte wahrscheinlich damit. Aha, seht ihr? Und was ist das jetzt? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war wieder was ganz anderes. Soll ich jetzt da lang, oder? Wir wollen die Truhe, ne? Wir wollen erst die Truhe. Na gut, ihr sagt, geh geradeaus. Dann gehen wir geradeaus. Ah, liegt hier die Leiche, ne? Ja, geil! Ich erreiche endlich die Leiche. Ein Wappenring brüllender Drache. Bitches, das ist es. Äh, stacken sich diese, äh, Ringe auch. Also kann ich auch von diesen Ringen mehrere tragen, die alle meinen Ster-, äh, meinen Zauber verstärken? Gucken wir mal, wie der reinbrezelt. Oh, das ist gut. Simon, likey! Habt ihr gesehen? 420 hat er abgezogen bekommen. Okay, hier ist die Kiste. Und diese Scheiße passiert immer. Die, ich bin einfach zu lecker. Da legt's die nieder. Alter, danke, dass ihr mir gesagt habt, dass ich mir die Scheiße holen soll. Da war eine Estos-Scherbe drin. Wie geil ist das? Wirklich gut, wirklich, wirklich guter Tipp. Die Estos. Oh, nee, auf euch hab ich jetzt keinen Nerv. So, jetzt guck ich noch mal. Hier war nämlich die Leiter. Ich glaube, dass ich mir damit die Zellentür aufschließen kann. Anders kann ich's mir grad nicht erklären. Das ist ungefähr dieselbe Richtung. Ach nein, ich Idiot, das ist die Scheiße. Das hab ich ja sogar schon mal gemacht. Warum hab ich denn gedacht, dass das anders wäre diesmal? Warum kann ich denn jetzt nicht die... Na gut. Das wollte ich die ganze Zeit machen. Einmal schön durchschnetzeln durch das Mönchbrot. Gut. Du bist so ein dummer, dummer Genosse. Echt, jetzt reicht's was? Ja, hätt ich mir auch... Hätt ich auch anders haben können, ne? Wissen wir. Aber heute probieren wir's mal... Ein bisschen anders. Kann ich da... Kann ich da... Oh, schade. Ich dachte, ich kann da vielleicht draufrollen. Okay. Kann ich den nicht von hier wegzaubern? Das könnten wir doch echt mal probieren. Oh, gut. Oh. Ich kann. So, wie komme ich da runter zu dem ganzen geilen Geschmeise? Ja, muss ich wahrscheinlich dann über die Kanalisation gehen. Und da sind wir dann wieder bei der Zaubererparty, die ich eben gerade so dumm unterbrochen habe. Oh, da ist die andere Truhe, ne? Die wollt ihr haben, die wollt ihr haben. Ohne viel Getue, ihr wollt, ich gehe zur Truhe. Das werde ich mal versuchen. Aber dazu brauche ich dann aber echt... Oh Mann, ich habe kaum noch Energie. Das könnte eng werden, ey. Das könnte sehr eng werden. Aber hat ja eben auch geklappt, ne? Probieren wir doch mal das Seelen-Großschwert gleich. Na, ich hole mir lieber zur Sicherheit den Heimatknochen. Na, ich hole mir hier. Na, komm her. Auf dich habe ich gewartet. Ach! Aaaah! ach! Ach! Ah! Ah! Der dunkle Clown-Ring. Ein Clown-Ring. Ich bin ja richtig froh, dass ich den schon besiegt habe, den Typen. Sonst wäre ich jetzt genau wieder in diese Scheiße reingelockt worden. Ach, hoch könnt ihr nicht? Klettern hat euch leider keiner beigebracht. Ha, 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 ha. No, du Idiot. Du Vollidiot. Jetzt läuft aber gerade wirklich alles schief. Oh. Oh! 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 So! Das letzte mal Loot. Bin auf jeden Fall bereit abzuhauen. Hier ist jetzt bestimmt die Geschichte, die ich suche. Hier ist jetzt das Türchen. Nee, scheiße. Hier ist irgendwas anderes krasses. Was? Aufzugtime! Aufzugtime! Der beste Freund der Welt. Er zieht dich nach oben, wenn du unten bist. Und er tut alles, was dir gefällt. Sofern dir gefällt, oben oder unten zu sein. Bdöbbedöb! Geil! Ist das jetzt endlich mal die fucking Tür? Ja, Mann! Wir haben es! Wir haben es! Fuck! Geil! Okay, das haben wir gut gemacht. Und nun gehen wir wieder zurück. Der Aufzug zieht uns nach unten. Eine Blitzklinge gefunden. Das sind Dinge, die mir munden. Ich will runter zu dem Aufzug. Sterbe ich dabei? Nein. Ah, okay. Danke, Elyrium. 115. Sogar die richtige Kennzeichennummer. Ähm, ja, scheiße. Hier ist ja gar nichts, ne? Da habe ich gedacht, dass es hier weitergeht. Aber es ist immer nur der Aufzug. Oh, geil. Oh, geil. Okay, die Frage ist, soll ich mich mit denen anlegen? Die sind stark, so sind viele. Ich gehe mal an denen vorbei. Ich gehe mal irgendwann später hin, wenn ich mehr, wenn ich mehr habe. Ist hier nicht mal irgendwo vielleicht noch ein Leuchtfeuer. Danke, Akuros2904 für dein Abo. Get on. Danke, danke, danke. Okay. Nein, komm. Okay, jetzt haben wir es. Wir hören jetzt auf. Der beste Streamer der Welt, äh, von Deutschland und Österreich. Hört jetzt auf. Und freut sich über seine 15.000 Seelen. Und ihr könnt euch mit mir freuen, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber auch sagen, das war aber nix. Und dann sage ich, vielleicht. Das mag stimmen. Doch es ist alles, was ich zu leisten im Stande bin. Äh, jetzt habe ich 15.000. Ich brauche aber leider immer noch 5.000 Seelen. Jetzt würde ich gerne hier jetzt direkt mit euch zusammen diese Seelen mir noch holen. Gucken wir mal. Ja, geil. Haben wir schon. Das ging ja schnell. Okay. So, wir warten noch schnell bis 2 Minuten. Dann sind wir nämlich bei 7 Stunden. Geil. Und jetzt gebe ich mir erstmal weiter Konditionen. Und dann werde ich hier noch kurz aufräumen in meiner Kiste. Äh, ne Leute. Bimon kommt ganz woanders her. Nicht von Budi oder irgendwas mit Budi Mann oder so. Ne, ne. Das Bimon hat einen Freund von mir, der Day, mit dem ich einen Podcast mal eine Weile auch gemacht habe. Der hat allen Sachen irgendwie immer ein B davor gemacht. Ich kann es euch nicht erklären warum, aber der hat überall ein B davor gemacht. Und beim LAN-Party-Zocken habe ich mich dann einfach Bimon genannt, weil ich es irgendwie lustig fand, das zu übernehmen. Und, ähm, so ist es dann immer geblieben. Okay. Moment. Was wollte ich machen? Ich darf jetzt nichts falsch machen. Ich wollte, äh, genau. Ich wollte Kisten machen. Okay. Das haben wir jetzt gemacht. Dann, würde ich sagen, checke ich noch ein letztes Mal, ob da nicht doch irgendwas ist. Ah, das hat man schon. Ne, das hatten wir schon, ne. Ah, da, äh, da ist der Estus. Ah, Mann ey, wie toll! Ah, das wenn ihr, es ist so geil, oder? Es ist so geil, wenn du so einen Estus benutzen kannst. Okay, hier haben wir noch Funkeltitanit haben wir nicht, äh, Titanitbrocken brauchen wir eh nicht. Also brauchen wir aber, äh, brauche ich vor allen Dingen für den Stab des Ketzers. Oh, ne, Mika. Damit hören wir auf. So, das war's jetzt. Das soll es für heute mal gewesen sein. Äh, danke noch Darth Alien. Du bist auf jeden Fall der allerletzte, dem ich an dieser Stelle nochmal, ähm, ein Dankeschön da lasse. Hui, wir hören auf und ich, äh, bin völlig durch. Wir haben jetzt sieben, genau sieben Stunden. Wenn ihr es als VOD guckt, äh, wurde vielleicht hier und da was rausgeschnitten. Wobei ich nicht wüsste, was. Es war ja sehr, sehr geil. Also freut euch drauf, wenn ich es das nächste Mal spiele. Morgen und am Wochenende gibt's bei uns, äh, Crusader Kings 3. Zum einen den DLC am Sonntag, am Samstag mit einem großen Event, wo wir alle auch ein bisschen in Charakter sind und Verkleidung anhaben. Das wird ganz lustig. Einen Tag vorher übe ich ein bisschen, das ist morgen. Und ihr könnt mir gerne beim Üben helfen. Ich muss nämlich wirklich noch ein bisschen was lernen. Und dann versuche ich auch morgen noch ein bisschen Dying Light 2 zu starten, sofern ich einen Key kriege. Das werde ich gerade noch eruieren. Und dann sehen wir uns also morgen. Definitiv wieder. Soviel kann ich schon mal versprechen. Wann genau? Müsst ihr mal auf den Kalender gucken. Also in meinen Terminplan. Im Moment steht da noch eine Zeit drin, die natürlich nicht unbedingt stimmt, weil ich früher anfangen werde, damit ich Dying Light spielen kann. So, morgen also Dying Light, wenn ich's kriege und Crusader Kings 3. Und übermorgen dann das große Crusader Kings DLC Event. Freut euch drauf. Jetzt schicke ich euch noch irgendwo hin. Wer ist denn noch am Start? Wie sieht's denn mal mit dem Ede? Dem Ede habe ich schon länger nicht mehr Leute gegeben. Der zockt Pokémon. Ihhh, ist das hässlich. Das wollt ihr euch sicher angucken. Ja, viel Spaß damit. Ich schicke euch rüber. Und ich habe einen super tollen Tag gehabt. Ich freue mich. Ich bedanke mich bei euch. Danke für die vielen Abos. Wir sind bei 1.606 Abonnenten. Wow. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Danke Leute. Und jetzt ratet mal schön. Und grüßt den Ede von mir. Bis dann. Tja. David Salutationsk sync hat. s